Die Mannschaft erwartet, dass Philipp Kostic Philipp Kostic ist. Und ich erwarte, dass Philipp Kostic Philipp Kostic ist. Ich habe mit ihm gesprochen, Markus hat mit ihm gesprochen und die Mannschaft hat mit ihm gesprochen. Was wir gesprochen haben, bleibt intern für etwaige Nachfragen. Ja, damit ist das Thema auch für uns erledigt und abgehakt. Und Philipp Kostic ist Teil von Eintracht Frankfurt, Philipp Kostic ist Teil von unserem Kader. Und wir alle hoffen und wünschen und erwarten uns, dass Philipp Kostic Philipp Kostic bleibt. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen zur Rasenfuchs-Schlusskonferenz Nummer 330. Mein Name ist nicht Marc Jakob Ost und auch nicht Tobias Escher, sondern Marc Schwitzki. Ich bin freier Sportjournalist, schreibe und podcaste beruflich über Fußball im speziellen Hertha BC. Man kennt mich wohl am ehesten von 90plus oder auch vom Hertha-Base-Podcast. Und ich habe die Ehre, Max heute zu vertreten und mein Moderationsdebüt im Rasenfunk zu feiern. Bevor ich aber jetzt zu viel von mir erzähle, möchte ich natürlich meine beiden Gäste vorstellen, die mir das hoffentlich heute sehr einfach machen werden. Sie feiert heute ebenfalls ihr Rasenfunk-Debüt, sodass ich nicht ganz alleine mit der Schultüte in der Hand vor der Klasse stehe. Sie ist Eintracht-Fan und Expertin. Man kennt sie unter anderem vom Eintracht Frankfurt Podcast und hin und wieder auch von Fußball 2000. Hallo, Patricia Seibert. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Mich freut es auch sehr. Wie gesagt, ein weiteres Debüt quasi. Und mit dir und auch dem Einspieler ist schon klar, es wird heute um die Eintracht gehen. Aber es wird natürlich auch um den gesamten Bundesligaspieltag gehen. Und darüber hinaus trete ich hier mit dem offiziellen Beweis an, dass wir nicht dieselbe Person sind, auch wenn es heute stimmlich womöglich zur Verwirrung kommen könnte. Er ist mehrfacher Buchautor, schreibt unter anderem für mirsanroth.de, für NTV und den Fokus und wird sich heute womöglich eine erbitterte Wortspielschlacht mit mir liefern. Hallo, Justin Kraft. Hi, Marc. Schön, dass ich da sein darf und schön, dass ich den Beweis jetzt antreten darf. Wobei ich glaube, einigen wird das immer noch nicht reichen. Stimmt. Wir sind ja quasi, ich könnte ja quasi auch gerade selber mir ein Frage-Antwort-Spiel liefern. Das ist möglich, aber das würde es sehr kompliziert machen und für Patrizia sehr verwirrend. Also glaubt mir, wir sind zwei unterschiedliche Personen. So, ja, vielen Dank, dass ihr mich auf der Reise durch den vierten Bundesligaspieltag der Männer begleitet. Schwerpunkt, wie gesagt, wird die Frankfurter Eintracht sein, bei der sich im Sommer ja wirklich sehr viel getan hat. Auf und nehmen den Platz, doch dazu dann später mehr. Zunächst möchte ich aber auch, wie Max es auch sonst traditionellerweise tut, den SupporterInnen und Supportern danken. Da geht es jetzt mal beispielsweise raus an Bruder SGE, an Dirk Hofmeister, Johnny Versace, Richard, Felix und den Exilpaderborner. Vielen lieben Dank für euren Support. Ihr macht es möglich, dass dieser Podcast werbe- und sponsorenfrei ist, wie Max es immer gerne sagt. Und dass ich mir es finanziell erlauben konnte, mir ein gesamtes Wochenende und diesen Montag um die Ohren zu hauen für diesen Podcast. Und auch, dass die Gäste bezahlt werden. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Muss ich auch einfach von der anderen Seite, auch wenn ich jetzt gerade mal intern bin, sagen. Ist das eine sehr schöne Sache. Da bin ich sehr dankbar drüber. Max auch. Und ansonsten noch zwei Ankündigungen. Am Dienstag wird ein Kurzpass zur Frauenbundesliga erscheinen. Da freue ich mich dann auch wieder drauf, weil auch ich in dem Thema längst noch nicht so tief drin stecke, wie ich es dann gerne tun würde. Und natürlich der, wie immer, gern gesehene Aufruf. Es gibt den Rasenfunk-Kiosk und ihr könnt gerne supporten. Also, wenn ihr, ne, der Winter is coming, es wird wieder kühler. Jetzt braucht man die Hoodies, jetzt braucht man die Beanies. Die gibt es glücklicherweise beim Rasenfunk. Die könnt ihr euch dort sehr gerne gönnen und damit den Rasenfunk supporten. Ihr könnt aber auch eine kleine Geldspende entrichten. All das würde Max sehr, sehr freuen und das Team um ihn herum. Und ja, wenn es von eurer Seite aus nichts mehr gibt, würde ich tatsächlich damit das Intro dann auch mal, was jetzt auch schon drei Minuten geht, beenden und würde in den Spieltag starten. Wollen wir loslegen? Auf geht's. Cool. So, dann starten wir in den Spieltag. Wir wollen mit dem SC Freiburg beginnen gegen den 1. FC Köln. Die haben den Spieltag zwar nicht quasi eröffnet, wobei, doch, kann man ja sagen, denn es gab kein Freitagsspiel an diesem Spieltag, dafür drei Sonntagsspiele. Was besonders schön war, dass wir uns dann am Sonntag schön die drei Spiele hintereinander geben durften. SC Freiburg gegen den 1. FC Köln. Jetzt muss ich, und das ist schon der Unterschied zum Max, natürlich nochmal kurz scrollen in meinem Sendungsdokument. Der macht das natürlich live, weil er einfach ein wahnsinniges Tier ist. Dieses Spiel ging 1 zu 1 aus. Der 1. FC Köln war in Führung gegangen und der SC Freiburg konnte im Nachhinein noch den Punkt, den Heimpunkt sichern. Meine Einstiegsfrage wäre an, ja, wir legen mal mit Justin los. Köln hatte bis zum 1 zu 0 ein sehr gutes Spiel gemacht, auch darüber hinaus, hat dann den Platzverweis gesehen durch Kainz. Freiburg kam darauf nochmal eine sehr plakative Frage, aber geht dieses Unentschieden in Ordnung oder muss man sich aus Kölner Sicht schon sehr ärgern? Denn man hatte ja auch nicht allzu wenig Chancen und der Platzverweis wird sicherlich eine große Rolle gespielt haben. Ja, also wenn ich jetzt mal nur auf die Expected Goals am Ende gucke, das sollte man eigentlich nicht tun. Aber wenn ich mir das ansehe, 0,6 zu 0,8, also knapp für die Kölner, dann kann man schon die Interpretation zulassen, dass ein Unentschieden in Ordnung ist. Aber wenn ich jetzt Kölner wäre und wenn ich das aus der Perspektive von Baumgart betrachten würde, würde ich mich schon sehr ärgern. Einfach weil dieses Tor natürlich maximal unglücklich war, dann dieses Eigentor in der 89. Weil die gelb-rote Karte einfach auch komplett unnötig war aus Kölner Sicht und man sich das so ein bisschen selber dann am Ende verbaut hat. Also ich fand schon, dass Köln insgesamt die griffigere Mannschaft war im Pressing, ein Stück weit intensiver auch gespielt hat als die Freiburger. Die in dieser Saison ja doch mit einem sehr kompakten Defensivfokus agieren, wenig nach vorne rausschieben. Ja, und Köln hat Freiburg eigentlich nur selten ins Spiel gelassen. Und deshalb wäre dieses 1 zu 0, glaube ich, schon vielleicht ein leistungsgerechtes Ergebnis gewesen. Aber am Ende hat Freiburg diese Überzahl-Situation auch nochmal gut für sich genutzt, ist hinten raus nochmal gekommen und hat sich diesen Ausgleich dann womöglich auch verdient. Also ich glaube, wenn man jetzt das nochmal auf die Expected Goals bezieht, kleiner Vorteil Köln. Aber ja, Freiburg hat trotz der eigentlichen Unterlegenheit nie aufgegeben und immer dann gerade hinten raus nochmal eine Schippe draufgelegt. Patricia, wir haben jetzt gerade über das Was gesprochen. Wie hat es denn der 1. FC Köln geschafft, diese Partie mal wieder, wie auch die letzten Partien, quasi auf seine Spielweise runterzubrechen und den Gegner dahingehend zu kontrollieren? Was waren da die wichtigsten Stilmittel taktisch und welche vielleicht auch Personen auf dem Platz waren dafür besonders prägend? Also Köln ist ja schon in dieser Saison sehr aufgefallen durch ihr mutiges offensives Spiel unter Baumgart auch. Es waren auch viele Flanken, also sehr, sehr viele Flanken. Köln hat, da muss ich kurz nochmal nachschauen, 24 Flanken tatsächlich geschlagen und davon kam auch ein Viertel rund an. Das war sehr, sehr auffällig. Fand ich tatsächlich auch sehr schön anzusehen. Also es war kurzweilig, wohingegen ja bei Freiburg das halt eher darauf konzentriert war, wirklich diese Läufe von den Kölnern zu kontrollieren durch ihre Abwehraktionen und dann so ein bisschen auf Konter zu lauern, was halt in der ersten Halbzeit, finde ich, gar nicht aufgegangen ist. In der zweiten Halbzeit hingegen kam Köln, finde ich, nicht so gut rein. Also die ersten 15 Minuten kamen wenig, vor allem, ja, weil Freiburg aber auch mit Schwung gestartet hat. Also in die zweite Halbzeit sind die ja auch schon direkt mit zwei Chancen reingegangen. Und dann kam Köln langsam rein, hat aber eine Viertelstunde später wieder die gelb-rote Karte gesehen. Und ich glaube, dann war es halt wirklich so ein bisschen schwierig, vor allem, weil Freiburg auch die rechte Seite ausgewechselt hat. Das fand ich spannend, weil dann Schade und Weißhaupt kam. Und da kam wirklich Tempo auf den rechten Flügel. Und ich fand, seitdem war dann Freiburg auch sehr am Drücker. Also dadurch, finde ich, haben sie auch das 1-1 dann verdient gehabt, weil da wirklich, ja, nochmal einiges draufgelegt wurde, was dem Spiel vorher gefehlt hat bei den Freiburgern. Wäre ja schade, wenn wir jetzt den ersten Wortwitz gleich liegen lassen, oder? Also ich würde da direkt mal einhaken. Gerade das, was Patrizia auch gesagt hat, der Flankenfokus bei den Kölnern ist natürlich unter Baumgart, ja, frappierend. Also das merkt man ja in jedem Spiel, dass das natürlich der Fokus ist. Interessant ist ja, dass sie mit einer Mittelfeldraute spielen. Das ist ja jetzt nicht gerade die Formation, wo man davon ausgeht, da spielen wir jetzt mal Flügelfokus. Aber genau das machen sie halt clever. Die beiden Achter, also die beiden Halbraumspieler, haben es gut geschafft, die Kölner Außenverteidiger zu binden und sie so ein Stück weit mehr in die Mitte zu holen. Wodurch dann eben, ja, die Außenverteidiger gut überlaufen konnten oder sich auch mal ein Stürmer nach außen hat rauskippen lassen. Und diese Räume, die sich dann auf den Flügeln eben ergeben haben, die haben sie dann sehr, sehr gut ausgespielt, insbesondere in der ersten Halbzeit. Das 1 zu 0 durch Modest, dafür ein Paradebeispiel. Freiburg fokussiert sich da voll auf den Halbraum, vergisst den Flügel außen, wo Schmitz durchlaufen kann. Der bekommt den Ball, flankt ihn rein und ja, Modest, ja, ich glaube, wenn man im Lehrbuch Kopfball suchen würde, dann würde man genau diesen Kopfball finden. Also wirklich ganz, ganz stark rausgespielt, auch von den Kölnern. War so ein bisschen so ein Trademark-Spielzug dieser Mannschaft. In der zweiten Halbzeit, auch da stimme ich Patricia zu, ist Freiburg dann besser reingekommen. Ich glaube, dass sie sich ein bisschen mehr auch zugetraut haben, selbst ins Pressing zu gehen. Erste Halbzeit doch sehr, sehr passiv und abwartend, sehr tief hinten reingedrückt. Dadurch auch Köln immer wieder die Möglichkeit gegeben, eben in ihr Pressing zu kommen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Da haben sie das Spiel ein bisschen mehr auch in Kölns Hälfte verlagern können, ein bisschen mehr eigene Pressing-Momente auch kreieren können. Ich glaube, weil sie auch ein bisschen direkter nach vorn gespielt haben und es Köln somit auch schwerer hatte, in diese Pressing-Momente zu kommen. Und gerade als Köln sich wieder darauf eingestellt hatte, kam eben dieser Platzverweis und das hat Freiburg dann ein Stück weit auch in die Karten gespielt. Wie du sagst, irgendwie auch dann ein unglücklicher Spielverlauf für Köln. Du hattest über das Tor von Modest gesprochen, sein drittes Saisontor übrigens 8 von 7. Das ist statistisch nicht möglich, 7 von 8 so rum. Tore bei Köln sind in dieser Saison durch Flanken gefallen. Also viel prägender kann ein Stilmittel ja kaum sein. Modest, wie gesagt, mit seinem dritten Saisontor, das ist auch einfach eine schöne Geschichte, dass so jemand nochmal seinen dritten Frühling erwischt. Den hatte man ja schon abgeschrieben, wie beispielsweise ja auch andere Kölner Spieler. Benno Schmitz beispielsweise, wieder eine sehr prägende Figur in dieser Partie, hat ja auch die Vorlage geliefert, hat wieder sehr viel Druck gemacht. Du hast das Stilmittel auch schon beschrieben, wie es taktisch funktioniert, dass die Achter dann immer wieder Spieler binden und plötzlich da ein freier Raum auf der Seite entsteht. Und Flanken bei Modest und auch Andersson, der ja auch viele Bälle festgemacht hat, der ja auch die Chance hatte zu treffen. In der 27. Minute ging sein Kopfball knapp vorbei. Und generell muss man sagen, in der ersten Halbzeit hätte es Köln ja fast schon zumachen können. Was heißt zumachen, aber zumindest den Vorsprung ausbauen können. Kurz nach dem 1 zu 0 hat es noch die Chance von Marc Uth gegeben. In der 37. Minute nach Freistoß von Kainz trifft er den Pfosten. Auch da wieder eine sehr gute Strafraumbesetzung. Also das muss man den Kölnern wirklich lassen. Das ist perfekt einstudiert. Die Mannschaft zeigt hohe taktische Disziplin, dass man das auch auf dem Feld sieht. Denn ich glaube, jede Mannschaft und jeder Trainer hat sich in der Trainingswoche immer einen Plan zurechtgelegt. Ob der dann auf dem Feld aber so umgesetzt wird, ist immer noch eine andere Sache. Köln schafft das bislang aber sehr gut. Patricia, du hast auch schon über die Einwechselspieler gesprochen. Kevin Schade und ich meine Noah Weishaupt heißt er, wenn ich mich nicht irre. Zwei Spieler aus der Jugend und generell muss man ja sagen, das kam ja auch in der Saisonvorbereitung vom Rasenfunk vor, dass Freiburg eine, ja, wirklich gut besetzte Bank hat. Wie haben sich denn diese Spieler eingefügt und was haben sie Freiburg gegeben, was vorher nicht da war? Also auf jeden Fall vor allem Tempo. Also das war so deutlich, dass man da, ich glaube, rausgegangen dafür sind. Habe ich das hier gerade stehen? Kann ich euch gerade nicht sagen, sorry. Aber jedenfalls, das war halt deutlich, dass dann viel mehr über die Außen ging, was ja Freiburg auch gerne macht. Also Freiburg ist im Vorfeld ja auch eigentlich eine Mannschaft, die gerne flankt, haben letztendlich auch 19 Flanken geschlagen. Und da war einfach viel mehr Druck und ja, also ich fand, das Spiel war einfach sofort belebter. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass eben diese jungen Spieler sind, was bei Freiburg auch, ja, also man beneidet Freiburg darum so ein bisschen. Also vor allem als Frankfurterin, da kommt ja sehr wenig aus der Jugendabteilung nach oben, womit man wirklich in der Bundesliga was anfangen kann. Und das ist bei Freiburg halt schon sehr auffällig, dass sie da wirklich gute Arbeit leisten und auch immer wieder solche Spieler hervorbringen. Ich glaube, Freiburg spielt da auch eine große Rolle im Vergleich zu Frankfurt beispielsweise, dass man eine U23 hat, die mittlerweile sogar in der dritten Liga spielt. Ich weiß nicht, ob Frankfurt es langfristig gut getan hat, diese U23 abzumelden, auch wenn es damals, glaube ich, vor allen Dingen finanzielle Gründe waren, warum man das getan hat. Und dann ist es eben so, dass auch ein Yannick Keitel beispielsweise, der jetzt in dem Spiel auf der Doppelsex von Anfang an gespielt hat, vielleicht auch erst mit 21, das ist ja heutzutage bei den Moukokos der Welt fast schon, ja, ein Spätzünder, mit 21 vielleicht dann erst so langsam in diese Startelf rückt. Und viele Spieler sind da nachgerückt, ja, auch ein Günther und so weiter sind ja auch Beispiele, die seit Jahren bei Freiburg das Spiel prägen, die die Spielidee seit Kindheitsbein aufgesogen haben. Ein Spieler, der mir auch aufgefallen ist, ist Yannick Haberer, auch der wurde eingewechselt. Maxi Eggestein bei seinem Debüt, Startelfdebüt für den SC Freiburg, kam ja vor kurzem erst von Werder Bremen. Unglücklich, würde ich sagen, da hat mir die Raumaufteilung nicht so gut gefallen, mit Keitel zusammen, das hat nicht wirklich gut funktioniert. Eggestein oft eher verloren gewesen, aber Freiburg ist eben auch eine Mannschaft, die es Spielern erstmal schwer macht. Da spielen ja auch mal namhafte Neuzugänge erstmal in der U23, weil sie erstmal das Spielsystem drauf bekommen müssen. Und dann kam Yannick Haberer, der ist eben schon ein bisschen länger da und hat Freiburg, finde ich, auch deutlich mehr Struktur gegeben. Lass uns nochmal kurz vielleicht auch über das Tor sprechen, über das 1 zu 1. Zischos, mal wieder, muss man ja sagen, ich glaube, das ist nicht sein erstes Eigentor. Letztendlich dann, ja, bezwingt an seinen eigenen Keeper nach der Vorlage von Weißhaupt. Wie hast du diese Szene wahrgenommen, Justin? Und war sie so ein bisschen stellvertretend dafür, wie es Freiburg im zweiten Durchgang dann versucht hat? Ja, auf jeden Fall druckvoller. Und in der ersten Halbzeit hat man halt schon gemerkt, dass sie gegen Kölns Pressing nicht so wirklich die richtigen Lösungen finden. Und du hast es gesagt, ich glaube, einige Wechsel haben dafür gesorgt, dass man einfach dynamischer auf dem Platz war. Dass man nicht so dieses statische Positionsspiel hatte, sondern wirklich das dann auch geschafft hat, mehr Dynamik reinzubekommen. Schade mit einer wirklich tollen Leistung da die letzten 18 Minuten. Ja, der einfach viel Dynamik, viel Tempo, viel technische Qualität auch reingebracht hat. Dadurch haben sie dann Köln hinten auch immer wieder mal gebunden und das Tor war, finde ich, gut rausgespielt. Klar, beim letzten Pass dann Glück gehabt, da über außen dann den Fuß von Zietzschaus getroffen beziehungsweise gefunden. Ja, unglücklich aus Kölner Sicht. Ich würde ihm da jetzt gar nicht so den großen Vorwurf machen. Nein. Das war schon echt unglücklich und passt so ein bisschen auch dann in diese Schlussphase rein, wo Köln so ein bisschen das Geschick verlassen hat, sage ich mal. Wie gesagt, die gelb-rote Karte war ja auch schon ziemlich unnötig. Ja, und dann quasi fast mit Abpfiff dieser Ausgleich. Ja, aber wir haben es vorhin schon gesagt, ich glaube, gerade weil Köln, weil Freiburg in der zweiten Halbzeit dynamischer gespielt hat, mehr sich zugetraut hat im Spiel nach vorn. Ich glaube, das war in den ersten Spielen so ein bisschen auch das Problem. Man muss dazu sagen, sie hatten zwei sehr spielstarke Gegner mit, Dortmund und Stuttgart. Über Bielefeld werden wir später auch noch sprechen, die auch jetzt nicht den schlechtesten Saisonstart hatten und haben trotzdem diese Spiele erfolgreich bestritten. Aber so ein bisschen hat man schon gemerkt, dieser komplette Defensiv-Fokus, der beschneidet sie dann in der Offensive schon manchmal ein bisschen. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann wirklich richtig viel auch zugetraut, haben nach vorne geschoben, haben dann wirklich auch die Zwischenräume gut besetzt und sich ja diesen Ausgleich gewissermaßen dann auch verdient. Und aus Kölner Sicht würde ich noch hinzufügen, dass man, das habe ich aus dem Umfeld mitbekommen, dass man sich natürlich an sich über das nur 1 zu 1 ein bisschen ärgert, weil man, wie gesagt, die Chance durchaus da gewesen wäre, das Spiel zu gewinnen, Eigentor immer bitter ist und trotzdem ist man sehr zufrieden damit, dass diese Mannschaft diesen Baumgart-Fußball so diszipliniert und leidenschaftlich umsetzt und das auch in dieser Partie. Und wenn man sich den 1. FC Köln aus den letzten Jahren anguckt, dann ist ja auch ein Punkt in Freiburg, die auch immer heimstark sind, keine Selbstverständlichkeit und man nimmt den mit. Ich würde damit die Partie auch zumachen. Beide Mannschaften bleiben ungeschlagen. Freiburg hat jetzt nach vier Spielen sogar acht Punkte, findet sich damit auf dem fünften Tabellenplatz wieder, auch wenn Tabellenplätze nach vier Spielen oft gar nichts aussagen, zumindest nicht viel. Köln bleibt ebenso ungeschlagen mit einem Punkt weniger, hat dementsprechend sieben Punkte auf dem Konto. Ich glaube, beide Mannschaften können sehr zufrieden mit dem Saisonstart sein, besonders der 1. FC Köln nach der vergangenen Spielzeit und sie bleiben oben dran. Für den FC wird es in der kommenden Partie dann gegen Mainz gehen, die ebenfalls ja oben mit dabei sind, die sogar einen Punkt mehr haben. Da wird es dann sehr interessant, wie auch da Freiburg, glaube ich, diesen sehr intensiven Spielstil von Mainz, der sich mit dem Kölner Spiel dahingehend vielleicht ein bisschen entdeckt, wie sie da mit umgehen, ob sie da jetzt schon einen Lerneffekt rausgezogen haben. Und für den 1. FC Köln wird es in der kommenden Partie dann gegen RB Leipzig zu Hause gehen. Auch da kann man gespannt sein, wie Baumgart seinen Fußball eventuell anpasst oder auch nicht anpasst, denn gegen den FC Bayern beispielsweise hat Köln ja auch sehr mutig gespielt. Also ja, zwei spannende Partien stehen uns da bevor und dementsprechend würde ich jetzt mit der nächsten Partie weitermachen. Diese ist Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Ein wildes Spiel, kann man sagen. Also es ist am Ende 3 zu 4 ausgegangen für den BVB. 1 zu 0 hatte Florian Wirtz die Partie eröffnet in der neunten Minute bereits. Erling Haaland gleicht der 37. aus. In der 45. gibt dann Schick das 2 zu 1 ab. Die erneute Führung für Leverkusen in der 49. trifft dann auch Brandt gegen seinen Ex-Verein, um sechs Minuten später wieder von Diaby gekontert zu werden, der das 3 zu 2 macht. Und in der 71. mit Guerreiro und in der 77. mit erneut Haaland entscheidet der BVB dann die Partie für sich. Patricia, was für ein Spiel, was für hektische Phasen konntest du trotzdem ein Kräfteverhältnis in dieser Partie ausmachen? Welche Mannschaft hat eventuell mehr dominiert? Welche Mannschaft hat ihren Fußball besser durchbekommen? Ja, also Wild trifft es ganz gut, wie du schon sagtest. Das war eher das Spiel, was man vielleicht sich auch gewünscht hat als neutraler Betrachter zwischen Leverkusen und Dortmund. Beide ja mit einer ähnlichen Grundidee und sehr viel Pressing gegen Pressing. Tempo, das sind sehr, sehr ähnliche Mannschaften, kann man fast schon sagen. Wobei ich fand, dass der BVB da schon auch reifer wirkte und auch die handfesteren Chancen hatte. Also letztendlich denke ich, das geht sogar in Ordnung, dass sie gewinnen, auch wenn sich Leverkusen da immer wieder, also klar die Führung und sich da immer wieder ins Spiel reingebissen hat. Dennoch, das ist sehr, sehr deutlich auch in den Expected Goals bei mir zumindest. Ich hatte eben einen anderen Wert als Justin bei dem Spiel vorher. Bei mir steht jetzt 0,47 zu 2,29. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen genauso deutlich ist, aber das spricht ja schon Bände. Also wenn man das jetzt nicht isoliert betrachten will, aber einfach schon allein dieser Wert zeigt ja, dass der BVB da klarere Chancen auch hatte und auch sein Spiel besser durchdrücken konnte. Er fand das aber auch von Leverkusen sehr stark. Also Dortmund finde ich nicht leicht zu bespielen, auch wenn beide Mannschaften hinten natürlich sehr, sehr anfällig sind, einfach aufgrund ihrer sehr offensiven Spielweise. Aber das war ein sehr unterhaltsames Spiel mit einem, ja, also für mich einem Ausgang, den man auch so, ja, unterschreiben darf. Wobei ich das schon schwierig finde, dass es letztendlich ja eine Elfmeterszene am Ende entschieden hat. Dazu kommen wir vielleicht nochmal genauer. Aber letztendlich ja ein wildes Spiel mit dem verdienten Sieger, würde ich aber fast schon sagen. Ja, zur, ja, quasi Full Disclosure. Ich glaube, du hast die XG-Werte von Understead, nehme ich mal an, weil die habe ich ja auch stehen. Beispielsweise fbrev.com führt für diese Partie ein 2,1 für Dortmund auf und ein 0,9 für Leverkusen. Da ist der Abstand ein gewissen geringer. Und trotzdem geben beide Zahlen her, auch wenn, Justin hat das schon gesagt, dass isolierte draufschauen auf XG-Werte immer gefährlich sind. Trotzdem hat da Dortmund in beiden Werten ja den Vorsprung gehabt. Aber kommen wir nochmal zu Justin. Mal aus taktischer Sicht. Das Spiel war sehr wild. Was waren vielleicht die entscheidenden Faktoren für eben diese Wildheit, für dieses Spektakel? Warum gab es selten sehr ruhige Phasen in dieser Partie? Weil beide sehr vertikal gespielt haben. Also sobald Leverkusen den Ball erobert hat, ging es sofort in den Angriff über. Durch diese Vertikalität kommt natürlich dann auch der ein oder andere Ballverlust zustande. Dadurch geht es dann immer mal wieder hin und her. Ich glaube, gerade in der Anfangsphase der Partie hat Leverkusen das sehr stark gemacht, weil sie wirklich auch immer wieder richtig gut nach vorn rausgeschoben haben. Ja, gut Dortmund unter Druck gesetzt haben. Das 1 zu 0 in der neunten Minute ist ein Paradebeispiel dafür, wo sie auf der eigenen rechten Seite Dortmund komplett einschnüren, sie zu einem Fehler zwingen und wird es dann halt frei durch ist fast. Und das Ding dann wunderbar unten rechts reinschiebt. Also das war wirklich Leverkusen so, wie sich das Seohane wahrscheinlich auch vorstellt. Ich finde, im Verlauf der Partie ist Leverkusen zu passiv dann geworden. Also sie haben sich zu sehr hinten reindrücken lassen von Dortmund. Dortmund fand immer mehr dann in ihr kontrolliertes Ballbesitzspiel. Haben Leverkusen dann so ein bisschen auch hergespielt in einigen Phasen. Leverkusen nichtsdestotrotz immer dann auch gefährlich in Umschaltsituationen, in offensiven Umschaltsituationen, wo sie dann wirklich das auch schaffen, mit wenigen Kontakten beispielsweise den sehr stark gestarteten DRB ins Laufen zu bekommen. Aber ja, das hat Leverkusen, finde ich, nicht so gut gemacht. Sie haben es dann nicht mehr geschafft, aus dieser tieferen Verteidigungsphase, die ja so ein bisschen auch dazugehört zum Spielstil, dann wieder rauszufinden und da wieder dann wirklich auch Druck nach vorn zu entwickeln und Dortmund da wirklich auch im Spielaufbau zu stören. Das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich in Richtung Leverkusen habe. Bei Dortmund muss man sagen, die haben das sehr abgezockt dann in der zweiten Halbzeit gemacht, haben sich trotz der Rückschläge, muss man ja auch dazu sagen, Tor beispielsweise aberkannt, dann immer wieder dann auch der Rückstand. Also lief ja alles andere als gut für die Dortmunder, obwohl sie nicht so schlecht im Spiel waren. Da haben sie sich dann gut wieder reingearbeitet, haben immer die Ruhe bewahrt auch. Nicht ganz so diesen vertikalen Stil von Leverkusen angenommen. Klar, es gab immer wieder Phasen, wo es dann hin und her ging, aber ich finde schon, dass Dortmund das eher geschafft hat, dann diesen ruhigen Stempel aufzudrücken und ihr Spiel eben durchzudrücken und Leverkusen dann auch verdient geschlagen mit einer Leistung, die vielleicht ein bisschen souveräner war, als es das 4 zu 3 am Ende hergibt. Klar, souverän bei so einem Ergebnis ist immer ein schwieriges Wort, aber ich finde schon, dass Dortmund ihren Spielstil mehr durchgedrückt hat. Und die Frage ist natürlich jetzt für die Zukunft dann bei Dortmund auch, wie kriegen sie diese defensiven Patzer, diese individuellen Fehler, wie kriegen sie die in den Griff? Ich glaube, das ist ja auch schon ein Thema, was trainerübergreifend in Dortmund jetzt schon seit Jahren vorhanden ist. Das wäre auch meine Frage gewesen. Dortmund hat in vier Spielen neun Gegentreffer kassiert, nur Hertha und Gotterfütt mit jeweils elf sind schlechter. Man teilt sich da, glaube ich, mit Stuttgart aktuell den vorletzten Platz, was das angeht. Andererseits natürlich 13 geschossene Tore, also mehr Spektakel kann man aktuell nicht bekommen als bei Borussia Dortmund. Trotzdem ist es natürlich etwas, immer darauf zu hoffen, ein Tor mehr zu schießen als der andere. Die Hoffnung ist mit einem Erling Haaland vielleicht vorne gar nicht so klein und trotzdem ist es, glaube ich, nicht etwas, was sich nachhaltig tragen kann. Patricia, wenn wir uns die Tore angucken, hattest du eher das Gefühl, dass Leverkusen einfach wahnsinnig effizient ist, wenn man sich beispielsweise auch das Diaby-Tor aus der Distanz anguckt? Oder sieht man da schon strukturelle Probleme bei Dortmund? Wie gesagt, die anderen Partien in der Saison vom BVB haben es ja bislang auch hergegeben. Ja, es war schon, dass das Leverkusen ja konsequent ausgekontert hat. Also zumindest das erste und das zweite Tor, glaube ich, sogar auch, waren beides Kontertore. Nur beim dritten war das dann ja nach der Ecke, als Diaby trifft, glaube ich, und dass ich da irgendwie nochmal sogar den eigenen Mann im Weg hatte und den dann irgendwie dann trotzdem noch reingewurschtelt hat. Aber das ist schon auffällig, dass Dortmund da hinten einfach sehr, sehr offen ist, wenn sie denn dann auch mal den Ball verlieren und dann so ein Gegner wie Leverkusen auch dagegen steht. Das muss man ja auch sagen. Dortmund wird in der Liga nicht oft gegen Mannschaften spielen, die offensiv die Qualität von Leverkusen haben. Trotzdem ist das hinten einfach zu offen. Also wenn man bedenkt, die haben gegen Frankfurt 5 zu 2 gespielt, gegen ein Frankfurt, wo wir später auch noch dazu kommen, dass Offensiv sich jetzt auch noch nicht so gefunden hat, schon zwei Tore kassiert. Also ich würde schon sagen, dass da Marco Rose noch ein bisschen Arbeit hat in der Hintermannschaft beim BVB. Justin, ich weiß, dass du letztens einen genaueren Blick auf Seohane gelegt hattest und bei Leverkusen. Es ist natürlich die plakativste Frage, die mittlerweile fast schon Boulevardesk anmutet, aber trotzdem, weil sich viele unter ihm vielleicht noch nicht so viel vorstellen konnten bislang. Wie sieht denn der Seohane-Fußball aus und wie viel war in dieser Partie davon zu sehen? Also was auf jeden Fall schon seine Handschrift trägt, sind diese blitzschnellen, überfallartigen Kontermomente. Also das ist wirklich was, was glaube ich auch seine bisherigen Mannschaften wirklich gut umgesetzt haben. Das hat er bei Leverkusen auch sehr schnell implementiert. Das sieht teilweise schon sehr spektakulär aus, gerade mit so Spielern wie Diaby. Ich habe es gesagt, der einen überragenden Saisonstart hatte jetzt. Ja, das sieht schon gut aus und das macht schon Spaß dazu zu sehen, wenn die erstmal ins Laufen kommen, wenn die kombinieren. Man sieht es auch an der Aufstellung. Also mit dem hierbei wird Diaby, Schick, Paulinho eigentlich fünf Offensivspieler, wenn du so willst, auf dem Platz. Dann zwei sehr hohe Außenverteidiger, wobei Bacca noch ein bisschen offensiver agiert hat als Frimpong. Ja, und dann hast du mit Andrich Thar und Kusonu quasi die defensive Absicherung. Da wird er sicherlich noch ein bisschen ansetzen müssen. Auch Leverkusen wird gerne mal ausgekontert. Das war jetzt gegen Dortmund nicht ganz so oft der Fall, weil sie einen tieferen Ansatz gewählt haben, weil sie wirklich häufig dann auch diese Tiefenverteidigung, die ich vorhin genannt habe, darauf zurückgegriffen haben. Ich glaube, das ist auch was, was nicht ganz so im Sinne von Seohane ist, der ja doch sehr offensiv denkt, der schon auch versucht, den Gegner immer wieder in Phasen auch hoch unter Druck zu setzen mit sehr hohem Pressing. Das macht Leverkusen noch nicht ganz so oft. Sie setzen da den Fokus schon ein Stück weit auch darauf, kompakt zu bleiben und die Defensive nicht zu sehr aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, das ist was, was sich vielleicht noch ein bisschen entwickeln wird im Laufe der Saison, wo sie dann ein bisschen häufiger dann auch hoch rausschieben werden. Ich habe es gesagt, das 1 zu 0, das ist eigentlich so die Blaupause für das, was Seohane wahrscheinlich gerne häufiger sehen würde. Hochpressen, die Räume sehr eng machen, den Ball gewinnen und dann mit wenigen Kontakten zum Abschluss kommen. Und man merkt auch, dass das Schick sehr gut tut, der viel besser eingebunden ist als in der letzten Saison noch, der einfach mehr kombinieren kann auch mit seinen Mitspielern, der mehr in die Tiefe gehen kann, mehr auch gesucht wird von seinen Mitspielern, viele Abschlüsse hat. Und ich glaube, wenn er noch ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit zeigt, dann könnte das eine richtig gute Saison für ihn auch werden. Jemand, der mir unter Seohane jetzt auch schon sehr gut gefällt und was mich auch als reiner Fußballfan freut, ist, dass jemand wie Paulinho jetzt endlich reinfindet. Also vor ein paar Jahren verpflichtet worden für nicht wenig Geld bei Leverkusen. Hatte dann ja, glaube ich, eine Kreuzbandriss. Also ist auch lange ausgefallen, ist selten in Rhythmus gekommen. Und dieser Partie legte ja beispielsweise das Tor von Florian Wirz in der 9. Minute auf, hat da schnell den Blick. Und da muss ich sagen, das ist sehr schön, dass so jemand, glaube ich, jetzt endlich mal reinfindet und nicht mehr das Missverständnis zu sein scheint, was man vorher dachte, zusammen mit Wirz ist das schon eine sehr talentierte Offensive. Diaby, du hast über Schick gesprochen, der jetzt immer besser reinfindet. Also das war schon sehr, sehr gut. Gut, ich würde schon noch mal gerne über diese Szene reden des vermeintlichen 2 zu 1 von Borussia Dortmund, weil auch da es wieder viele Diskussionen gab und man muss, glaube ich, nicht jede Rasenfunk-Folge die Wahr-Diskussion aufmachen und trotzdem würde mich da eure Einschätzung interessieren. Es ging darum, dass das Tor, welches Bellingham erzielte und Haaland vorbereitete, meine ich, in der 39. Minute, also zwei Minuten nach dem 1 zu 1 deshalb abgepfiffen wurde, weil es im Vorfeld ein Foul von Dahoud gegeben haben soll. Die Diskussion entstand dann darin, dass gesagt wurde, ja, die Regel besagt, dass wenn ein Foul im Angriff passiert, dass das Tor nicht gelten kann. Die Distanz, die zeitliche Distanz aber zwischen dem vermeintlichen Foul von Dahoud an Diaby und dem Treffer von Bellingham zu groß gewesen sei. Wie ist da deine Meinung, Justin? Kann ich nachvollziehen, die Kritik. Ich glaube, regeltechnisch haben die Schiedsrichter alles auf ihrer Seite, um das zu begründen. Aber rein, wenn wir jetzt vom Gefühl sprechen, und Fußball ist nun mal auf vier Gefühlen, dann kann ich diese Kritik daran nachvollziehen, weil ich glaube nicht, dass das Foul entscheidend für den Spielzug war. Dortmund hat ja schon beim 1-1, das haben sie vorher übrigens nicht so gut gemacht, aber beim 1-1 haben sie es dann sehr gut gemacht, beispielsweise gut auf Meunier verlagert, der das Ding dann zu Haaland flankt. Beim vermeintlichen 2-1 war es dann eben genauso, auch wieder gut auf Meunier verlagert dort. Leverkusen wirklich sehr kompakt und dann eben auf den Außen zu spät. Also das war wirklich gut gespielt von Dortmund. Insofern fast schon schade, dass das abgefiffen wurde. Ja, also regeltechnisch, so würde ich es vielleicht formulieren, ist es okay, das so zu machen. Aber vom Gefühl her sage ich, das war jetzt nicht entscheidend für die Situation und dafür, dass dieser Angriff so gespielt wird, wie er eben gespielt wird. Insofern kann ich die Kritik daran nachvollziehen. Patricia, willst du Contra geben oder würdest du es genauso sehen als Fußballfan? Nee, ich sehe das ähnlich. Also regeltechnisch alles richtig, aber es ist halt schwer zu ertragen, wenn man dann auch weiß, das ist halt auch eine Zeit vorher passiert. Und dann passiert noch so viel, wie Justin schon sagt. Das Tor wird weiterhin noch schön rausgespielt, hat letztendlich gar nicht mehr so viel mit diesem Foul zu tun. Und dann wird es zurückgenommen. Das ist dann schon schwer zu ertragen, aber halt regeltechnisch gedeckt. Und ja, dann ist das so. Und Dortmund hat ja zum Glück auch weiterhin noch schöne Dinge rausgespielt. Was ich auch auffällig finde, wie ihr schon gesagt hattet, Leverkusen will da schon die Abwehr nicht vernachlässigen. Aber ich finde, die Zuordnung stimmt da auch noch nicht ganz. Also vor allem, dass Tarr bei Haaland, der stand einmal wirklich komplett weit weg von einem Spieler wie Haaland. Das darf da eigentlich nicht passieren. Also, dass du ein Kopfballduell gegen Haaland verlierst, ist, glaube ich, menschlich, ist auch in Ordnung. Dass man da aber wirklich einfach ein paar Meter zu weit wegsteht und den dann nicht mehr in das Duell kommt, finde ich dann schon ein bisschen fahrlässig. Und ich finde, Tarr hatte einige solche Aktionen drin, wo man dachte, gut, der hätte einfach besser stehen müssen. Und ich glaube, da muss Leverkusen auch noch ansetzen. Einfach vor allem, wenn sie selbst auch wieder so viel in die Offensive gehen. Das ist ein ähnliches Problem wie beim BVB, dass dann einfach hinten zu offen ist. Das stimmt. Gerade Tarr, muss man ja auch dazu sagen, der ist immer noch relativ jung, sage ich mal. Aber er ist halt trotzdem schon einer der erfahreneren Spieler. Hat ja auch schon viele Bundesliga-Jahre auf dem Buckel. Gerade von ihm erwartet man jetzt natürlich, dass er Schritte nach vorn macht. Man hat viel Erfahrung in Leverkusen verloren. Man muss sich die Startelf ja bloß mal angucken, wie viele junge Spieler da in der Startelf standen. Und da braucht man jetzt natürlich eine Achse, eine erfahrene Achse, die Konstanz reinbringt. Und wenn Spieler wie Tarr das nicht schaffen, dann droht Leverkusen natürlich das Gleiche, was sie bisher fast jedes Jahr erlebt haben. Dass sie dann hinten raus oder auch mitten in der Saison Phasen haben, wo es einfach nicht läuft, wo sie einfach die Stabilität nicht haben. Weil es ja ganz normal ist, dass junge Spieler eben auch Leistungsschwankungen haben. Und das ist mir bei Tarr auch aufgefallen, dass er häufiger, im Englischen würde man sagen, out of position war. Also weit weg von seinem Gegenspieler. Dadurch musste dann Baka auch immer wieder in die Mitte rücken. Das war eben bei diesen beiden Toren das eine aberkannte. Und eben der Ausgleich von Haaland war das wirklich frappierend. Da war Baka sehr, sehr zentral und kam dann eben nicht mehr rechtzeitig zu Meunier, um die Flanke zu verhindern. Und das sind Dinge, da muss Seouane dann dran arbeiten. Und wie gesagt, gerade Spieler wie Tarr, die müssen da vorangehen. Die müssen junge Spieler wie Kosounou, der neben ihm spielt, müssen sie einfach stützen mit Stabilität und mit konstanten Leistungen. Ansonsten wird es halt so ein Fremdpong-Fußball. Da geht es halt hin und her. Und, okay, das kann ich nicht einfach durchziehen. Aber tatsächlich, finde ich, ist Tarr so ein Thema. Er ist jetzt 25 Jahre alt. Wie du gesagt hast, Justin, er hat jetzt schon wirklich viele Bundesliga-Jahre auf dem Buckel, ist ja sehr früh in diesen Bundesliga-Zirkus hineingeworfen worden. Und sieht in dieser Partie mehrmals nicht gut aus. Kosounou muss sich, glaube ich, auch dahingehend finden. Der Ausfall von Tabso Bar tut weh. Der hat sich ja sehr schnell sehr unverzichtbar für Leverkusen gemacht. Und dann hast du natürlich Probleme. Wenn auch Julian Baumgartlinger, der fehlt jetzt erneut länger aus. Auf den kannst du auch nicht setzen. Die Bänder-Brüder sind gegangen. Das war, glaube ich, auch etwas, was in der Saisonprognose thematisiert wurde. Dieses vielleicht auch Vakuum an Führungsspielern. Und wenn es dieses Vakuum gibt, müssen jetzt Spieler wie Jonathan Tarr halt nachrücken und diese Rolle übernehmen. Ich glaube, genau deswegen wurde auch so jemand wie Robert Andrich verpflichtet, der natürlich diese Härte und diese Ernsthaftigkeit und diese Leidenschaft mitbringt. Und das ist in so einer Partie wie gegen Dortmund natürlich schwierig, wenn du niemanden auf dem Platz hast, der das Ding mal so ein bisschen runterkochen kann. Ich glaube, das war durchaus ersichtlich. Denn auch wenn Dortmund in der Partie ja nicht schlecht war, hatte Leverkusen, glaube ich, genug Möglichkeiten, dieses Spiel mal runterzukochen eigentlich und mal runterzubringen. Und nach einer Führung vielleicht auch mal ein paar Minuten länger ruhigere Ballbesitzphasen zu haben. Da ist dann natürlich auch so jemand wie ein Demmerball gefragt. Das hat so ein bisschen gefehlt, glaube ich. Ja, aber einen Spieler würde ich noch gerne ganz kurz thematisieren. Und dann sollte es auch Schluss sein mit diesem Segment, weil auch das dann sonst zu lange dauert. Julian Brandt, er zählt das 2 zu 2. Sehr sehenswert, wie er den Ball da mitnimmt. Da gehörte sicherlich ein bisschen Glück dazu und trotzdem adaptiert er da technisch sehr, sehr schnell. Ja, hui wie phui so ein bisschen, ne, Justin? Also Brandt hat in der Partie irgendwie alles gezeigt, was ihn irgendwie auszeichnet, im Positiven wie im Negativen. Ja, das stimmt. Also hat er in der ersten Halbzeit auch schon eine Riesenchance gehabt, die er irgendwie fast schon absurd vergibt. Ich weiß nicht, wo er da mit dem Kopf war, aber seine Füße hat er jedenfalls nicht unter Kontrolle gehabt. Sehr viel Glück für Leverkusen. Das wäre, glaube ich, sogar das frühere 1-1 gewesen. Ja, ansonsten viel Licht und Schatten. Was Brandt wirklich sehr gut macht, ist das Zusammenspiel mit Haaland. Also immer wieder dann auch diese wechselseitigen Bewegungen. Haaland lässt sich fallen. Brandt nutzt den Raum, der dahinter entsteht, geht sofort in die Tiefe. Haaland wird angespielt, steckt dann durch zu Brandt. Also so ist beispielsweise auch das 2-2 gefallen. Das war schon echt auf sehr hohem Niveau. Und da kann Brandt seine Qualitäten natürlich auch gut einbringen. Spielt in einer zentraleren Rolle als in der Vergangenheit. War ja sowieso immer ein Spieler, der von außen auch gern nach innen gezogen ist, eher die Halbräume bespielt hat. Ich glaube, der fühlt sich in so einer Position schon wohler als direkt am Flügel. Ja, insofern bin ich gespannt, ob er jetzt mehr Einsätze in Zukunft kriegen wird. Ich glaube schon, dass man das eher unter Empfehlung abstempeln kann. Ihm ist schon viel Positives gelungen. Hat aber auch den ein oder anderen Ballverlust drin gehabt, der dann natürlich tödlich wird. Ich glaube, auch vor einem Gegentor war er derjenige, der den Ball verloren hat. Und ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Könnte sein, dass es das 2-1 von Schick war. Ja, und dann wirst du natürlich dann so brutal ausgekontert, weil die Restverteidigung nicht so gut steht beim BVB. Würde ich jetzt nicht nur an ihm festmachen, aber solche Ballverluste darfst du den zentralen Räumen dann natürlich nicht erlauben. Richtig. So, falls ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich auch dieses Spiel zumachen wollen. Gebt mir ein kurzes Handzeichen. Haha. Nein, ich würde sagen, wir machen das damit zu. Wie gesagt, 3 zu 4 gewinnt Dortmund in Leverkusen. Dortmund damit jetzt drei Siege in vier Spielen und eine Niederlage, sprich neun Punkte, sind damit Tabellen Dritter. Leverkusen ist zwei Punkte dahinter, hat dementsprechend sieben Punkte nach vier Spielen. Für Borussia Dortmund und Leverkusen gehen jetzt ja auch dann die internationalen Wochen los. Dortmund wird nach Istanbul reisen zu Besiktas. Am Mittwoch wird dann gespielt, um danach zu Hause gegen Union Berlin zu spielen. Auch darauf darf man gespannt sein. Bei Leverkusen wird es jetzt zu Ferenc Farosch, immer schwerer Name, gehen in der Europa League. Am Donnerstag wird man zu Hause spielen und dann beim VfB Stuttgart gastieren. Das sind die Partien für die beiden Vereine in den nächsten Wochen. Und dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Mal, welches da heißt, jetzt habe ich hier eine Kapitelmarke falsch gesetzt. Es tut mir leid, ich bin hier noch im Praktikantenmodus. TSG Hoffenheim gegen Mainz 05. Dieses Spiel ging letztendlich an die Mainzer aus, an die Gäste. In der 21. Minute hatte Jonathan Burkhardt die 05er in Führung gebracht. In der 77. Minute beendete dann Marco Ingvatzen dieses Spiel mit seinem Treffer zum 2 zu 0. Es gab eine Verletzung zu verzeichnen. Auf Mainzer Seite musste er in der 33. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Alexander Hack in die Begegnung. Ich stelle mal eine ganz klassische Frage, Patricia. Mainz gewinnt dieses Spiel 2 zu 0. Waren die Mainzer so gut oder Hoffenheim so schlecht? Ich finde, Mainz hat das schon einfach sehr, sehr clever gemacht. Mainz glänzt ja unter Bo Svensson schon viel mit Pressing, Spiel und aggressivem Anlaufen. Wohingegen Hoffenheim da absolut kein Mittel dagegen fand. Also ich finde, Hoffenheim hat es versucht, hat auch sehr viel Ballbesitz gehabt. Man hat ihnen echt wirklich 65 Prozent Ballbesitz zu 35 Prozent. Also Mainz hat Hoffenheim komplett das Spiel überlassen, was ja auch der Plan war. Also Mainz ist einfach diese typische Kontermannschaft. Und ich finde, Hoffenheim hat da einfach kein Mittel dagegen gefunden, weil auch Mainz aber konzentriert hinten drin stand, wenn sie denn dann verteidigen mussten. Und deswegen finde ich, das ist schon auch ein verdientes 2 zu 0. Vor allem Mainz auch bockstark jetzt mit Bo Svensson. Ich hatte mal nachgeschaut. Er hat jetzt saisonübergreifend 45 von 75 möglichen Punkten geholt. Das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung. Und beeindruckend zu sehen, wie die sich auch entwickelt haben, weil die, finde ich, immer einen vielversprechenden Kader hatten, das aber nicht so auf den Platz bringen konnten. Und jetzt mit Svensson kommt das langsam. Und finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das hat man, finde ich, auch gegen Hoffenheim jetzt nochmal gesehen. Justin, warum hat Hoffenheim kein Mittel gefunden, um zu verhindern, dass Mainz dieses Spiel auf seine Stärken herunterbricht? Um deine erste Frage vielleicht nochmal zu beantworten. Hoffenheim kam nicht in die Poschen. Ich würde auch aber eher in den Chor derjenigen einstimmen, die Mainz loben. Jetzt ist hart an der Ganze schon. Können wir das schneiden? Bitte Abbruch. So viel Raum lasse ich dir in Zukunft nicht mehr für deine Wortwetze. Ja, da bin ich immer der erste Geiger. Nein, also, was war die Frage? Nein, also Mainz hat das schon echt sehr stark gemacht. Und wie Patrizia schon gesagt hat, dieses hohe Pressing, das zeichnet sie aus, sehr diszipliniert, mit ganz klarer Idee. Du siehst halt wirklich, wenn sie zupacken im Pressing, dann ist alles aufeinander abgestimmt. Sie sind gut auf den Gegner vorbereitet. Selbst wenn der mal umstellt, wozu ich dann gleich komme, haben sie immer eine Idee, wie sie den Gegner einfach einschnüren können. Wie sie da an die Bälle dann auch kommen und wirklich dieser Druck, das ist schon unglaublich. Weil, also klar, Mainz hat einen guten Kader, das haben sie auch immer gehabt. Sie haben gute Spieler, sie haben auch Spieler, die das gut umsetzen können. Aber individuell sind sie ja doch vielen Bundesligisten dann doch auf dem Papier zumindest unterlegen. Und wie sie es trotzdem schaffen, durch diesen taktischen Vorteil, dann Mannschaften wie Hoffenheim oder auch andere in der Liga, ja, vielleicht nicht an die Wand zu spielen, aber sie schon so unter Druck zu setzen, dass sie einfach komplett aus ihrem eigenen Spiel rausfallen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, wie gesagt, Hoffenheim umgestellt auf eine Viererkette, Richards und Vogt in der Innenverteidigung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie im letzten Spiel schon Viererkette gespielt haben, aber irgendwann hat Hoeneß halt die Entscheidung getroffen, von einer Fünfer auf eine Viererkette umzustellen. Ich finde, das funktioniert nicht so gut, weil Vogt und Richards für mich beide eher Dreierketten-Spieler sind. Richards, der gut ist, wenn er diesen Halbraum besetzen kann, wenn er da wirklich dann auch andere Passwinkel hat, als in dieser etwas zentraleren Innenverteidiger-Position. Vogt für mich jemand, der gut im Spielaufbau ist, der aber defensiv hin und wieder auch ein bisschen Absicherung braucht und deshalb in einer Dreierkette besser aufgehoben ist. Ich glaube, mit einer Dreierkette hätten sie auch ein bisschen bessere Passwinkel gegen dieses 5-3-2 der Mainzer gehabt. Und ich will das nicht nur daran festmachen. Ich glaube, Hoffenheim hat sich einfach komplett aus der Ruhe bringen lassen, weil sie immer in Gleich- oder Unterzahl-Situationen gegen Mainz waren, sich immer wieder auch in die Räume haben lenken lassen, die Mainz einfach haben wollte. Und es ist einfach nicht gut. Wenn du Kramaric, Rudi und Geiger im Zentrum hast, die sehr spielstark sind, dann musst du die auch irgendwie in die Partie bringen. Und das haben sie gar nicht geschafft. Sie haben immer wieder über die Außen dann gespielt, haben sich da von Mainz dann pressen lassen, haben nur selten es geschafft, sich dort dann zu befreien und Geiger oder Rudi ins Spiel zu bekommen. Kramaric auch nur mit ganz, ganz wenigen Akzenten. Also ich glaube, daran hat es so ein bisschen gekrankt beziehungsweise gelegen. Ja, das war für mich unerklärlich, dass Hoffenheim da so hektisch wurde und es nicht geschafft hat, da ein bisschen Ruhe reinzubringen und Mainz einfach auch mal ein bisschen ins Leere laufen zu lassen. Ich glaube, die Qualität haben sie eigentlich in ihren Reihen, aber sie haben es halt einfach nicht geschafft, weil Mainz an dem Tag die bessere Tagesform hatte und eben einen sehr, sehr guten Matchplan, wie auch in den vergangenen Partien schon. Für mich lag der Schlüssel der Partie auch im Zentrum. Also Boetius, Barrero und Kor haben dieser Hoffenheimer Zentrale einfach komplett den Schneid abgekauft, sehr viele Ballgewinne dahingehend erzielt, auch schon im Zentrum, wodurch es dann immer sehr schnell nach vorne ging. Ich würde da Barrero fast nochmal rausheben, der für mich eine wirklich wunderbare Partie gemacht hat, sehr diszipliniert gegen den Ball. Und wenn er den Ball dann hatte, immer sofort die Tiefe gesucht. Da merkt man auch, wie einstudiert das mittlerweile ist bei Mainz. Du hast sofort deine Einspielstation, die Spieler wissen sofort, in welche Räume sie zu laufen haben. Da sind auch die Außenspieler wie Wittmar und Lokokin nicht uninteressant, wie sie dann mit hochschieben. Aber vor allen Dingen Burkhardt und Unisivo haben da wahnsinnigen Betrieb gemacht. Du hast dann auch gemerkt, als Burkhardt dann das 1-0 gemacht hatte in der 20. Minute, da müssen wir auch nochmal drüber reden, Brun Larsen mit einem katastrophalen Fehlpass ins Zentrum hinein. Korr schaltet dann schnell, bedient Burkhardt, der dann sehenswert per Drehung trifft. Das hat Mainz einfach wahnsinnig clever, wie diszipliniert gemacht. Also für mich ist das einfach, wenn man sehr viel härter guckt, dann sind so Köln und Mainz gerade so Beispiele, wo man sich so denkt, ja warum denn nicht auch so? Wo du eine Mannschaft hast, die letztes Jahr große Probleme hatte, auch teilweise zusammengewürfelt wirkte und jetzt mit einem neuen Trainer, der eine klare Idee, eine klare Philosophie hat, plötzlich einen leidenschaftlichen Fußball spielt, wo jeder weiß, was der andere tut und wo jeder für den anderen arbeitet und man so individuelle Schwächen beispielsweise ausgleicht oder Formschwächen, weil das System einen vielleicht auch ein bisschen auffängt. Das ist beeindruckend bei Mainz. Und wie gesagt, ich fand, wie sie das Zentrum beherrscht haben und da Hoffenheim völlig den Schneid abgekauft haben, stark. Gacinovic und Brun Larsen hatten auf den Außen auch durchaus Probleme. Also Hoffenheim war irgendwann gezwungen, über die Außen zu spielen, aber zum einen, finde ich, hatte Raum auch nicht seinen besten Tag, wirkte nicht so präsent wie zuletzt, weil er auch oft defensiv gebunden war. Brun Larsen hatte viele Ballverluste, war oft überall zu finden, hat auch viel versucht, er war aber etwas glücklos. Auf der anderen Seite Gacinovic, der gar nicht zu gesehen war und ich glaube auch ja schon zur Halbzeit das Feld verlassen hatte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, dann kam Baumgartner. Und so war es ein bisschen unglücklich, auch für den Rütter vorne im Sturmzentrum. Der hat mir nicht mal schlecht gefallen. Der hat sich sehr oft fallen lassen ins Mittelfeld tief, hat Bälle festgemacht, war immer eine gute Anspielstation, hat auch mal eine Eins gegen Eins gesucht und gewonnen. Aber dann war einfach niemand da. Dann war einfach niemand da von der Offenheimer Seite, die irgendwie außerhalb von Kramaric und Flanken nichts zu bieten hatten offensiv. Und da erwarte ich mir mit einem Rudi und einem Geiger im Mittelfeld, auch wenn die beide später ausgewechselt wurden, sei es dann auch ein Grilic, erwarte ich mir schon insgesamt spielerisch mehr. Also da hatte ich auch schon mehr gesehen in den letzten Spielen. Das war für mich aus Hoffenheim-Sicht ein Rückschritt. Würdest du da mitgehen, Patrizia? Ja, ich hatte auch vor dem Spiel eigentlich mehr erwartet von Hoffenheim. Wie du schon sagtest, in den letzten Spielen gab es ja einige Anhaltspunkte, die Hoffnung gemacht haben. Gute Ergebnisse auch. Aber ja, gegen Mainz hat das einfach nicht funktioniert. Wie du schon richtig gesagt hast, da hat es an Ballsicherheit gefehlt. Ich finde auch, Mainz war sehr, sehr stark in den Zweikämpfen. Also da ist Hoffenheim auch überhaupt nicht reingekommen. Ganz kurz, ich meine über 60 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Und Zweikampfquote immer mit Vorsicht zu betrachten. Wenn sie aber so deutlich ist, ist es ein Zeichen, ja. Ja, von daher fand ich das, ja, ich glaube einfach Tagesform abhängig auch ein bisschen. Aber Mainz hat das auch stark gemacht. Wie du auch schon sagtest, Köln und Mainz auch mit den neuen Trainern. Das finde ich besonders beeindruckend, weil da kommen wir ja später dann auch noch dazu. Es gibt ja viele andere Mannschaften mit neuen Trainern, bei denen das eben noch nicht alles so gut funktioniert. Aber vor allem Köln und Mainz sind da, finde ich, Positivbeispiele, dass das die Mannschaft schon sehr, sehr gut angenommen hat und die Ideen des Trainers perfekt umsetzt. Und bei Mainz auch Burkhardt sehr, sehr beeindruckend. Also es ist so ein junger Spieler. Ich weiß nicht, ist er 20, 21 Jahre alt, glaube ich. Und der hat eine Technik, der läuft viel, der läuft auch viel an, erobert Bälle. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ja, da muss man einfach mal loben, was es zu loben gibt, würde ich sagen. Ja, und Hoffenheim habe ich aber auch noch nicht abgeschrieben. Also ich glaube, wie ihr schon sagtet, wenn man die Spieler, die man eben in der Zentrale hat, auch richtig einsetzt und die mehr zum Zukommen, wird sich Hoffenheim da auch noch mal wieder besser präsentieren. Ich meine, wie schon gesagt, in den letzten Spielen war das gar nicht so gravierend, wie das jetzt gegen Mainz wirkte. Ich glaube, man kann den Bogen da noch mal zur Anfangsphase auch noch mal schön schlagen. Mainz hat es sehr gut geschafft, Hoffenheim da spielen zu lassen, wo sie sie spielen lassen wollten. Und andersherum kann man das so formulieren, dass Hoffenheim viele Bälle gespielt hatte, in die sie gezwungen wurden. Das heißt, dass sie immer reagieren mussten, selbst wenn sie den Ball hatten. Und das ist eine Situation, die ist für so eine Mannschaft wie Hoffenheim natürlich dann, ja, ich mag das Wort tödlich nicht, ja, einfach unvorteilhaft. Da musst du dann versuchen, dem irgendwie deinen eigenen Stempel aufzudrücken. Das ist natürlich brutal schwer gegen eine Mannschaft, die so gut gegen den Ball organisiert ist, wie Mainz es ist. Aber das muss der Anspruch sein. Und deshalb habe ich auch Rudi und Geiger und auch Kramaric so hervorgehoben vorhin, weil die natürlich, ja, mit ihrer technischen Qualität, Rudi und Kramaric dann auch mit ihrer Erfahrung, eigentlich in der Lage dazu sein sollten, diese Momente zu übernehmen und das gut zu lesen und sich dann in den Räumen eben entsprechend anzubieten, um was Überraschendes zu machen und eben nicht das zu machen, was Mainz will, was du gerade machst. Und ja, das war in vielen Phasen der Partie eben sehr, sehr auffällig, dass Hoffenheim es nicht geschafft hat, den eigenen Stempel da aufzudrücken und sich hat von Mainz quasi manipulieren lassen. Das ist für mich aber immer noch so eine Frage, was ist der Hoffenheimer oder was ist der Hoeneßstempel? Also ich habe schon viele Stilmittel gesehen. Manchmal ist man die Kontermannschaft, manchmal ist man eine Ballbesitzmannschaft, manchmal ist man eine Pressingmannschaft. Da tue ich mich auch noch schwer. Sie machen in all diesen Dingen viele Elemente gut und es gab, wie gesagt, auch schon gute Partien in dieser Saison, beispielsweise gegen den FC Augsburg. Und trotzdem tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer, Hoffenheim zu greifen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was die Mannschaft oder der Verein seit mehr als einem Jahr haben. Letzte Saison sicherlich auch durch Verletzungen und so weiter. Das wurde ja alles aufgearbeitet. Nicht so einfach gewesen. Und trotzdem tue ich mich noch so ein bisschen schwer zu sagen, ah, okay, das ist jetzt der Hoffenheimer Weg. Vielleicht sollte der jetzt auch schon gegen Mainz ein bisschen anfangen, dass man diese sehr spielstarke Zentrale hat. Das ist durchaus möglich. Auch Rütter ja ein Stürmer, der auch eher spielerisch-technisch veranlagt ist, der jetzt ja kein klassischer Wannspieler ist oder ähnliches. Der kommt ja auch über Technik, über Halbräume. Und eventuell ist das ein Weg. Und das hat jetzt einfach gegen Mainz, die eine sehr gute Antwort darauf gefunden haben, vielleicht noch nicht gepasst. Zu Mainz, wir müssen das Spiel ja natürlich noch zumachen. In der 77. Minute gab es das 2 zu 0 von Ingwertsen. Für mich nach der Einwechslung Anton Stache raus. Marschiert die rechte Seite entlang. Hoffenheim bekam überhaupt keinen Zugruf und Ingwertsen schließt dann perfekt ab. Also auch 2 Einwechselspieler, die dann das Tor machen. Und auch trotz des Faktes, dass es 2 Einwechselspieler waren, fand ich auch beeindruckend, dass Mainz bis zum Ende diese Intensität hatte. Also die sind ja bis zum Ende angelaufen, intensive Läufe gemacht, wahnsinnig leidenschaftlich. Und ja, also die tun sich auch alles an, um so ein Spiel zu gewinnen. Also das finde ich wirklich beeindruckend, mit welcher Körperlichkeit, mit welcher Ausdauer sie in diese Partien auch gehen, wie sie marschieren. Und dieses 2 zu 0 steht dann ein bisschen stellvertretend dafür, dass du da noch die Luft hast, dann diesen Angriff zu fahren. Ja, und für mich war Hoffenheim, wie gesagt, offensiv wie defensiv überhaupt nicht zwingend. Es fehlte durchgängig an Konsequenz in den Aktionen. Defensiv ganz oft zu weit weg. Ich fand, dass Kevin Vogt auch echt nicht gut aussah gegen Unisivo. Offensiv fiel einem außer Flanken eigentlich nichts ein. Und so würde ich sagen, können wir es rund machen und sagen, dass das eine verdiente Niederlage aus Hoffenheimer Sicht war und ein verdienter Sieg aus Mainzer Sicht. Bei Hoffenheim, weil du gerade Hoeneß auch angesprochen hast, das ist ja was, was ihn auch schon ein bisschen begleitet. Er hat ja vorher die FC Bayern Amateure trainiert, war dort auf dem Papier sehr erfolgreich durch eine sehr starke Rückrunde, wo sie dann Meister geworden sind. Und dieser Erfolg rechtfertigt sich vielleicht auch noch mal ein Stück mehr dadurch, dass sie dann im nächsten Jahr eben abgestiegen sind, wobei da natürlich auch ein riesen Umbruch war. Was ich aber sagen will, schon damals hat sich eigentlich auch so ein bisschen die Frage gestellt, was ist eigentlich jetzt die konkrete Spielidee von Sebastian Hoeneß? Wo will er eigentlich hin? Das war, mit Ball war es meistens relativ ideenlos. Gerade in der Hinrunde, in der Rückrunde kam dann Angelo Stiller, den er jetzt auch Hoffenheim verpflichtet hat, der ihm so ein bisschen auf gut Deutsch den Arsch gerettet hat, weil Stiller eben auch wirklich diese Mannschaft getragen hat dort in der dritten Liga. Und insofern, diese Kritik, die begleitet ihn schon länger. Und ich glaube, das wird seine große Aufgabe sein, dass man da ein paar Monate neben sagt, ah, das soll also, das soll die klar erkennbare Idee sein. Und das ist Stand jetzt, da stimme ich dir zu, noch nicht der Fall. Gut, wir werden es sehen müssen. Und das ist der perfekte Ausblick dann auch, um dieses Segment dann zuzumachen. Hoffenheim wird als nächstes in Bielefeld antreten. Durchaus schon interessant zu sehen, wie da sich Mannschaft vielleicht auch schon mit Druck auseinandersetzen. Denn Hoffenheim, ja, ist nicht schlecht gestartet, kann man gar nicht sagen, mit vier Punkten aus vier Spielen. Und trotzdem ist die Erwartungshaltung natürlich schon, dass man in Bielefeld was mitnimmt. Und auf der anderen Seite, Mainz 05 wird zu Hause den SC Freiburg empfangen, hatte ich schon beim Freiburg-Spiel gesagt. Auch, ich glaube, das wird eine taktisch sehr interessante Partie, sehr umkämpfte Partie werden. Denn körperlich wird es auf jeden Fall zur Sache gehen und mal sehen, ob und wer im gegebenen Fall dann da als Sieger hervorgeht. Wir kommen zum nächsten Spiel, das letzte Spiel vor dem Schwerpunktthema heute. Dieses Spiel ist Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. Es gab, wie ich bereits am Anfang sagte, drei Sonntagspartien. Die Partie zwischen Gladbach und Bielefeld fand am Sonntag um 19.30 Uhr statt. Es war dementsprechend das Spiel, was den Spieltag zugemacht hat. In einer lange Zeit ja offenen Begegnung, würde ich sagen, die auch lange Zeit ja auch auf dem Ergebnisbogen offen war, hat sich Borussia Mönchengladbach dann zu Hause doch mit 3 zu 1 durchgesetzt. Zum Ende hin hat sich dann doch die individuelle Qualität durchgesetzt. In der 35. Minute ging man durch Lars Stindl in Führung. In der 45. plus 2, also kurz vor dem Halbzeitpfiff, glich dann Okugawa aus. Es war dann wieder Lars Stindl, der in der 69. Minute zum 2 zu 1 traf. Und nur drei Minuten später machte Dennis Zakaria dann die Begegnung zu. So, ich habe gesagt, die Partie war lange ausgeglichen und umkämpft. Das liegt sicherlich auch an einer guten Bielefelder Mannschaft. Patricia, was hat die Arminia in dieser Partie gut gemacht, sodass es so lange danach aussah, als würde man was mitnehmen können in Gladbach? Ja, auch hier das Ergebnis finde ich tatsächlich schon zu hoch, wenn man den Spielverlauf betrachtet. Also Arminia hat das schon sehr stark gemacht, hat auch starkes Pressing gespielt, viele Möglichkeiten sich auch erarbeitet, war aber nicht mit der letzten Konsequenz dann im Abschluss unterwegs. Und ja, dadurch haben dann halt die Tore gefehlt, die sie vielleicht auch letztendlich noch weitergebracht hätten. Vor allem, weil ich fand, wie du schon sagtest, so die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Hinten raus, so ab der 60. Minute würde ich sagen, hat Gladbach dann aber, ja, hat es bei Gladbach gegriffen. Ich hatte das Gefühl, die Gladbacher hatten Ideen, haben auch die Laufwege und die Ideen für einen Angriff, können das aber noch nicht so richtig aufs Feld bringen. Also dieses typische, du hast einen neuen Trainer und dir fehlt noch so diese Griffigkeit im Spiel. Und das hat bei Gladbach gefehlt. Das konnte Bielefeld fast schon ausnutzen. Ja, aber letztendlich war es halt zu wenig dann vor dem Tor, was mir wirklich leid tut. Vor allem auch, wenn man hört, Kramer meinte nach dem Spiel, dass sie ja überrascht waren, dass Gladbach mit Fünferkette gespielt hat, was ja auch so war. Also Gladbach hat die ersten Spiele wohl immer mit der Viererkette gespielt. Und jetzt gegen Arminia Bielefeld das erste Mal hat Adi Hütter seine berüchtigte Fünferkette ausgepackt. Und ja, wenn man dann bedenkt, dass die Arminia da gar nicht so drauf eingestellt war, hat das doch sehr, sehr gut funktioniert, der Matchplan. Was war denn der Matchplan, Justin? Matchplan von Arminia war es, glaube ich, in einem kompakten 4-4-2 so ein Mittelfeldpressing zu spielen, in dem man aber immer wieder dann auch klug rausgeschoben ist. Also das heißt, man hat nicht irgendwie darauf gewartet, was macht Gladbach, sondern man hat gerade, wenn der Ball ins Zentrum gespielt wurde, sehr aggressiv zugepackt. Und damit kam Gladbach lange Zeit gar nicht zurecht, gerade in der ersten Halbzeit viele Ballverluste. Form 1-1, auch da ein Paradebeispiel, wo sie im Zentrum den Ball verlieren, weil Bielefeld einfach gut zupackt und dann mit wenigen Kontakten Okugawa vorne freigespielt wird. Fast schon ein bisschen auch stellvertretend dafür dieses Tor, was Bielefeld noch fehlt. Patricia hat es angesprochen, du hast vorne nicht so diesen Spieler mit Killer-Instinkt, der wirklich dann diese Tore dann auch sicher macht. Und das ist ein ganz großes Problem für die Bielefelder. Sie spielen tolles Pressing, sie stehen sehr kompakt, machen die Räume extrem eng, schaffen es auch immer wieder, den Gegner dann in diese Zonen reinzulenken, um dort eben die Bälle zu gewinnen. Und was mir wirklich sehr gut gefällt, ist, dass sie eben mit Wimmer, mit Okugawa, auch mit Schöpf, dass sie da Spieler haben, die durchaus auch mal dribbeln können, die auch mal anziehen können, die Tempo reinbringen in diese Konter und dann am Ende eben auch sich gegenseitig freispielen können. Aber du musst die Gelegenheit dann natürlich auch beim Schöpfe packen. Ich bin mal hier gleich, wenn du so weitermachst. Ja, skelly Wortspiele. Das machen sie nicht. Das ist ein großes Problem. Sie hatten gegen Gladbach die Chance, selber in Führung zu gehen in der zweiten Halbzeit. Das haben sie nicht getan. Stattdessen Gladbach dann eben eiskalt vorm Tor. Ich glaube dennoch, auch wenn Gladbach nicht den besten Auftritt hatte und sich wirklich oft dann auch von Bielefeld hat überrumpeln lassen, dass sie im Laufe des Spiels mit den Bielefeldern besser klargekommen sind und dass sie Fortschritte gemacht haben im Vergleich zu den letzten Wochen, wo Gladbach ja durchaus auch die ein oder andere berechtigte Kritik erhalten hat. Richtig. Also ich fände es auch nochmal, du hast es vollkommen richtig gesagt, dieser Killerinstink fehlt ein bisschen. Kapitän Klos hat vorne gespielt. Später kam noch Yanni Serra in die Partie, Florian Krüger kam, Breon, Lasme oder Lasme kamen noch in die Partie. Also drei offensive Spieler wurden ja eingewechselt. Die Chancen wurden aber nicht mehr, beziehungsweise die Effizienz wurde nicht besser. Auf der anderen Seite hast du dann eben Borussia Mönchengladbach die, und Patricia hat es schon richtig gesagt, auch das fiel mir auf, eigentlich hat schon zwischendurch schon sehr viel gestimmt in der Begegnung. Also wenn du den Ball hattest, hast du dich immer mal wieder, also das wurde mit dem Fortschreiten der Partie immer besser, hast du dich aus dem Pressing fallen, Bielefelds befreien können, schnell Verlagerung spielen können. Ich finde, ganz offensichtlich wurde das auch beim ersten Treffer durch Stindl. Da hat man sich sehr schnell durchs Mittelfeld kombinieren können. Netz zieht mit dem Ball dann leicht nach innen, gibt ihn an Stindl ab, der dann trifft. Natürlich sehr viel Glück gehabt, dass der Ball so abgefälscht ist und dann über Ortega rübersegelt. Und trotzdem war das ein vorher gut gespielter Angriff. Und das 2-1 und 3-1 war trotzdem, weil Bielefeld ja weitermarschiert ist, weitermutig geblieben ist, ein bisschen überraschend, oder? Beziehungsweise diese Treffer fallen so ein bisschen aus dem Nichts, auch weil sie in so kurzer Aufeinanderfolge passiert sind. Patricia, wie hast du diese Spielphase wahrgenommen? Hat das zum Verlauf gepasst oder wurde da Bielefeld kalt erwischt? Nee, überhaupt nicht. Also ich fand, das kam sogar immer in so Bielefelder Druckphasen rein. Auch das 1-0 war schon so ein Ding, wo ich mir dachte, also ich fand es dann irgendwie schade, weil es der Spielverlauf überhaupt nicht hergegeben hat und man sich eigentlich jetzt erwartet hat, Bielefeld wird sich belohnen. Und ja, dann legt der Luca dem Stindl da einen auf und dann klingelt es im Netz. Ich wollte auch mal einen raushauen. Aber ... Ist notiert. Ich führe eine Strichliste. Das ist so ein bisschen beim Triel gestern. Also was so Redezeit angeht, das war ich mit Wortwitzen. Und Patricia hat noch sehr viel Zeit offen. Ja, ja, ich habe mich zurückgehalten, weil ihr seid ja schon sehr gut in Fahrt gekommen. Du bist ja neu im Haus. Genau. Und nee, um drauf zurückzukommen, ich fand, das kam wirklich immer so ein bisschen überraschend, wie du schon sagtest. Vor allem das 2- und das 3-1 fielen dann schnell hintereinander. Aber auch, nachdem Bielefeld eigentlich schon wieder gut Druck gemacht hat. Deswegen war das ein bisschen unglücklich, würde ich fast schon sagen. Schlussendlich aber trotzdem schön rausgespielt und dann auch verdient. Also auch, ich finde auch Luca Netz, um den nochmal hervorzuheben, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, da auf dieser Schienenposition links außen. Das Gleiche dann aber auch mit der Einwechslung von Hermann. Hermann ja routiniert bei Gladbach und auch der macht das, was er machen soll. Also der bringt die Flanken gut rein und dann funktioniert es einfach. Also da merkt man schon, glaube ich, die individuelle Klasse von Gladbach gegenüber der von Arminia Bielefeld letztendlich. Richtig. Wolf, Hermann, Benisch und Embolo sind eingewechselt worden. Das spricht eine klare Sprache. Netz musste ja dann verletzt runter in der 58. Minute. Das war durchaus bitter, weil ich auch finde, dass er sehr gut im Spiel war, den Plan sehr gut umgesetzt hat. Ich fand das immer sehr schön zu sehen, wenn Gladbach in Angriffe kam, wie Skelly und Netz hochgeschoben haben und die Gladbach-Offensive sich so aufgefächert hat quasi und eine sofortige Breite da war und da waren diese Tiefenläufe von Netz sehr, sehr wichtig, der, wie gesagt, dann auch seinen ersten Bundesliga-Assist jetzt gegeben hat. Jetzt, um mal diese Frage zu klären, die sich natürlich nach jedem Spiel immer gestellt wird, war das jetzt verdient, war das unverdient, Justin? Findest du, dass Gladbach dieses Heimspiel verdient gewonnen hat? Und wenn ja, ähm, nee, oder andersrum, andersrum. Gladbach hat, hat Gladbach dieses Spiel verdient gewonnen? Beziehungsweise, was muss man sich noch vorwerfen lassen, warum dieses Spiel auch anders hätte ausgehen können? Ähm, ja, ich würde Patrizia schon bei der These zustimmen, dass sie es am Ende dann sich verdient haben. Sie hatten ein paar mehr klare Chancen. Sie haben ihre Chancen dann eben auch genutzt. Das ist ein Stück weit auch Qualität. Das ist nicht nur immer, aha, wir hatten viele Abschlüsse und einfach Pech im Abschluss. Das ist bei Bielefeld halt schon sehr auffällig, dass es da an Qualität fehlt im Abschluss. Gladbach hat diese Qualität, hat dann sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt, gerade beim ersten Tor von Stindl auch. Also dementsprechend, Gladbach hat sich das schon verdient. Ich glaube, ausbaufähig ist nach wie vor die Abstimmung. Und das ist ein Stück weit auch ganz normal. Der Trainer ist neu. Er hat keine einfache Vorbereitung gehabt, weil viele Spieler auch gefehlt haben. Muss sein System auch erst finden. Hat jetzt umgestellt auf Dreierkette während des Spiels. Hat er dann wieder umgestellt auf eine Viererkette. Fand ich auch sehr interessant. Ich glaube, das war nachdem Luca Netz runter musste. Da hat er dann auf eine Viererkette umgestellt. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass Gladbach sich nach vorn ein bisschen mehr zugetraut hat. Und in diese Phase sind dann auch diese beiden Tore gefallen. Und Gladbach hat sich dann danach so ein bisschen mehr dann auch festspielen können und ein bisschen mehr Kontrolle ins Spiel bringen können. Also da muss Hütter auch erst finden, was ist jetzt eigentlich das System, das wir spielen wollen? Was passt am besten zu den Einzelspielern? Die Spieler unter sich müssen sich natürlich erst mal noch finden. Klar, viele spielen schon jahrelang zusammen, aber dann mit dem neuen Trainer und neuen Laufwegen, neuen Pässen, die sie auch spielen müssen. Das ist alles nicht ganz so einfach. Und ich glaube schon, dass Gladbach jetzt von Spiel zu Spiel Fortschritte gemacht hat. Aber die fehlende Präzision ist halt sehr auffällig. Und dass sie viele einfache Abspielfehler machen, teilweise auch ohne Druck, das ist was, das darf dir nicht passieren auf diesem Niveau. Und da müssen sie sehr schnell dran arbeiten. Ansonsten finde ich, dass sie defensiv kleine Fortschritte gemacht haben. Wenn man jetzt mal diese individuellen Fehler rausnimmt, glaube ich schon, dass es taktisch mit der Fünferkette auch defensiv besser funktioniert hat als in den Vorwochen. Also könnte gut sein, dass das Hütter auf sein berüchtigtes 3-4-2-1 in Zukunft häufiger setzt. Das wird sicherlich auch davon abhängen, ich weiß jetzt noch nicht, wie schwer die Verletzung von Netz ist. Aber ja, Netz und Skelly haben ja beide sehr, sehr gute Spiele gemacht jetzt, sich präsentieren können. Und ich glaube, dass denen auch diese Rolle liegt. Und das bietet den Offensivspielern ja auch die Möglichkeit, ein bisschen zentraler zu agieren. Und ich glaube, das kommt den Gladbacher Offensivspielern sehr entgegen. Sie haben nicht so diese klassischen Flügelspieler, die von dort eben diese Eins-gegen-eins-Situation suchen, sondern eher Spieler, die auch gern mal einrücken und sich in diesen zentraleren Räumen wohler fühlen. Und ja, das kommt Gladbach, glaube ich, entgegen. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Hütter jetzt in den kommenden Wochen auch häufiger mal auf dieses 3-4-2-1 setzen wird. Wunderbar. Ich finde, damit haben wir eigentlich soweit alles besprochen. Es war, ich glaube, auch einfach jetzt wichtig allein für den Kopf. Also man hatte ja schon gute Ansätze gezeigt als Borussia, aber bis dahin noch keinen Sieg geholt. Das hat man jetzt damit verbucht, den ersten Sieg der Saison, zumindest was die Liga angeht. Steht nur mit vier Punkten nach vier Spielen da. Arminia wiederum wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Hat jetzt drei Unentschieden in vier Spielen gesammelt und jetzt eben die Niederlage in Gladbach. Für die Fohlen geht es danach weiter beim FC Augsburg am kommenden Samstag um 15.30. Da wird es dann wieder darum gehen, einen tief stehenden Gegner zu knacken. Mal sehen, wie sie sich da schlagen werden. Und für die Arminia, die begrüßen die TSG Hoffenheim am kommenden Spieltag, wie ich es eben schon mal aus Hoffenheimer Sicht gesagt hatte. Und auch da kann man gespannt sein. Auch diese Partie findet am Samstag um 15.30 Uhr statt. So, ich würde sagen, damit kommen wir zum tatsächlich dann Schwerpunkt dieser Sendung, dieser Folge. Aber vorher müssen wir natürlich über das Spiel als solches sprechen. Eintracht Frankfurt hat den VfB Stuttgart am Sonntag um 15.30 Uhr im heimischen Stadion begrüßen dürfen. Die Partie lange stand es 0 zu 0. Erst in der 79. Minute traf natürlich Philipp Kostic. Wie sollte es anders sein? Ausgerechnet er, ausgerechnet gegen den Ex-Verein. Aber diese Führung sollte keine zehn Minuten halten. Dann glich auch VfB-Neuzugang Omar Mamouche aus. Da wir, glaube ich, Patrizia bezüglich des Schwerfpunkts länger hören werden, frage ich jetzt erst mal Justin. Und da würde ich quasi mit einer These oder dem Zitat von Hinteregger einsteigen, der sagte, Frankfurt habe eine nahezu perfekte Partie abgeliefert. Und er ist deshalb sehr enttäuscht, dass es nicht für einen Sieg gereicht hat. Würdest du da mitgehen und falls nicht, warum? Naja, also perfekt ist schon sehr hoch gegriffen. Ich glaube, Frankfurt hat Fortschritte gemacht im Vergleich zu den letzten Wochen. Haben ein ähnliches Problem wie Gladbach, dass die Abstimmung auf das neue Spielsystem noch nicht so zu 100 Prozent da ist. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Haben einen neuen Trainer, der auf schon andere Dinge Wert legt, als es Hütter vorher getan hat. Also schon mehr darauf Wert legt, dass ein kontrolliertes Ballbesitzspiel gezeigt wird. Vielleicht auch mit weniger Tempo in die Spitze gespielt wird, um einfach mehr Kontrolle auf den Platz zu bekommen. Und in Frankfurt ist man ja doch eher Tempo-Fußball gewohnt. Also Fußball, der sich vor allem auch über hohe Gegenpressing-Momente definiert hat. Viel Körperlichkeit, schnelle offensive Umschaltmomente mit vielen Pässen in die Spitze. Das war ja schon eher der Frankfurt-Fußball zu seinen besten Zeiten in den letzten Jahren. Und da ist Glasner natürlich schon eine Veränderung. Der hat ja auch mit Wolfsburg einen sehr strukturierten Fußball spielen lassen. Einen sehr geduldigen Fußball auch. Viel Ballbesitz. Und diese Umstellung wird, glaube ich, Zeit kosten bei Frankfurt. Und das sieht man jetzt schon, dass sie einen kleinen Fortschritt gemacht haben. Gerade gegen Stuttgart. Die anders gespielt haben als in den letzten Wochen. Aber die eine gewisse Qualität haben, einen guten Saisonstart auch hatten. Die gerade offensiv viel Qualität mitbringen. Und da stand Frankfurt defensiv über weite Strecken sehr stabil. Hat es nach einer eher schwierigeren Anfangsphase gut geschafft, Kontrolle in die Partie zu bringen. Hat den Ball gut laufen lassen. Was mir aber gefehlt hat, um wirklich dann auch Hinteregger so ein bisschen zu widersprechen, ist die Qualität im Spiel nach vorn. Und das kam wirklich erst, als Philipp Kostic dann eingewechselt wurde. Vorher war es mir zu wenig durchschlagskräftig. Da haben sie vorne nicht so die Idee gefunden, wie knacken wir jetzt die Stuttgarter eigentlich? Wie spielen wir sie auseinander? Wie kommen wir gefährlich in den Strafraum? Ja, da war relativ wenig Kreativität vorhanden. Dennoch im Vergleich zu den letzten Wochen schon eine bessere Leistung. Ich hatte auch gesagt, dass ich finde, es bis zum letzten Drittel gut aussah. Bis dahin hat man es eigentlich organisiert gespielt bekommen. Da fand ich vor allen Dingen Sow sehr auffällig. Gute Körperlichkeit, immer wieder Bälle festgemacht. Schon in der gegnerischen Hälfte dann den klugen Pass gespielt. Also für mich ja eigentlich der Hauptcharakter, wenn es darum ging, das Spiel aufzubauen. Und ab da, aber bis zum letzten Drittel, da war es gut und ab da fehlten mir einfach die Ideen. Am Ende hatte man 17 zu 9 Abschlüsse, aber auch nur 4 zu 3 aufs Tor. Man hatte zwar knapp 60 Prozent Ballbesitz, aber es fehlte mir irgendwie die Durchschlagskraft. Wie du es auch schon vollkommen richtig gesagt hast, da war zu wenig Druck hinter. Und wenn du, und es ist auch unglücklich, natürlich, du bringst Lammers als Stoßstürmer diesmal als Variante vorne rein, den du durchaus ja auch mit hohen Bällen bedienen willst, der dann aber gegen Kempf, Anton und Mafropanos steht. Also die Flanken haben dementsprechend auch überhaupt keine Wirkung gezeigt. Und dann war man sehr davon abhängig, in meinen Augen, dass Kamada irgendeine Idee hat. Weil Lindström ein bisschen abgemeldet war, Hauge sich oft in kleinen, engen Räumen irgendwie ein bisschen festgehangen hat. Aber Kamada hatte durchaus immer mal wieder gute Ideen, indem er sich, wie man es von ihm kennt, ja auch sehr klug zwischen Halbräumen bewegt hat. So, und dementsprechend fand ich auch, dass es keine perfekte Partie war. Bis zum letzten Drittel war es mir zu wenig. Was ist dir noch aufgefallen, Patricia, besonders defensiv? Denn ich hatte folgenden Eindruck, ich finde, das Pressing von Frankfurt hat gut funktioniert. Also man hat Stuttgart es sehr schwer gemacht, hinten sauber rauszukommen. Sobald aber diese erste Pressinglinie von Frankfurt überspielt war, hatte man durchaus Probleme, besonders mit einem Mammusch, der ja auch mal in den 1 gegen 1 gehen kann. Hast du das ähnlich beobachtet oder erzähle ich Quatsch? Nee, absolut. Ich glaube, ihr beide habt gerade so fast jeden Punkt auf meiner Liste abgehakt, den ich auch gehabt hätte. Also ihr habt das schon ziemlich treffend, glaube ich, beschrieben. Und ja, man hatte sehr, sehr große Probleme mit Mammusch, der das auch selbst sehr, sehr gut macht. Also es ist ein technisch sehr starker Spieler. Aber die Abwehr kam halt auch überhaupt gar nicht damit zurecht. Der hatte viel zu viel Platz hinten. Klar, man hat halt dadurch, dass die Außenverteidiger oft auch ein Stück vorgehen, um die Sechser zu unterstützen, weil da sehr, sehr viel Raum ist neben den beiden Sechsern aufgrund des 4-2-3-1, hat man dann hinten natürlich auch wieder, also wenn man da dann vorbeikommt, ist hinten schon sehr offen. Und wenn dann noch ein Innenverteidiger einfach das direkte Duell verliert, dann wird es auch schon sehr schnell brenzlig. Es passiert nicht oft, aber wenn es passiert ist, dann war es eigentlich auch immer Mammusch, der sehr gefährlich war. Umgekehrt, wie wir schon richtig gesagt haben, wenn es bei der Eintracht irgendwie jemanden gab, der, ja, auf den es ankam, dann war es Kamada. Also Kamada war so der einzige Hoffnungsschimmer, finde ich, vorne, der so ins Spiel kam. Hauge ist jemand, der eigentlich auch ein Spieler ist, der Ideen hat, der auch diese Körperlichkeit hat, dieses Tempo, Dribblingstärke, kam aber irgendwie gegen Stuttgart nicht wirklich an. Also man hat gesehen, er war sehr bemüht, er hat viel versucht, hat dann aber die Zweikämpfe verloren und ist nicht wirklich durchgekommen. Was mir auch aufgefallen ist, dass die langen Bälle, also es gab viel mehr lange Bälle als in den vorherigen Partien, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man Stuttgart so seiner Pressingstärke berauben wollte. Also Stuttgart kann nicht pressen, wenn die Eintracht einen langen Ball nach vorne ballert. Wie du schon sagtest, Lamas war nicht der Abnehmer, aber dafür Kamada. Also Kamada hat sehr viele lange Bälle angenommen, überraschenderweise ein bisschen. Hat die eigentlich auch ganz gut festgemacht und weiter verteilt, aber wie ihr ja auch schon sagtet, da fehlt einfach so dieser, im letzten Drittel diese Konsequenz und auch die Abstimmung. Also da geht noch nicht alles zusammen, liegt wahrscheinlich auch daran, dass da einfach sehr, sehr viel Neues ist, sehr viele neue Eindrücke, auch mit dem Trainer, aber auch die Spieler. Also die spielen so relativ neu zusammen, auch wenn ein Kern der Mannschaft eigentlich schon zusammengeblieben ist, sind da sehr viele neue junge Spieler in die Startelf gerückt, die da alle noch nicht so wirklich ihre Abläufe gefunden haben, was auch verständlich ist. Und so ist es dann halt, also das zieht sich jetzt bisher schon komplett durch die Saison, dass man vorne einfach zu unkreativ ist. Und es hat sich, wie ihr auch schon gesagt habt, mit Kostic dann gebessert. Vor allem auch, weil das der einzige Flankengeber aktuell ist in der Mannschaft, der auch genaue und scharfe Flanken bringen kann, muss man leider auch so sagen. Also Lenz hat das versucht und Durm auch, aber die sind halt beide offensiv ein bisschen limitiert, muss man sagen. Und da fällt das schon auf, wenn man dann so einen Kostic einwechselt, der eben das kann und dessen Spezialität das auch ist. Also da ist auch so ein bisschen das Resultat, Entschuldige, dass man da so viele Flanken spielen musste. Klar, das ist auch ein bisschen ein Frankfurts Spiel, so wie es auch Kölns Spiel ist, viel über Flanken auch zu kommen. Aber ich glaube, dass Glasner da schon auch mehr Kombinationen sehen will und mehr Wege mit Flachpassspiel in den Strafraum. Und dass das nicht kommt, das resultiert dann darin, dass man auf außen nicht so richtig die Unterstützung hat und dass die Außenverteidiger dann eben viele Flanken reinschaufeln. Ja, wie Patrizia schon richtig gesagt hat, mit Kostic ist es dann besser geworden, weil der einfach diese Qualität hat. Und ich glaube, weil Kostic einfach auch ein Spieler ist, der mal was Überraschendes macht. Das ist bei Kamada ähnlich, bei Hauge normalerweise auch. Das sind so Spieler, die machen auch gerne mal was Überraschendes, was nicht erwartbar ist. Und ich finde, in der ersten Halbzeit war das Spiel von Frankfurt insgesamt zu erwartbar. Da waren zu wenige Spieler drin, die einfach mal was gemacht haben, womit jetzt keiner rechnet, was unorthodox ist vielleicht auch mal. Und da ist Kostic schon so ein Spieler, der auch gerne mal für einen Überraschungsmoment sorgt, war beim Tor auch sehr gut zu sehen. Ja, das hat Frankfurt vorher gefehlt. Ansonsten glaube ich, wenn ich jetzt meine Liste an Verbesserungspotenzial auch nochmal so ein bisschen abhake, dass Frankfurt im Pressing noch zulegen kann. Ich habe es vorhin gesagt, in den letzten Jahren ja doch durch ein sehr hohes Pressing geglänzt, viel Körperlichkeit, sehr aggressiv. Das wird unter Glasner alles ein bisschen weniger werden. Das ist ganz normal, weil er einfach für eine andere Art von Fußball steht. Aber ich glaube, dass sie im Timing noch zulegen können. Sie haben auch Momente, wo sie höher anlaufen. Da kommen sie aber meistens so ein, zwei Schritte zu spät und dann bist du hinten natürlich offen. Dann können sich Mannschaften wie Stuttgart da durchkombinieren. Und da haben sie ja durchaus auch noch Verbesserungspotenzial, einfach am Timing zu arbeiten und Situationen ein bisschen früher zu lesen, um dann rechtzeitig auch am Ball zu sein und den einen oder anderen hohen Ballgewinn auch mal zu kreieren, der dabei hilft, Torchancen rauszuspielen. Weil wenn du gegen tiefstehende Mannschaften spielst und Stuttgart, normalerweise spielen sie ja ein bisschen höher im Pressing. Hier haben sie ja doch über weite Phasen sehr tief agiert. Ja, war so eine Mannschaft und daraus sollte Frankfurt lernen und sollte eben versuchen, dann auch mal solche Momente zu kreieren, wo sie hoch den Ball gewinnen und dann auf eine unsortierte Stuttgarter Mannschaft anlaufen können. Das war zu selten und deshalb, glaube ich, stand es auch lange 0 zu 0. Wir fassen zusammen bei Frankfurt noch ein dicker Dom drin. Uff. Tretene Stille. Mal muss man auch einfach mal schweigen. Wir haben jetzt sehr viel schon über die Eintracht gesprochen und woran es gekrankt hat. Ich würde aber natürlich noch gerne über den VfB reden, wobei die VfB-Fans vielleicht darauf verzichten könnten. In dem Fall, weil ich finde, dass Stuttgart eigentlich kein allzu sonderlich gutes Spiel gemacht hat. Die Ideen waren eventuell die richtigen. Was ich bei Stuttgart aber wirklich eklatant fand, waren die Unkonzentriertheiten im Spiel. Das war sowohl defensiv zu erkennen. Ich finde, man hat Frankfurt eigentlich schon recht viel angeboten, indem man manchmal zu weit auseinanderstand. Bei Frau Panos hat sich immer wieder rausziehen lassen aus der Kette, hatte ich das Gefühl. Und gleichzeitig, wenn du das Spiel nach vorne, das Aufbauspiel betreiben wolltest, waren eklatant viele Fehlpässe dabei. Und komisch geführte Zweikämpfe. Und ich finde, Stuttgart war mental manchmal nicht ganz da in der Partie und hat da eigentlich Frankfurt schon in der ersten Hälfte echt viel angeboten, indem man echt unpräzise gespielt hat. Und wenn man es dann geschafft hat, präzise zu spielen, dann, wie gesagt, wurde es gefährlich, weil du plötzlich dann sehr viel Wiese vor dir hattest. Und das ist ein Mamou beispielsweise oder auch ein Klimowitz, können sowas ja auch bespielen. Auch ein sehr schneller Massimo, der hat ja auch eine Chance. Aber abseits dessen, fand ich, ist bei Stuttgart schon sehr viel zu Bruch gegangen. Allein dadurch, dass man keinen sauberen Ball gespielt hat. Hast du das eh nicht gesehen, Patricia? Ja, absolut. Also es war zu teilen so, dass Stuttgart von der Eintracht ein bisschen zu den Fehlern gezwängt wurde durch das Pressing. Aber eben nicht nur. Also man hat auch schon gemerkt, dass Stuttgart das auch komplett unbedrängt hin und wieder verwaselt hat. Und das ist halt ärgerlich aus Frankfurter Sicht, weil man da schon Räume angeboten bekommen hat und daraus hätte einfach viel mehr machen können. Ich finde bezeichnend ist einfach die Szene, als Mavropanos einfach einen kompletten Fehlpass in Lindström reinspielt. Und der bricht aber den Angriff dann ab, weil er ja keine Anspielstation auf die Schnelle findet, selbst nicht vorgeprescht ist. Und hat dann einfach einen Rückpass nach hinten gespielt und man hat dann in Ruhe aufgebaut. Ist in Ordnung, man hat zumindest den Ball behalten, aber da wurde halt einfach viel zu wenig aus dieser Situation gemacht. Da hättest du einfach einen schnellen Konter einleiten können und Stuttgart wäre komplett offen gewesen. Das sind halt so Momente, die ärgerlich sind aus Frankfurter Sicht und wo Stuttgart auch aufpassen muss. Also andere Gegner, die da vielleicht ein bisschen schneller im Kopf sind, die vielleicht aber auch schon weiter sind, einfach was ihr eigenes Spielverständnis angeht, nutzen das sicherlich auch aus. Also das war schon sehr, besonders in Halbzeit 1, wie du schon sagtest, sehr, sehr fehlerbehaftet, das Aufbauspiel der Stuttgarter. Ich glaube, es war auch nicht das erste Mal so. Also das zieht sich auch so ein bisschen durch die VfB-Saison bisher, auch wenn sich das noch nicht komplett an den Punkten festmacht, kann man sich, glaube ich, schon über gewisse Phasen des VfB ärgern, weil man es sich da selbst schwer macht. Da fehlt dann teilweise auch die Reife und dann hängt sehr, sehr viel davon ab, dass Endo das Spiel mal an sich reißt und Bälle festmacht und sich aus Pressing-Situationen befreit. Denn wenn er es nicht tut, dann tut das beim VfB aktuell kaum jemand. Sicherlich ist man da auch benachteiligt insofern, als dass Mangala ja zunächst auch verletzt war. Der kam dann in die Partie in der 70. Aber braucht natürlich auch noch lange, um seinen Rhythmus zu finden. Er ist nämlich auch so ein Spieler, finde ich, der super auf Pressing reagiert, der sich sehr gut befreien kann, der sich super rausdreht. Das war auch die Stärke des VfB letzte Saison, dass man sich dann aus dem Pressing vieler Bundesligisten, denn das ist ja ein großes Ziel mit der Bundesliga, befreien kann. Und plötzlich hat man sehr viel Wiese, was dann auch über die sehr schnellen Außen, Sosa, Massimo, in der Partie wurde beispielsweise ja auch noch Koulibaly eingewechselt, dann ausnutzen kann. Normalerweise ja auch in Silas, der aktuell aber noch verletzt ist. Und wenn man das dann aber nicht schafft, dann kommt man hinten nicht raus. Und da muss Stuttgart wieder deutlich präziser werden, finde ich. Kommen wir vielleicht zum Spielverlauf zurück. Ihr habt es schon gesagt, mit Kostic wurde es deutlich besser. Der wurde in der 59. Minute für Lindström eingewechselt. Und so habe ich es auch wahrgenommen. Deutlich mehr Breite im Spiel, aber auch mehr Tiefe, weil Kostic eben sich auch traut, ins Eins gegen Eins zu gehen, bis zur Torauslinie zu laufen. Dann vielleicht noch mal den Haken zu machen, vielleicht noch mit dem schwachen Fuß einen Ball reinzuspielen, weil er grundsätzlich die Technik dafür hat. Und wie Justin gesagt hat, einfach mal für etwas Überraschendes steht. Und es musste natürlich Philipp Kostic nach diesem Transfersommer, musste es der eingewechselte Philipp Kostic sein, der dann in der 79. Minute das 1 zu 0 macht. Justin, wie hast du die Szene wahrgenommen? Pure individuelle Qualität, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war genau der Grund, warum man Philipp Kostic zumindest aus Sicht der Verantwortlichen gerne bei Frankfurt weiter halten wollte. Das hat er ja in den letzten Jahren auch oft genug bewiesen, dass er ein herausragender Fußballer ist, dass er für diese Momente sorgen kann, dass er einfach auch mal Dinge macht, die in dem Moment einfach nicht erwartet werden. Und das tut dem Frankfurter Spiel insgesamt gut, mal unabhängig von den ganzen Persönlichkeiten, die da jetzt dranhängen in den letzten Tagen und Wochen, hat er einfach gezeigt, dass er in diesem Kader nochmal eine andere Qualität hat als seine Mitspieler. Und ich glaube Stuttgart, um da vielleicht auch nochmal drauf zu kommen, weil über Frankfurt werden wir jetzt gleich noch ganz intensiv sprechen, die haben für mich sich zu sehr in ihrem Defensivfokus verrannt. Also Materazzo hat ja schon vorm Spiel angekündigt, dass sie was anders machen wollen gegen den Ball, dass sie gerade gegen die offensiven Außenspieler der Frankfurter ein bisschen anders pressen wollen. Das hat in den ersten 20 Minuten, habe ich mir gedacht, das läuft ja ganz gut an für die Stuttgarter, weil sie das wirklich gut gemacht haben, gute Balance hatten aus tieferen Verteidigungsphasen und Phasen, in denen sie dann mal ein bisschen weiter rausgeschoben haben. Und dann wirklich auch Druck gerade auf der Außenbahn erzeugt haben und den ein oder anderen guten Ballgewinn auch hatten. Aber spätestens nach 20 Minuten wurde das dann sehr passiv. Sie haben sich hinten reindrücken lassen, hatten kaum noch Entlastungsphasen mit dem Ball. Die Wege zum Tor wurden natürlich auch viel weiter als in den letzten Wochen, wenn sie mal einen Ball gewonnen haben. Und die Passgenauigkeit lag dann auch, ich glaube, nach 30 Minuten bei unter 70 Prozent. Am Ende waren es dann knapp über 70 Prozent. Das ist für Stuttgarter Verhältnisse natürlich sehr, sehr schlecht. Und ja, ich glaube, sie haben sich da so ein bisschen verrannt darin in der Idee, dass sie unbedingt mal zu Null spielen wollen. Und haben sich da zu sehr auf diese Defensivarbeit fokussiert und weniger damit befasst, wie sie denn die Fehler im Frankfurts Spiel für sich nutzen können und wie sie da in die Offensive gehen können. Klar, Mamouche hatte dann die ein oder andere Einzelaktion, aber insgesamt war mir das für Stuttgarter Verhältnisse zu verhalten. Klar, wenn man sich jetzt die letzten Spiele auch anguckt, ein Gegentor gegen Kräuter Fürth, vier Gegentore gegen Leipzig, drei Gegentore gegen Freiburg, dann hat das schon einen Grund, warum sie das so machen und warum sie schauen, wie sie die Defensive stabilisieren können. Aber ich persönlich bin halt kein Freund davon zu sagen, wir gehen fast komplett von unserer eigentlichen Spielidee weg und machen jetzt was komplett anderes und machen quasi fast das andere Extrem. Und da muss man dann schon Wege finden, wie man die Defensive stabilisiert, aber gleichzeitig eben nicht die offensive Durchschlagskraft verliert. Moment, sind wir jetzt schon ins Hertha-Segment abgerutscht irgendwie? Vielleicht habe ich auch die letzten anderthalb Stunden geschlafen. Ach stimmt, ich habe hier den falschen Set entschieden. Ja, na toll, jetzt dann einmal mit. Ach, müssen wir nochmal aufnehmen. Nein, also das ist glaube ich so der Kern des Problems in diesem Spiel gewesen. Ich glaube insgesamt wird man dennoch sagen, eine 1 zu 1 bei Frankfurt, das nehmen wir mit und das ist gut und das ist ein gutes Ergebnis. Und es gab sicherlich auch Momente, in denen man positive Erkenntnisse gewinnen konnte, beispielsweise eben Mahmoud, der ganz viele gute Aktionen da vorne hatte. Ja, und auch die Außenverteidiger bzw. Flügelverteidiger, die wieder viele ordentliche Szenen hatten, nicht so viele wie in den letzten Spielen mit Massimo und Sosa. Ja, Endo hast du auch schon angesprochen, ist ein Spieler, der in jedem System gut funktionieren kann, weil er einfach eine überragende technische und taktische Qualität auch hat. Ja, aber insgesamt war es dann einfach zu wenig, um Frankfurt in diesem Spiel ernsthaft zu gefährden und man muss sagen, der Punkt, der war dann schon sehr glücklich für die Stuttgarter. Er war auch sehr glücklich, weil drei Minuten nach dem 1 zu 0 von Philipp Kostic sieht Waldemar Anton aufgrund einer Notbremse, er trifft den Spieler nämlich kurz vor dem Strafraum, die rote Karte, wobei es glaube ich sogar unerlässlich gewesen wäre, weil wenn er ihn im Strafraum getroffen hätte, hätte er ja glaube ich ihn mindestens gelb gesehen und dann wäre er eben mit Gelbrot vom Platz geflogen. Aber das kann jetzt auch Quatsch sein, aber so hätte ich die Szene jetzt wahrgenommen. Sprich, Stuttgart ist dann mit dem Rückstand sogar einer weniger und schafft es dann trotzdem in der 88. Minute das 1 zu 1 zu machen. Patricia, beschreib doch mal die Szene, auch aus Frankfurters Sicht und was da nicht gepasst hat. Das ist eigentlich schon leicht runterzubrechen. Da war einfach wieder, es war Hinteregger glaube ich, der den Ball nicht richtig klären konnte. Die Defensive hat den Ball nicht hinten rausbekommen. Hinteregger hat dann so eine Art Kerze mit dem Kopf fabriziert, sodass der Ball dann eher in die Höhe ging, als irgendwie wirklich raus aus der Frankfurter Hälfte, beziehungsweise aus dem Strafraum. Und dann kommt eben Mamouche an den Ball und ja, dribbelt die Hintermannschaft aus. Also die Frankfurter Defensive war komplett überfordert. Ich glaube, die haben auch nicht damit gerechnet, dass sie den Ball da jetzt nicht hinten rausbekommen. Und dann klingelt es leider, weil auch das ist wieder so eine Szene, die vermeidbar gewesen wäre. Und natürlich bist du dann vorher nicht in Führung gegangen. Also du hast deine Führung nicht ausgebaut und kassierst dann mal wieder den Ausgleich. Das ist ja jetzt schon, dass die Eintracht fast nur unentschieden gespielt hat, bis auf gegen Stuttgart. Da hat man gegen Stuttgart, gegen Dortmund, da hat man verloren. Ansonsten hat man ja gegen Augsburg, Bielefeld und jetzt auch gegen Stuttgart unentschieden gespielt. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, vor allem auch dann da das Defensivverhalten. Ja, da war halt vorher eigentlich, wie Justin schon meinte, das war eigentlich sehr diszipliniert. Hat auch über weite Strecken gut zusammen funktioniert. Und dann ist halt so ein Bock drin und dann kassiert man das 1 zu 1. Ja, man hatte ja sogar dann noch im Anschluss sogar die Chance, nochmal zurückzukommen und das 2 zu 1 zu erzielen. Boré, der eingewechselt wurde, dessen Schuss landet aber nur an der Latte. Dann prallt der nochmal an den Rücken von Kieper Müller und bleibt dann aber aufgrund des Dreils so auf der Linie liegen, dass er sich ihn dann schnappen kann. Also das hätte dementsprechend nochmal die direkte Antwort geben können. Gab es nicht. So geht das 1 zu 1 aus. Du hast es gerade richtig gesagt. Kein Sieg bisher für die Frankfurter Eintracht. Nach vier Spielen jetzt drei Punkte. Und im kommenden Spiel wird es dann, wird man zum Tabellenführer reisen, dem VfL Wolfsburg, über den wir nachher noch sprechen werden. Und zuvor wird man aber in der Europa League Gruppenphase gegen Fenerbahce spielen, zu Hause. Das dürfte auch sicherlich interessant werden. Europanächte in Frankfurt, man weiß, sie können magisch werden. Wer weiß, wie das aktuell mit diesen Zuschauerzahlen ist, aber es wird sicherlich ein schönes Erlebnis. Und Stuttgart empfängt dann am Sonntag, am kommenden Sonntag, Bayern 04 Leverkusen. Auch da kann man gespannt sein, ob Stuttgart dann wieder etwas mutiger spielt oder ob man sich der Linie treu bleibt und erstmal weiter den Fokus auf die Defensive setzt. Ja, aber wir reden jetzt ja nicht weiter über den VfL Stuttgart, sondern über Eintracht Frankfurt. Dort ist im Sommer wirklich viel passiert. Und damit meine ich nicht mal unbedingt den Kader. Also wir können uns gerne nochmal sicherlich die Transferphase angucken. Das werden wir auch tun. Auch vielleicht wegen Spieler, die nicht gegangen sind. Aber gekommen sind Jesper Lindström, Jens Graal, Matanovic, Lenz, Blanco, Boré, Hauge, Jarkic, Lammers und noch weitere jüngere Spieler. Und gegangen natürlich der große Name André Silva. Jovelic ist gegangen, Renault zu Union, Willems zu Fürth. Und habe ich irgendwen vergessen, Salazar wurde zu Schalke verliehen. Auch das sicherlich ein großer Name. Und Luka Jovic ist zu Real Madrid zurückgekehrt. Aber bevor wir darüber reden, muss man glaube ich bei Frankfurt darüber reden, was sich denn bei dem Team, hinter dem Team getan hat. Da muss man anfangen mit drei natürlich extrem wichtigen Positionen. Hübner, Bruno Hübner hat den Verein nach zehn Jahren verlassen. Ist jetzt glaube ich Privatier. Fredi Bobic ist nach fünf Jahren zu Hertha BSC gewechselt. Und Adi Hütter nach drei Jahren zu Borussia Mönchengladbach. Zum einen ist Ben Munger dafür nach oben gerutscht. Bekleidet jetzt eine sportlich deutlich verantwortungsvollere Rolle. Krösche ist der Bobic-Nachfolger. Und Glasner der Hütter-Nachfolger. Da ist jetzt sehr viel passiert. Wir müssen vielleicht erst mal so anfangen. In welchem Zustand haben denn Bobic, Hübner und Hütter diesen Verein damals übergeben? In welchem Entwicklungsstand? Wo befand sich da Frankfurt? Ich glaube, das muss man erst mal differenzieren. Also Frankfurt hat unter Bobic und auch Hütter einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Man hat sich finanziell in eine sehr gute Lage gebracht. Also vor allem auch durch namhafte Abgänge wie Rebic, Jovic, Schaller, die ganze Büffelherde, wie man sie genannt hat, wurde ja verkauft. Und da hat man einige Einnahmen generiert, aber auch die Europa-League-Teilnahmen, die beiden, haben da schon dafür gesorgt, dass die Eintracht sich auch finanziell besser aufstellen konnte. Und dadurch natürlich auch, also Bobic hat den ganzen Verein, muss man sagen, modernisiert, neue Strukturen geschaffen, die unter Bruchhagen so ein bisschen ins Stocken gekommen sind damals. Die Tabelle ist scheinbar nicht zementiert, wie Heribert Bruchhagen das immer gerne angeführt hat. Die Eintracht hat sich etabliert im sicheren Mittelfeld mit Europa-League-Tendenzen, hätte ja in der letzten Saison vielleicht sogar die Champions League schaffen können. Von daher, der Verein wurde übergeben in einer sehr, sehr guten Lage. Also man hat da wirklich einen sehr, sehr guten Schritt nach vorne gemacht, muss aber auch sehen, dass man an diesem Punkt steht, wo man eigentlich immer diesen nächsten Schritt gehen möchte. Da hat jetzt natürlich auch Corona reingespielt. Also man vergleicht sich sehr häufig gerne mit Gladbach und deren Entwicklung. Und da muss man dann auch sich eingestehen, dass man eben doch noch ein paar Regale weiter unten ist und sich eben doch noch nicht fest im internationalen Business etabliert hat, sondern immer so an diesem Scheideweg steht. Und in dem Zustand haben jetzt Krösche und Glasner eben den Verein übernommen. Krösche kam von RB Leipzig, ist ja ein durchaus größerer Name. Auch Glasner vom VfL Wolfsburg hat sich da auch von einem Champions-League-Verein, ist jetzt nicht mehr bei einem Champions-League-Verein, sondern bei Eintracht Frankfurt. Das sind also auch große Namen. Lass uns aber nochmal zurückblicken, was waren, ich will nicht die ganze Bobic-Ära nochmal aufbröseln, das ist sehr zu viel. Und trotzdem würde mich interessieren, welche Strukturen denn geschaffen wurden bei Frankfurt? Auch zusammen mit Hüben natürlich, der natürlich länger da war. Aber welche Strukturen hat Bobic geschaffen und wie viel hat er davon wiederum auch abgerissen, als er dann seinen Wechsel verkündet hat? Oder zumindest erst mal verkündet hat, dass er bei Frankfurt ja nicht mehr weitermachen wird. Der Wechsel zu Hertha wurde ja dann später offiziell gemacht. Ja, man muss sagen, Bobic hat erstens ein großes Telefonbuch mitgebracht, hatte also schon sehr, sehr gute Kontakte zu Top-Vereinen wie auch Real Madrid zum Beispiel, wodurch er es geschafft hat, Spieler überwiegend über diese Leihgeschäfte zur Eintracht zu locken, die man vorher einfach nicht bekommen hätte. Und das hat sich halt so weiter aufgebaut, dass da wirklich immer ein sehr guter Kader zusammenkam, der relativ ausgeglichen war. Und da darf man auch Ben Manga nicht hinten runterfallen lassen, der hervorragendes Scouting betrieben hat und immer noch betreibt. Also der ist immer noch unterwegs im Scouting-Bereich, auch wenn er jetzt befördert wurde. Man hat eine Spielidee gefunden. Also man ist viel, viel offensiver. Man ist weg von diesem Rumpelfußball, würde ich mal fast schon sagen. Also es war ja, die Eintracht war ja verschrien als Tretertruppe und einfach nur drauf und Körperlichkeit, da ist man ein bisschen von weggekommen, indem man Trainer installiert hat, die auch eine Spielidee haben, allen voran dann auch Hütter. Und zudem wurde jetzt auch zum Beispiel noch ein Profi-Camp gebaut, wo die Spieler dann auch sich einfinden können und alles halt viel, viel professioneller als vorher zugeht. Also da muss man schon Bobic auch lassen, dass er viele Strukturen geschaffen hat und auch die Eintracht zu einem Namen innerhalb Europas gemacht hat, wo eben auch große Vereine gerne ihre Spieler hinverleihen, wo sie sehen, dass Spieler Entwicklungen durchmachen. Und es wurden halt viele Werte geschaffen in der Zeit, sodass man dann auch einige Einnahmen generieren konnte. Wie du aber schon angeteasert hast, wurde da einiges auch noch mal beim Abgang vielleicht wieder eingerissen. Also ich würde nicht sagen eingerissen, das Fundament steht. Aber ja, Bobic hat den Verein ja dann verlassen. Das auch nicht ohne Nebengeräusche. Er hat zum Beispiel seinen Abschied von der Eintracht selbst in den Medien bekannt gegeben. Nicht in den Eintracht-eigenen Medien, sondern ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar die Sportschau. Er hat dann gesagt, dass er die Eintracht verlassen wird. Und ab dann ging es halt los. Also man hatte so das Gefühl, man hatte das Gefühl, es herrscht jetzt aktuell ein Vakuum. Man wusste schon, dass Bobic es wahrscheinlich zu Hertha ziehen wird, was sich ja dann auch bestätigt hat. Und dann dachte man sich, gut, arbeitet er hier jetzt noch? Oder gibt es schon eine Nachfolge? Da war eine lange Zeit einfach nichts, viele Gespräche, bis dann Krösche verkündet wurde. Und ja, da war dann auch, habe ich das Gefühl, ein kleines Abstimmungsproblem da. Also die Übergabe Bobic-Krösche hat entweder nicht stattgefunden oder nicht so gut funktioniert, wie sie funktioniert haben sollte. Was man gemerkt hat, ja, jetzt auch in der Transferphase, also wir hatten schon den Silver-Abgang als gutes Beispiel angeführt. Da hat man ja letztendlich nur in Anführungszeichen 23 Millionen für einen Top-Stürmer eingenommen, eben weil da eine Klausel in seinem Vertrag war, dass die restliche Summe, ich glaube, Leipzig hat letztendlich insgesamt irgendwas um die 35 Millionen bezahlt für Silver. Das restliche Geld floss aber eben an Silver und Berater. Und davon wusste Krösche laut eigener Aussage nichts. Also er wusste nicht, dass Bobic da irgendwie so eine Absprache hatte. Und das Gleiche wurde dann auch bei, da kommen wir später nochmal dazu, Kostic und Younis zum Verhängnis. Also es gab wohl einige interne Absprachen, die Bobic mit Spielern und Verantwortlichen hatte, von denen Krösche dann nichts wusste. Und dann nahm das Ganze eben so ein bisschen seinen Lauf und es war ein großes Chaos diesen Sommer. Was man ja in Frankfurt schon gar nicht mehr gewöhnt war eigentlich durch die letzten Jahre. Also diese Diva von Main, das ist so ein Passwort, was man irgendwie immer noch im Hinterkopf hat. Und gleichzeitig hat das auf diese Bobic-Ära, zumindest nach dem ersten Jahr oder als sich das dann alles so gefunden hat, nicht mehr wirklich gepasst. Du hast gerade schon so ein bisschen von der Übergabe, der vermeintlichen Übergabe, vielleicht hat sie auch nicht stattgefunden, von Bobic zu Krösche erzählt. Lass uns doch mal kurz auf Krösche eingehen. Also Bobic stand ja, das hast du schon ausgeführt, für einen klaren Weg. Er hat einen klaren Weg vorgezeichnet, den der Verein auch komplett mitgegangen ist. Wofür steht denn Krösche? Also er kam von Leipzig, das war ein ganz anderes Aufgabenprofil, würde ich jetzt mal sagen. Sollte war die Idee, den Weg von Bobic so fortzuführen oder ist Krösche doch sein eigener Kopf und hat eigene Ideen für die Eintracht? Wie hat er das vielleicht auch schon bei seinem Eintritt kommuniziert? Ist es der Weg, der fortgesetzt werden soll oder will man gewisse Dinge, jetzt auch wo ein Ben Manga in einer sportlich verantwortungsvolleren Position ist, wie will sich da die Eintracht in den kommenden Jahren entwickeln? Gibt es da einen Unterschied? Wird mit irgendwas gebrochen? Man möchte schon den Weg, der eingeschlagen wurde, so weiterführen. Es wurde auch so kommuniziert. Darauf haben die Verantwortlichen bei der Suche nach den Nachfolgern sowohl beim Trainer als auch beim Sportvorstand auch großen Wert gelegt, dass eben das, was da jetzt schon fundamental gelegt wurde, auch weitergeführt wird. Das Ding ist, bei Krösche weiß man, wie du schon sagtest, nicht so genau, wofür er steht. Zumal er ja bei Leipzig eine ganz andere Position bekleidet hat und vorher halt bei Paderborn tätig war, was ja nochmal ein anderer Verein ist als Eintracht Frankfurt. Wobei man da auch sagen muss, er hat sich dort einen guten Ruf aufgebaut, also war zu der Zeit dort als Sportdirektor tätig, in der Paderborn von der Dritten in die Erste Liga durchmarschiert ist und hat dort auch bewiesen, dass er mit wenig Geld viel machen kann. Und ich glaube, das ist immer noch bei der Eintracht auch so ein wichtiger Punkt, dass man eben aus beschränkten Möglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen, aber viel machen muss. Also die Anforderungen und die Erwartungen an den Verein sind mittlerweile schon gestiegen, wohingegen man immer noch schauen muss, in was für einem finanziellen Budget man sich befindet, auch bei der Eintracht. Also die Rahmenbedingungen sind halt so, dass man schon ein stabiler, gefestigter Verein ist finanziell, jedoch auch nicht Unmengen an Geld jetzt in die Hand nehmen kann. Man hat eben nicht im Hintergrund irgendwie Konzerne, wie jetzt zum Beispiel Wolfsburg oder auch Leverkusen. Man hat auch kein Lars Windhorst an der Hand. Also da ist, ja, da muss man mit dem Geld auch schon schauen. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft von Kröschel, die auch die Verantwortlichen beeindruckt haben. Also dass er auch bei Paderborn mit wenig Geld viel machen konnte. Man sieht es ja auch, also in der gesamten Bobic-Ära wurde in jedem Sommer ein Transferüberschuss erzielt, teilweise sehr satt, eben in den Jahren, in denen ja auch ein Haller beispielsweise dann abgegeben wurde. Und auch in diesem Sommer, natürlich auch durch Corona geprägt, ist das ja wieder der Fall. Du hast schon darüber gesprochen, André Silva für, in Anführungsstrichen, nur 23 Millionen, weil es eben diese Absprache gab, gewechselt. Und man hat dann auf der anderen Seite ja eher auch wieder Spieler geholt, die entwicklungsfähig sind oder die man geliehen hat. Also Jarkic, Lammers und Hauge sind ja allesamt geliehen und sind eben auch dementsprechend Spieler, die man sonst nicht bekommen hätte. In Boré ist ablösefrei gekommen. Am meisten Geld hat man für Jesper Lindström von Bröndby in die Hand genommen, sieben Millionen. Und so hat man auch da wieder ein Transferplus von 20 Millionen erzielt. Also da würde ich auch sagen, dass es die Handschrift trägt, die Kröschel sicherlich schon in Paderborn irgendwie hatte. Und auch die, die Bobic in Frankfurt hatte, das ist durchaus, glaube ich, etwas, was so nahtlos weitergeführt wird. Aber wie gesagt, Corona hat sicherlich auch eine größere Rolle gespielt. Aber um das nochmal festzuhalten, du hast das Gefühl, oder Zahlen sind da eher das Ding, in deiner Beobachtung kommt Frankfurt gut durch Corona. Man hat ja viele Beispiele. Bremen, Hertha wäre solch ein Beispiel, wenn es Lars Wundhaus nicht gäbe. Das ist ein offenes Geheimnis. Schalke und so weiter. Vereine, die sehr mitgenommen wurden von Corona. Wie sieht es bei Frankfurt aus? Kommt man gut durch die Krise? Ja, absolut. Also Finanzvorstand Oliver Frankenbach hat, glaube ich, im Frühjahr, April, Mai so rum, das letzte Mal ein Update gegeben. Er hat natürlich gesagt, dass man Verlust gemacht hat. Damals 45 Millionen Euro wurden genannt. Aber dennoch ist die Eintracht gut aufgestellt. Aufgrund der erfolgreichen letzten Jahre. Man konnte die Corona-Saison jetzt einigermaßen gut wegstecken, ohne dass man sich da irgendwie Sorgen um Lizenzen usw. machen müsste. Man würde wohl laut Frankenbach auch notfalls noch eine weitere Saison überstehen. Natürlich ungern, also ohne Zuschauer, weil Zuschauereinnahmen natürlich einer der großen Bausteine sind, die da wegfallen. Würde man auch noch überstehen, ohne irgendwie in große Schwierigkeiten zu kommen. Aber ist natürlich nicht der Idealfall. Man hat sich trotzdem eine Landesbürgschaft sichern müssen. Über 16 Millionen Euro das war aber nur nötig, weil man ja das angesprochene Profi-Camp gebaut hat und jetzt auch fertiggestellt hat. Und dort die Kredite wohl mit Einnahmen belegt waren, die durch die Zuschauereinnahmen eben nicht reinkamen. und daher die Landesbürgschaft. Ansonsten ist man aber finanziell stabil. Und ja, da kann man, glaube ich, auch sehr, sehr glücklich drüber sein. Man sieht ja, wie du schon meintest, bei anderen Mannschaften wie Bremen oder auch Schalke, was das anrichten kann. Und man sieht ja auch noch nicht so wirklich das Ende. Also es bessert sich aktuell, aber so wirklich mit vollen Einnahmen rechnen können die wenigsten aktuell. Richtig. Wenn wir über Finanzen reden, dann können wir eigentlich ja gleich den Umschwung hin zur Transferphase machen. Ich habe die Namen vorhin kurz vorgelesen, eben auch noch mal kurz angerissen. Wie beginne ich das am besten? Also wir müssen, wie gesagt, wir müssen über Krösche, glaube ich, noch mal reden in dem Zusammenhang. Aber lasst uns erst mal vielleicht tatsächlich über den Trainer reden, denn Spieler werden ja auch immer mit einer Idee verpflichtet, verpflichtet, wie sie dem Trainer weiterhelfen können. Man hat Adi Hütter, ist nach drei Jahren, wie gesagt, gegangen. Auch das, ja, nicht geräuschlos, aber auch das muss man, glaube ich, jetzt nicht mehr komplett aufrollen. Das ist schon oft genug auch in dieser Sendung, glaube ich, passiert. Und dafür ist Oliver Glasner gekommen. Für welche Spielidee steht er? Vielleicht auch da wieder, was er auch selbst von sich aus kommuniziert hat. Und inwieweit passen die Spieler, die geholt wurden oder abgegeben wurden, dazu? Also, das hatten wir schon angerissen im Vorfeld. Glasner steht im Gegensatz zu Hütter eben nicht für diesen überfallartigen Fußball. Weniger lange Bälle, weniger Läufe über die Außen, dafür mehr Ballbesitzfußball, mehr Kombinationsspiel auch, mit mehr Absicherung hinten auch. Und das ist der Unterschied. Die Gemeinsamkeit ist aber, dass trotzdem beide immer noch eine offensive Grundidee pflegen. Ich glaube, das war auch der Eintracht sehr, sehr wichtig, dass man weiterhin versucht, attraktiven, ansehnlichen Fußball zu spielen. Ja, Glasner hat jetzt auch Spieler verpflichtet, die eben zweikampfstark sind, aber auch, wie er meinte, Tempo mitbringen, was ihm auch gefehlt hat in der Mannschaft, wo er auch recht hat. Also, wirklich Tempo hatte man fast nur über Philipp Kostic. Jetzt hat man mit Lindström einen relativ flinken Zehner verpflichtet. Man hat generell sehr viele offensive Mittelfeldspieler verpflichtet. Mit Hauge noch, mit Kamada hat man einen Mittelfeldspieler gehalten, der Leistungsträger sein wird. Also, Glasner hat auch von Kamada geschwärmt. Das ist aktuell so ein Spieler, der ihm sehr gut gefällt, der auch, denke ich, ganz gut in seinen Spielstil passt. Also, Kamada ist so ein, ja, Hütter hat ihn immer Raumdeuter genannt. Das ist ein Spieler, der ein sehr, sehr gutes Auge hat für Räume, für seine Mitspieler auch und Mitschwächen im Abschluss noch. Das hat Glasner auch schon herausgestellt. Aber ja, also man merkt schon, dass er da Wert drauf legt, dass Spieler mit dem Ball umgehen können und aber auch kreative Ideen haben. Ja, andernfalls muss man sagen, er hat vorne Silva verloren. Auch Jovic ist nach der Laie wieder weg. Musste dort, ja, hat dort Bourree geholt. Auch ein temporeicher Spieler, aber ein sehr, sehr kleiner Stürmer, den ich aktuell gar nicht als, den ich vielleicht sogar eher auf den Außen sehen würde. Es ist so ein Rewitsch-Typ schon fast. Also ein sehr, sehr körperlicher, schneller Spieler, der da irgendwie eher so über die Schiene kommt, wohingegen man dann Lammers geholt hat, der eben der klassische Neuner ist. Wobei Glasner auch dort ein Auge drauf gelegt hat, dass man einen technisch starken Mittelstürmer holt. Also es nicht einfach nur ein purer Abräumer ist, sondern der auch ins Spiel mit eingebunden werden kann. Also man merkt schon, er möchte da sehr, sehr viel Kombinationsspiel sehen. Ja, und das ist so seine Grundidee. Und dafür hat er auch, glaube ich, jetzt so die Spieler eingekauft, die er haben möchte. Die Transferphase, da hat Ehrenmund im Mittfachen Mitmachen-Forum des Rasenfunk einen sehr langen Beitrag geschrieben. Da bedanke ich mich an der Stelle auch mal für alle, für den jeglichen Input, den ich so bekommen habe. Besonders für so ein Moderation-Debüt ist das sehr hilfreich. Und er sprach davon, dass die Transferphase, über Younes und Kostic reden wir gleich noch mal, gesondert, auch davon geprägt war, dass der Kader sehr lange nicht feststand, weil immer noch irgendwie damit gerechnet werden musste, dass eventuell ein Spieler wie ein Dicke oder ein Kamada eben auch ein Kostic, den Verein vielleicht noch verlassen könnten und in Corona-Zeiten Frankfurt dann vielleicht auch nicht in der Lage ist, solch ein Angebot abzulehnen. Auf der anderen Seite auch immer wieder Namen noch selber durch den Raum kursierten. Also Lammers ist ja sehr spät gekommen. Vorher wurde in Vinicius beispielsweise immer wieder für das Sturmzentrum in der Gerüchteküche behandelt. Jetzt stand dieser Kader, obwohl er sich ja, wie gesagt, bis auf den Silververkauf gar nicht so massiv verändert hat, lange nicht fest. Hast du das Gefühl, dass man trotzdem zufrieden mit dem Transferfenster ist? Beziehungsweise hat das auch Auswirkungen auf die ersten Spiele gehabt? Denn das Transferfenster ragt ja über die ersten Spieltage hinüber. Und ich weiß es aus der Erfahrung bei Hertha, dass das mit dem Kader was macht, vor allen Dingen mental, wenn viele Dinge noch nicht feststehen. Wie hast du die Transferphase dahingehend wahrgenommen? Ja, total. Also es ist nun mal so, dass der Kader sehr spät feststand. Das hat man auch in den ersten Spielen gemerkt. Also ich finde, man hat das auch immer so ein bisschen als Argument genutzt. Also man hat sich gedacht, okay, der Kader steht noch nicht fest. Das ist noch nicht die Mannschaft, die letztendlich die Saison bestreiten wird. Da muss man der Eintracht auch so diesen Punkt geben, warum das vielleicht alles noch nicht so zusammengeht. Ist natürlich nicht hilfreich, wenn diese ganzen Spieler dann so spät dazustoßen. Ich glaube auch, da hat sich einiges zerschlagen. Du hast es schon gesagt, ein Vinicius war im Gespräch, auch ein Mouani von Nizza. Nee, Thüram war von Nizza. Der stand auch im Raum als Sechser. Dafür ist dann aber doch Jakic gekommen. Mouani als Stürmer von Nantes, glaube ich, hätte man gewollt. Hat sich aber auch zerschlagen, weil sich die Vereine eben nicht finanziell einigen konnten. Der kommt dann eventuell im Winter für weniger Geld oder im Sommer ablösefrei. Das muss man sehen. Da gab es viel hin und her. Und wie du auch schon sagtest, man wusste auch nicht, welche Leistungsträger man letztendlich wirklich hält. Also ich glaube, das macht intern in der Mannschaft auch viel aus. Spieler, die auch nicht so richtig wussten, wo bin ich nächste Saison sicher. Das hat man auch bei Kostic gesehen. Das hat aber auch Glasner zum Beispiel über Kamada gesagt. Da war es nämlich auch so, dass er nicht wusste so richtig, es gibt Angebote, aber irgendwie auch nur so lose Angebote, nichts Konkretes. Und bleibt er jetzt bei der Eintracht? Bleibt er nicht. Er war ja auch zwischenzeitlich so ein bisschen mit Abwanderungsgedanken beschäftigt. Und ich glaube, sobald das Transferfenster schließt beziehungsweise geschlossen hat, wie das jetzt der Fall war, kann man da auch viel konzentrierter arbeiten. Also da sind nicht mehr diese ganzen Nebenspiel-Schauplätze, auch für die Spieler in den Köpfen nicht. Und der Kader steht fest. Also der Trainer weiß jetzt, welches Spielermaterial hat er und was kann er mit diesen Spielern anfangen. Und ja, ich glaube schon, dass das auch die ersten Spiele jetzt beeinflusst hat. Ich bin aber trotzdem, man muss auch immer, auch wenn es nervig ist, dazu sagen, in der Corona-Zeit ist es halt einfach auch sehr, sehr schwer, Transfers zu tätigen. Und ich glaube, das ist auch bei den Verhandlungen, merkt man, dass die noch schwieriger sind als vorhin. Dieser Markt, der komplette Markt für so, ich würde mal sagen, mittelteure Spieler zwischen 20 und 40 Millionen ist fast tot. Also solche Transfers wurden kaum getätigt. Und das ist aber halt ein Fenster, in dem sich die Eintracht auch mit möglichen Verkäufen bewegen will. Also 20 Millionen waren zum Beispiel für Kostic ausgerufen, die dann ja auch letztendlich keiner zahlen wollte. Und ja, deswegen ist es sehr schwer. Aber ich bin dennoch zufrieden mit der Transferphase, muss ich sagen, weil die Eintracht eben auch die Schwachstellen im Kader erkannt hat beziehungsweise das Verbesserungspotenzial im Sturm auf der 6. und dort dann auch punktuell nachgebessert hat, trotz weniger Abgänge. Also man hat zum Beispiel auch selbst viel mit Laien gearbeitet. Man hat viele Talente gesichert, aber auch wieder verliehen. Zum Beispiel ein Ackmann in die niederländische Liga, wo er jetzt auch gut performt. Das ist hilfreich. In Zuba hat man nach Athen verliehen zu Eich. Was auch wichtig war, weil in Zuba zum Beispiel ein sehr, sehr hohes Gehalt hatte bei der Eintracht. Und das waren alles so kleine Dinge, die passiert sind, die aber lobenswert sind. Und letztendlich hat man halt, ja, da schon, finde ich, aus der schwierigen Situation das meiste oder zumindest viel rausgeholt. Jetzt kommen wir beim Transferfenster eben nicht drumherum, die zwei Themen zu behandeln, die ich möglichst wenig Boulevardesk behandeln will. Aber dementsprechend auch die da eher das Wort überlassen würde. Zur Abwechslung redet mal Patricia. Und zwar Thema Younes, Thema Kostic. Lass uns mal bei Kostic anfangen, weil wir jetzt seinen Namen schon öfter im Mund hatten. Wie hast du die ganze, fang mal vorne an, wie hast du die ganze Posse um ihn mit quasi beobachtet? Und wie bewertest du sie? Erzähl da einfach mal, weil ich finde, dass das immer von außen teilweise auch schwierig zu beurteilen ist. Man kriegt dann vielleicht auch nicht alles mit. Man weiß nicht genau, wie Kostic in diesem Kader auch von der, ich sag mal, Führungsspielerriege her eingebettet ist. Erzähl uns gerne noch mal, was alles passiert ist dahingehend. Auch diese ganze Geschichte um Lazio und eventuelle falsche E-Mail-Adressen und ähnliches. Da flog ja sehr viel durch den Raum. Ich werde mal versuchen, das einigermaßen beordnet erzählen zu können. Ich kann nichts versprechen, das ist ein sehr, 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 ja, konfuses Geschehen gewesen. Kostic ist, muss man sagen, bei der Eintracht absoluter Leistungsträger. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber genießt auch ein hohes Ansehen in der Mannschaft. Also es ist jemand, der hat sich eigentlich in seiner Zeit in Frankfurt, sage ich jetzt explizit, nichts zu Schulden kommen lassen. Er ist ein absoluter, vorbildlicher Profi, da gab es wirklich nie was zu meckern. Und deswegen kam das auch so überraschend, dass das dann, ja, sich jetzt so verselbstständigt hat alles. Es ist ein bisschen undurchsichtig. Also man weiß nicht, man hört von dort, dass das so vorgefallen sei, aus verschiedenen Ecken wieder andere Informationen. Ich versuche das jetzt mal so grob runterzubrechen. Also Lazio Rom hatte wohl Interesse an Philipp Kostic. Philipp Kostic war nicht abgeneigt, in die Serie A zu wechseln. Da macht er, glaube ich, auch keinen Hehl draus. Da war auch in den vergangenen Jahren immer schon wieder von Interesse von Inter Mailand zum Beispiel die Rede. Das ist nie zustande gekommen. Da hat Bobic wohl auch eine Rolle gespielt. Also Bobic hat wohl Kostic des Öfteren gebeten, vor allem in der Phase, als man die ganze Büffelherde verkauft hat. Zu bleiben. Also er meinte, hier, wir haben alle Leistungsträger quasi verkauft in der Offensive. Du kannst jetzt nicht auch noch gehen. Bitte bleib noch ein Jahr. Man hat sich geeinigt, dass er bei einem, also man hat sich wohl geeinigt, dass er bei einem guten Angebot gehen kann. Dann kam in der nächsten Saison aber kein zufriedenstellendes Angebot. Und jetzt war es eben so, dass das Lazio Rom Interesse angemeldet hat und die Eintracht aber auch weiterhin diese 20 Millionen zumindest ausgerufen hatte. Lazio Rom aber wohl nur bereit war, 10 Millionen zu zahlen, was die Hälfte davon ist. Und absolut nicht zufriedenstellend für einen Leistungsträger, den du so erstens nicht ersetzt bekommst und zweitens einfach nicht genug kompensiert wirst für diesen Verlust. Und dann hat sich das so entfaltet. Also ich glaube, viel spielt auch Kostic's Berater eine Rolle. Der hat sich natürlich auseinandergesetzt mit Lazio Rom. Und dann kam die Nachricht, dass Kostic vor dem Bielefeld-Spiel das Training geschwänzt haben soll, das Abschlusstraining und somit auch nicht zum Spiel mitfährt. Also nicht im Kader war, worauf eigentlich alle ziemlich überrascht waren, weil Kostic eben nicht der Charakter ist, der sowas macht. Zumindest nicht bei der Eintracht. Also man kannte ihn so nicht. Man dachte vielleicht erst, es ist ein Gerücht. Letztendlich hat es aber die Eintracht bestätigt, dass der Spieler nicht am Training teilgenommen hat und auch nicht zum Spiel zu Bielefeld mitfahren wird. Ja, und dann war es erst mal ruhig und es gab aber sehr, sehr viele Gerüchte, was dann nun wäre. Es hieß, dass Kostic wohl vom Bobic versprochen bekommen hat, dass er gehen darf in der nächsten Saison. Davon wusste Krösche wiederum nichts. Krösche war gewillt, Kostic, wie auch schon eigentlich vorher, Silva zu halten. Wäre aber, wie gesagt, gesprächsbereit gewesen bei der richtigen Summe. Lazio Rom hat nicht diese Summe geboten, hat aber im Nachhinein dann auch behauptet, man hätte ja von der Eintracht eine falsche E-Mail-Adresse bekommen, sodass man gar nicht mehr pünktlich das Angebot zum Deadline-Day hätte schicken können. Das hat sich dann herausgestellt, dass Lazio Rom einfach nur einen Buchstaben in der E-Mail-Adresse vergessen hatte. Also es war, ich glaube, ein fehlendes K. Es war da wohl eintracht-franfurt-at-eintracht.de oder was auch immer. Und ja, das war deren Fehler. Letztendlich hat aber auch die Eintracht gesagt, dass da sehr wohl ein Angebot einging. Also man hat den Fehler aufklären können, man hat dann doch die richtige E-Mail-Adresse rausgerückt und es ging ein Lazio-Angebot von über 10 Millionen ein für Kostic, das man aber eben nicht annehmen wollte. Ja, so ist es dann zustande gekommen, dass Kostic doch noch bei der Eintracht bleibt, eine weitere Saison. Und da war natürlich dieser Streik, dieser vermeintliche Streik, noch nicht geklärt. Er ist dann eigentlich sofort in die Länderspielpause gegangen, zur serbischen Nationalmannschaft, hat sich dann jetzt aber vor wenigen Tagen per Instagram entschuldigt, was auch eine dubiose Entschuldigung war, wo man auch nicht so genau weiß. Hat er das selbst geschrieben? Wahrscheinlich nicht. Die wichtigsten Punkte dort waren, er hat eigentlich geschrieben, er hätte nicht gestreikt. Es war kein Streik, er wäre einfach psychisch nicht in der Lage gewesen zu spielen gegen Bielefeld und hat sich deswegen rausgenommen. Einige Personen schulden ihm wohl auch noch eine Entschuldigung. Es wurde nicht offengelegt, wer ihm da eine Entschuldigung schuldet. Ist es Lazio Rom? Ist es sein Berater? Wahrscheinlich nicht, wenn er diesen Text verfasst hat. Ist es die Eintracht? Sind es die Eintracht-Verantwortlichen? Keine Ahnung. Er hat dann gesagt, die Mannschaft braucht mich und ich habe vollen Fokus auf Eintracht Frankfurt und ich liebe Eintracht Frankfurt und ich schätze alles, was ich hier habe. Diese typische Entschuldigung, was man von ihm gefordert hatte, was aber irgendwie auch nicht so ganz überzeugend klang letztendlich. Und ja, jetzt ist er noch da, nachdem man wirklich nicht weiß, was letztendlich vorgefallen ist. Also ich glaube, da waren sehr, sehr viele Seiten im Spiel. Ich glaube, auf Kostic wurde viel eingeredet, auch von seinem Berater, auch von Lazio Rom. Lazio Rom ist auch ein Verein mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Da gibt es einige Geschichten, die ja nicht wirklich auf eine seriöse Vereinsführung hindeuten. Von daher glaube ich, ist das sehr schwierig. Also ich will keinem da die komplette Schuld zuschieben. Ich glaube, es gab viele Missverständnisse. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Kostic vielleicht zeitweise verraten gefühlt hat von der Eintracht, wenn ihm erzählt wurde, dass da eine falsche E-Mail-Adresse weitergegeben wurde und so weiter und so fort. Man weiß letztendlich nicht, welche Informationen er bekommen hat und was letztendlich abgelaufen ist. Wichtig ist aber noch, es gab ein Gespräch zwischen Kostic, Glasner und auch Krösche. Kostic hat sich bei der Mannschaft wohl entschuldigt und die Mannschaft ist gewillt, ihn wieder aufzunehmen. Also er genießt, wie gesagt, ein hohes Ansehen in der Mannschaft und er ist auch weiterhin integrierbar. Alle wissen, wie wichtig er fürs Spiel ist und alle sind bereit, ihn wieder aufzunehmen. Er soll einfach Leistung zeigen und sich entschuldigen. Und ich glaube, dann sind eigentlich alle, ja, gewillt, wieder mit ihm zu arbeiten. Das ist der grobe Stand bei Kostic in dieser undurchsichtigen Lage. Und mit alle sind eben auch die Fans gemeint. Also du hast gerade schon davon gesprochen, man hat es auch rausgehört, dass das Statement nicht zufriedenstellend war, weil es eben sehr vage gewesen ist und dann auch hinten raus diese Plattitüden beinhaltet hat. Für die Fans gibt es da auch ein Zurück. Ja, also aus meiner Sicht schon. Ich glaube, Kostic wird sehr, sehr schnell wieder Fuß fassen, auch bei den Fans, wenn er einfach weiterhin die Leistungen bringt, die er die letzten Jahre gebracht hat. Weil das ist, glaube ich, das, was die Fans am meisten an ihm schätzen. Und solange er zeigt, dass er hier sein möchte und die volle Leistung abruft, die er abrufen kann, ist ihm da auch verziehen. Klar, es gibt auch Leute, die sagen, sie möchten das nicht mehr, sie möchten ihn hier auch nicht mehr sehen. Das ist eine persönliche Sache, aber man hat auch schon gesehen, beim Spiel, er wurde mit Applaus empfangen, aber auch einzelne Pfiffe jetzt gegen Stuttgart, als er eingewechselt wurde. Also da ist man so ein bisschen gespalten, aber ich glaube, der Großteil der Fans will eigentlich einfach nur, dass Ruhe im Verein ist vor allen Dingen und dass Kostic die Leistungen bringt, die man von ihm gewohnt ist. Und ich glaube, alles andere wird sich dann in den nächsten Transfersommer verschieben. Bevor wir zurück zum Sportlichen kommen, müssen wir schon nochmal kurz auch diese Younes-Nummer, die vielleicht auch nicht alle so im Detail mitbekommen haben, besprechen. Das können wir auch gerne kürzer halten, weil er ja auch ein Spieler ist, der nicht diesen Impact auf Eintracht Frankfurt hatte wie eben Kostic. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal kurz ins Boot holen und dann würden wir nochmal kurz über den Saisonstart der Eintracht reden. Ja, ich glaube, das kann man auch leichter kurz fassen. Also bei Younes war wohl das Problem, dass er gehen wollte plötzlich, nachdem er eigentlich gesagt hatte, Frankfurt ist sein Hafen und er war eigentlich sehr, sehr glücklich hier und hat auch sozial viel Engagement gezeigt. Also auch bei dem Anschlag von Hanau war er bei Gedenkveranstaltungen, hat die Familien unterstützt und so weiter und so fort. Das hat man ihm auch alles so abgenommen, das nehme ich ihm auch heute noch ab. Schien einfach wie ein guter Typ, der gut ins Umfeld der Eintracht passt, aber auch spielerisch sehr, sehr gut sich eingefügt hat. Also mit Younes Ankunft hat er auch die Eintracht sportlichen Aufschwung gehabt, also vor allem in der Offensive mehr Kreativität und so weiter und so fort. Wir wissen alle um seine Stärken. Dann hat er eigentlich, also eigentlich war alles gut, bis er dann auf einmal plötzlich Abwanderungswünsche gehegt hat. Man denkt, dass es daran liegt, dass es wohl beim Spiel gegen Dortmund in der letzten Saison gekracht hat in der Kabine zwischen Hütter und Younes, aber auch der Mannschaft. Younes wollte wohl nicht mehr aufs Feld gehen, wollte eigentlich auch gar nicht mehr spielen, hat sich dann gerüchteweise von der Mannschaft überreden lassen, eben doch noch weiter zu spielen und weiter am Spielbetrieb teilzunehmen, wurde von Hütter aber seitdem eigentlich überwiegend auf die Bank verbannt und kam nur noch zu kurz einsetzen. Dann würde man jetzt eigentlich denken, wenn Hütter weg ist, ist Younes ja safe und kann unter neuem Trainer bei der Eintracht weiterspielen. Es gab wohl aber auch intern Probleme in der Mannschaft mit Younes und intern gilt er wohl als schwieriger, hitzköpfiger Charakter und auch als nicht mehr integrierbar, weshalb er gehen wollte. Der Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Shaba Priyat ist aber geplatzt auf den letzten Metern. Also die haben sich dann doch nicht die Dienste von Younes gesichert, sodass er Krösche mitgeteilt hat, er möchte jetzt doch bleiben. Ja, die Eintracht eigentlich schon damit gerechnet hat, dass er gehen wird, wahrscheinlich auch mit gewissen Einnahmen gerechnet hat, zumindest was auch dann Gehaltseinsparungen angeht. Da ist ja auch noch Neapel involviert, weil man Younes ja aktuell nur geliehen hat. Das ist alles nicht zustande gekommen. Aber die Eintracht ist auch nicht gewillt, ihn weiter zu integrieren. Das geht wohl nicht. Da ist wohl das Tischtuch so zerschnitten, dass die Zeichen auf Trennung stehen. Man überlegt jetzt aktuell nur noch, wie man das am besten für alle Seiten auflöst, dass alle einigermaßen zufrieden sind mit der Situation. Wahrscheinlich wird es irgendwie in Verlusten für die Eintracht enden. Einfach sportlich, klar, das ist ein Spieler, der sehr, sehr gut hier reingepasst hat. Aber auch finanziell muss man da ein Modell finden, ob es eine Leihauflösung wird. Man weiß nicht so genau, ob man schon die Kaufoption gezogen hat. Man geht davon aus, das nicht. Was bedeutet, da wird man irgendwie sich jetzt auf eine Vertragsauflösung einigen müssen und die Konditionen dort besprechen müssen. Und dann ist das Thema Younes, glaube ich, hier auch vom Tisch. Und damit machen wir das auch gerne zu. Wie gesagt, ich würde ein bisschen auch nur sportliche Themen behandeln, aber das war jetzt natürlich noch zu besprechen. Ich hole mal wieder Justin. Hier, bist du noch da? Bist du noch wach? Ja, hi, hi. Ich bin gerade wieder wach geworden, alles gut. Nimm den Stuller aus dem Mund, ich hole dich wieder rein. Folgendes, jetzt haben wir das ja soweit besprochen. Wir haben hinter dem Team gesprochen, über Erwartungshaltung, über den Kader und auch diese zwei zu nennenden Personalien. Jetzt wollen wir noch mal kurz den Umsprung schaffen zum Sportlichen. Wir haben natürlich über schon gewisse Dinge gesprochen, auch wie weit die Mannschaft unter Glasner beispielsweise ist. Du als genereller Bundesliga-Beobachter kannst mir da vielleicht auch noch mal helfen. Also, man hat das erste Spiel gegen Dortmund beim BVB mit 5 zu 2 verloren und danach drei Unentschieden eingefahren. 0 zu 0 gegen Augsburg, 1 zu 1 gegen Bielefeld und jetzt das 1 zu 1 gegen Stuttgart. Wie hast du den Saisonstart von Frankfurt wahrgenommen? Und ist da noch sehr viel Sand im Getriebe oder ist das völlig normal zu dem Zeitpunkt der Saison? Wie würdest du das beurteilen? Ja, also erst mal vorweg, dass es Startschwierigkeiten gibt, das nicht nur angesichts des normalen Umstands, dass ein Trainer einfach Zeit braucht, um seine Ideen auch zu implementieren. Nicht nur deshalb normal, sondern eben auch wegen der ganzen Umstände, die Patrizia jetzt sehr ausführlich beschrieben hat. Das macht natürlich auch was mit einem Kader, mit den Mitarbeitern, mit den Spielern an sich. Das geht nicht spurlos daran vorbei an diesem ganzen Klub. Und da dann das wieder abzuschütteln und wirklich sich wieder auf den Alltag zu konzentrieren, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass das Transferfenster jetzt zu ist. Das kommt der SGE sehr gelegen, weil jetzt wirklich sich alle wieder auf das konzentrieren können, was im Alltag wichtig ist. Das ist der Sport. Glasners Aufgabe wird sein, seine Ideen schnellstmöglich zu implementieren. Vielleicht dabei auch noch auf das ein oder andere Element von Hütter zurückzugreifen, um das einfach auch schneller zu machen. Ich glaube, da sprechen ja viele neue Trainer in der Bundesliga aktuell davon, dass sie ihre Ideen einfach nicht sofort komplett irgendwie dort übermitteln können, sondern dass sie immer eben dann auch auf die Ideen der Vorgänger zurückgreifen müssen. Das ist bei Glasner nicht anders. Und wenn ich jetzt den Saisonstart sehe, klar, in Dortmund oder gegen Dortmund, so hoch zu verlieren, ist natürlich erst mal unglücklich. Aber wenn man sich ansieht, was die für eine Offensive haben, dann war das vielleicht sogar ein Stück weit erwartbar. Anspruch ist gegen Augsburg und Bielefeld natürlich ein anderer, als nur unentschieden zu spielen. Ich glaube, da hing auch viel davon ab, dass man vorn, das haben wir vorhin auch noch mal für das Stuttgart-Spiel so analysiert, dass man vorn noch nicht so diese Durchschlagskraft hat. Man hat aber hinten schon deutliche Verbesserungen gezeigt. Und das Stuttgart-Spiel war für mich jetzt hinsichtlich der Balance einfach aus Offensive und Defensive und auch hinsichtlich des Ballbesitzspiels wieder ein kleiner Fortschritt. Und insofern würde ich das schon leicht positiv sehen. Ich würde sagen, die Mannschaft hat sich jetzt gesteigert in den letzten Wochen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass sie schon auf dem Niveau ist, wo sie sein sollte. Aber es ist zu erkennen, dass sich da was entwickelt. Ich bin vor allem gespannt, wie viel Geduld man in Frankfurt mit Glasner hat und ob die Idee von Glasner auch wirklich zur Eintracht Frankfurt passt. Wie gesagt, die letzten Jahre waren ja doch eher sehr begeisternder Fußball. Ich sage nicht, dass das unter Glasner nicht möglich ist. Das ist einfach nur eine andere Idee von Fußball. Aber eben ein ruhigerer Fußball, an dem man in Frankfurt nicht so richtig gewohnt ist. Ich glaube, das ist eine Umstellung. Und da bin ich gespannt, wie das Umfeld das annimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Glasner jemand ist, der dieses Team stabilisieren kann und durchaus auch erfolgreich führen kann. Was ja Glasner gut zu Gesicht steht, ist ja ein bisschen, dass seine erste Phase bei Wolfsburg nicht anders aussah. Ich erinnere mich, dass sie sonst oft mit auch sehr vielen Unentschieden begonnen haben. Und dann wurde es Stück für Stück besser. Und die Balance wurde immer besser. Und man hat immer mehr den Umschwung zu eben mehr Siegen geschafft, ohne diese Grundstabilität aus den ersten Spielen zu verlieren. Das gleicht dem so ein bisschen. Denn ich erinnere mich auch an die ersten Wolfsburg-Spiele unter ihm. Oder auch letzte Saison, wo man ja auch schon ein bisschen sich kannte, dass da auch die ersten Spiele ein bisschen biederer Natur waren. Und man dann aber mit dem Verlauf der Saison immer besser wurde und immer mehr den Umschwung ins Offensive geschafft hat, ohne aber jetzt diesen Hütter-artigen Fußball zu spielen. Wie nimmst du das denn wahr, Patricia, im Frankfurter Umfeld? Wie ist man mit Glasner bislang zufrieden? Auch vielleicht, was die Ausstellung angeht. Denn Frankfurt hat ja auch mit Kovac und Hütter Trainer gehabt, die durchaus etwas ausgestrahlt haben, die medienaffin durchaus wirkten, auch wenn Hütter es sich dann zuletzt etwas verscherzt hat. Wie zufrieden ist man da bislang mit Ihnen? Und wie viel Geduld, glaubst du, kann das Umfeld auch aufbringen? Ich glaube, in Geduld ist man geübt. Auch wenn es vielleicht jetzt, also vielleicht fällt das manchmal nicht so auf, weil man ja doch dann irgendwie dazu neigt, so ein bisschen in Panik zu verfallen. Aber letztendlich kennt man das auch hier. Also unter Hütter war das ähnlich. Hütter ist hier eingestiegen und da lief noch nicht alles rund sofort. Der Durchbruch war dann mit der Entdeckung der Büffelherde. Genauso in der letzten Saison. Da ist man ähnlich wie Wolfsburg mit vielen Unentschieden gestartet auch. Hat sich sogar ein bisschen später erst als Wolfsburg gefangen. Dann mit der Verpflichtung von Younes war das so eine Kehrtwende so ein bisschen. Und aktuell ist es jetzt auch so. Man hat einen neuen Trainer und dem muss man Zeit geben. Ich glaube, die bekommt er hier auch. Du sagst schon richtig, die Bedenken anfangs waren bei vielen, dass er vielleicht nichts ausstrahlt, dass er eben nicht so ein charismatischer Trainer ist. Er ist ein sehr, sehr, sehr ruhiger, zurückgezogener Trainer. Was ich aber, glaube ich, sogar als eine Fehleinschätzung finde. Also klar ist er nicht der lauteste Trainer, finde aber schon, dass er sehr offen wirkt, was auch Gespräche mit den Medienvertretern angeht. Er coacht auch sehr, sehr viel am Spielfeldrand. Und das ist, glaube ich, man schätzt ihn eher aufgrund seiner Erscheinung so ein bisschen ruhiger ein. Hat es aber faustig hinter den Ohren, sage ich immer. Ich glaube, mit Glasner hat man da den richtigen Mann. Der lässt sich da auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn es eben mit Anfangsschwierigkeiten noch nicht so läuft. Wie gesagt, damit muss man wahrscheinlich jetzt erst mal rechnen. Es ist ja auch eine Systemumstellung. Also Glasner begann ja auch mit einer Fünferkette erst noch aus den Hütterzeiten, hat dann aber gemerkt, dass man hinten viel, viel zu anfällig ist und hat dann auf die Viererkette umgestellt, die bis jetzt auch bestehen blieb und wahrscheinlich auch noch weiterhin bleiben wird. Und das muss sich eben alles finden. Und ich glaube auch, dass da die Geduld aufgebracht werden kann. Man sieht es hier auch eher so ein bisschen als Übergangssaison. Also man rechnet sich jetzt, glaube ich, nicht die allergrößten Chancen auf eine extrem tolle Saison aus. Vor allem nicht auf eine Saison wie letzte, weil man weiß, dass man da eine Ausnahmesaison gespielt hat. Vor allem mit Silva. Das hätte man auch nicht gedacht, dass er so krass einschlägt. Und jetzt ist es eben so, dass man erst mal schauen muss, wo steht man, wie findet sich alles. Und das braucht Zeit. Und ich glaube, das weiß man hier auch in Frankfurt. Und die Zeit wird man Glasner auch geben. Okay, also Übergangssaison. Das wäre nämlich noch so meine letzte Frage gewesen für das Segment. Was denn das Saisonziel ist? Daran kann man sich ja immer sehr gut orientieren und sich daran am Ende der Saison messen lassen. Aber wenn du von Umbruchs, von solch einer Saison sprichst, dann wird das ja wahrscheinlich so Richtung Platz 9, 8 sich da eingehend irgendwie festsetzen. Ja, da bin ich auch aktuell. Also ich denke, ein stabiler Mittelfeldplatz wird drin sein, muss eigentlich auch drin sein mit der Qualität, die man im Kader hat. Es hängt halt viel davon ab, auch wie performt die Konkurrenz und wie schnell findet man in sein eigenes Spiel und wie schnell schlagen auch Neuzugänge ein. Also da kann man natürlich mit Ausschlägen nach oben dann vielleicht rechnen, würde aber jetzt zum Beispiel Europa gar nicht als Ziel ausrufen. Ich glaube, da ist man erst mal zu sehr damit beschäftigt, sich selbst zu finden. Und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man eine Saison spielt, wo man halt Achter, Neunter wird, um dann aber dann hoffentlich in der neuen Saison angreifen zu können. Wunderbar, dann danke ich dir. Das Segment ist, glaube ich, auch lang genug geworden. Dann habt ihr jetzt hoffentlich gar keine Fragen mehr zu Eintracht Frankfurt oder ganz viele Anschlussfragen, die dann gerne beispielsweise auch an Patricia einfach auf Twitter. Ballert die einfach voll, die hat ja sonst nichts zu tun. At Patricia. Dann macht das da oder hört den Eintracht Frankfurt Podcast oder Ähnliches. Dann bleibt ihr da auf dem Laufenden zur SGE. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Schwerpunkt und richten unser Augenmerk wieder auf den Spieltag. Und wenn ich dann vom Spieltag spreche, dann spreche ich auch vom aktuellen Tabellenführer. Und der aktuelle Tabellenführer heißt VfL Wolfsburg. Dieser hat eines Tabellenführers auch würdig das letzte Spiel gewonnen, nämlich in Fürth mit 0 zu 2. Einen hat ein Matcher getroffen in der 10. Minute. Lange blieb es dann ohne weiteren Torerfolg. In der 90. Minute aber hat dann Wout Wehraust auch 2 zu 0 gestellt. Damit gewinnt der VfL Wolfsburg, hat damit jedes seiner bisher vier Saisonspiele gewonnen. Und Fürth wiederum noch keines, steht jetzt bei einem Punkt aus vier Spielen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage bei Wolfsburg. Sie haben ja auch schon beispielsweise gegen den VfL Bochum am ersten Spieltag souverän gewonnen, aber auch nicht so, dass man sagt, sie haben die Sterne vom Himmel gespielt. Justin, du, um auch dich wieder nach dem engeren Frankfurts Part reinzuholen, du kennst dich ja mit Van Bommel auch ein Stück weit aus, aufgrund seiner Bayern-Vergangenheit hast, aber auch mal einen Artikel über ihn geschrieben, bevor es dann beim VfL Wolfsburg so richtig losging. Wie nimmst du die VfL-Mannschaft bislang wahr? Eben auch geknüpft an dieses Spiel. Ist das jetzt einfach eine Souveränität, die Souveränität eines Spitzenteams? Oder ist es einfach so, dass der Spielplan bislang auch durchaus Wolfsburg gelegen kam und vieles aber gar nicht so sehr passt, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt? Ich glaube schon, dass man souverän durchaus für das ein oder andere Spiel, gegen Bochum beispielsweise oder jetzt auch gegen Fürth, kann man das Wort souverän schon verwenden. Man sollte sich aber auch nicht von den Ergebnissen, insbesondere gegen Hertha und Leipzig, blenden lassen. Du weißt es ja, das Spiel gegen Hertha war schon auch relativ abwechslungsreich. Also das war jetzt nicht nur mit Hochs vom VfL verbunden. Da gab es auch Momente, in denen sie ein bisschen geschwitzt haben. Gegen Leipzig liegt das in der Natur der Sache in so einem Topspiel. Aber da haben sie eben gezeigt, dass sie auch in einem Topspiel durchaus mithalten können. Also sie haben schon ordentlich Qualität. Und van Bommel ist ein Trainer, der weiß, wie er die individuelle Qualität seiner Spieler scheinen lassen kann. So würde ich es mal formulieren. Das ist jetzt keiner, der irgendwie drei oder vier taktische Systeme hat und ewig viel umstellt, sondern er hat meistens eine feste Grundordnung. Viererkette präferiert er. 4-2-3-1 war es jetzt zuletzt bei Wolfsburg. Spielt mit recht hohen Außenverteidigern, was vor allem Riedle Baku auch entgegenkommt. Er hat im Mittelfeld technisch sehr starke Spieler zur Verfügung. Insbesondere Maxi Arnold, der in der Bundesliga immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, der aber jetzt schon seit Jahren auf einem recht hohen Niveau konstant agiert. Der als Spielmacher da hinten, das passt schon alles sehr gut zusammen. Er übernimmt viel von dem, was Glasner hinterlassen hat. Und insofern gibt es bei Wolfsburg gar nicht so große Veränderungen, glaube ich, im Vergleich zu vorher. Van Bommel legt ein bisschen Mehrwert, glaube ich, noch auf einen vertikaleren Stil. Also nicht so viel Ball halten, sondern schon auch versuchen, in die Spitze zu kommen. Das gelingt Wolfsburg noch nicht in allen Phasen. Gerade jetzt gegen Fürth hatte ich schon das Gefühl, dass es ein bisschen zu behäbig war alles. Und sie haben sich kaum Chancen herausgespielt, gerade in der ersten Halbzeit. Klar, Fürth hat auch sehr tief verteidigt, hat es den Wolfsburgern da auch schwer gemacht. Aber der Anspruch der Wolfsburger muss es dann schon sein, sich auch konstanter die Chancen gegen so einen Gegner herauszuspielen. Und das kam in der ersten Halbzeit sehr lange nicht. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser. Aber ich glaube, wenn es noch Verbesserungsbedarf gibt, dann ist es vor allem das Spiel nach vorn. Und das war ja auch ein Problem in der vergangenen Saison. Hinten sind sie sehr stark aufgestellt. Lacroix, einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Mit Bornau haben sie jetzt einen Spieler geholt, der auch viel Qualität mitbringt, viel Potenzial mitbringt. Castells auch ein sehr solider Torhüter. Insofern, glaube ich, sind sie defensiv sehr stark aufgestellt. Das zeigt sich ja auch anhand der Gegentore. Bisher nur eins kassiert. Aber wenn man so ein bisschen auf die Expected Goals Against schaut mit 3,3, dann überperformen sie da ein bisschen. Hat ein bisschen Glück auch gegen Hertha und Leipzig vor allem. Insofern ein sehr guter Saisonstart, ein solider Saisonstart, was das Taktische angeht. Aber ich glaube nicht, dass Wolfsburg sich sehr lange jetzt ganz oben in den ersten drei Positionen halten wird. Ich denke mal, da wird noch so ein bisschen eine kleine Regression einsetzen und dann wird sich das auch normalisieren. Aber sie sind wieder ein Kandidat für die Champions-League-Plätze am Ende. Vielleicht für die Europa-League-Plätze. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, in Wolfsburg wird es keinen geben, der aktuell unzufrieden ist. Zum Spiel zurückzukommen. Ich glaube, ein großes Problem war, dass sie einfach viel Automatismus noch nicht greifen. Das lag vor allen Dingen, ohne ihn damit persönlich angreifen zu wollen, an Luca Waldschmidt, was eben auch in der Natur der Sache liegt, weil er auch eben erst so kurz dabei ist, durfte aber starten. Es gab einige Starter-Veränderungen. Gilavogui war Teil der Doppelsex neben Arnold, der in so einem Spiel natürlich auch schwierig etwas beizutragen hat, wenn du 72 Prozent Ballbesitz hast, weil Gilavogui im Gegensatz zu einem Schlager nicht diese Wucht nach vorne entwickeln kann, nicht diese Idee hat, vielleicht auch mal, wenn Arnold vielleicht auch mal kurz eine Minute Pause braucht, selber mal die Zügel in die Hand zu nehmen und von hinten aufzubauen. Da ist Gilavogui ja eher der Typ, der Konter verhindert und defensiv denkt. Und diese Offensive aus Waldschmidt, Philipp, Metzger und Vechos, wie sie hier in diesem Spiel dastand, da haben auch einige Dinge nicht gestimmt. Und dann kommt der Pass vielleicht nicht genau in den Fuß, den man es braucht. Dann fehlt das Tempo. Und dann tut man sich gegen eine vierte Mannschaft, die es ja auch gar nicht unbedingt so schlecht gemacht hat, auch schwer. Aber kommen wir gerne mal zu viert. Patricia, wie hast du die Mannschaft hier wahrgenommen? War sie unterlegen oder hat sie Wolfsburg Paroli bieten können? Ja, einfach qualitativ unterlegen. Also es ist, ich will nicht sagen, der typische Aufsteiger, aber es ist halt spielerisch sehr, sehr limitiert. Das merkt man. Man hat einfach versucht, wie Justin schon sagte, tief zu stehen. Wenn man dann irgendwie was ausrichten wollte, hat man eben auch so Pressing-Elemente versucht einzubauen. Was aber gegen, also das ist an Dortmund, an Wolfsburg quasi einfach abgeprallt. Also die sind, glaube ich, hinten einfach viel zu stabil, als dass sie sich dann dadurch aus der Ruhe bringen lassen. Vor allem halt nicht gegen Fürth, die da leider einfach qualitativ nicht wirklich mithalten konnten. Von daher war es, finde ich, ein sehr, sehr zähes Spiel. Man kann schon fast sagen, dass das so ein Arbeitssieg für Wolfsburg war, letztendlich. Aber ja, natürlich ein verdienter Sieg. Ich glaube auch, dass Wolfsburg da letztendlich auch nicht alles reingehauen hat. Also ich glaube, die könnten schon auch noch einen Gang hochschrauben, wenn sie müssten. War aber eben gegen diese Fürther nicht wirklich nötig. Ja. Wie gesagt, Wolfsburg hatte 72 Prozent Ballbesitz, ist insgesamt sieben Kilometer weniger gelaufen. Und das sagt dann auch viel über das Spiel. Man hat eben Fürth laufen lassen, die eine gute Chance hatten durch den Seilfallzieher von, jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt der gute Mann? Ich will ihn nennen, weil der Schuss an sich natürlich nett war. Dixon Abiyama. So, Dixon Abiyama hatte diese Chance, die dann Kuhn Kastelz in seinem 200. Bundesligaspiel dann aber entschärfen konnte. Darüber hinaus war es aber insgesamt dann doch zu wenig, glaube ich, um Wolfsburg wirklich gefährlich werden zu kennen, die eben, das hat Justin ja auch schon wunderbar ausgeführt, einfach eine sehr gute Grundstruktur haben, aufgrund dessen, dass diese Mannschaft seit vielen Jahren in dieser Form schon besteht und dann eben gute, sinnvolle Verstärkung dazu noch bekommen hat, wie eben ein Bornau. Und dann ist es auch okay, wenn mal ein Gerhard von Anfang an auf links hinten spielt und nicht ein Roussillon oder ein Babu reinkommt. Das fügt sich alles gut zusammen. Und dann ist das einfach eine souveräne Vorstellung gegen Fürth. Viel mehr habe ich zu diesem Spiel auch gar nicht zu sagen, weil es gar nicht mal so viele Szenen gab. Falls ihr jetzt auch nichts mehr habt, können wir das auch fast gerne zumachen, außer ihr habt noch einen Satz zu Fürth beispielsweise, über den wir noch nicht so viel geredet haben. Ja, eine Sache zu Fürth vielleicht noch. Also ja, das eine ist natürlich das Qualitative. Da gebe ich Patricia komplett recht. Ich glaube, allein deshalb, weil sie individuell eben, ja, den meisten Bundesligisten schon sehr, sehr stark unterlegen sind, wird es am Ende wahrscheinlich nicht reichen für den Klassenerhalt. Da lege ich mich an der Stelle schon mal fest, dass das war einfach auch gegen Wolfsburg wieder ein ganz großes Problem, dass sie in der tiefen Verteidigung das nicht geschafft haben, die Räume dann auch zu schließen. Also taktisch war es jetzt auch nicht extrem überragend. Das kommt dann eben noch dazu, dass sie hinten zwar versuchen, die Räume eng zu machen, aber viele Zonen eben dann nicht so richtig schließen können. Beispiel vor dem 1 zu 0 verteidigen sie die Zone 14, also den 10er-Raum, den verteidigen sie gar nicht. Der ist komplett offen. Wolfsburg kann sich da mit zwei Spielern aufhalten, was in der Bundesliga einfach, ja, sehr unvorteilhaft ist, um es mal so auszudrücken. Und kein Einschub, das passiert auch nicht das erste Mal. Das hat man schon in anderen Spielen beobachten können. Ja, also sie stehen eben tief, aber schaffen es trotzdem nicht, die Räume wirklich kompakt zu schließen. Und Mannschaften wie Wolfsburg, ja, die nutzen sowas dann natürlich perfekt aus. Und ja, insofern habe ich nicht das Gefühl, aktuell oder aktuell kein gutes Gefühl, was die vielleicht vorhandenen Ambitionen Richtung Klassenerhalt angeht. Sie sind schon sehr, sehr unterlegen. Und das eben nicht nur individuell, sondern teilweise auch taktisch, auch wenn das Individuelle natürlich in dieser Liga überwiegt. Da würde ich auch mitgehen. Also es war, man muss kein Prophet sein, beziehungsweise war es relativ offensichtlich, Fürth auf Platz 18 zu tippen für viele. Da bin ich auch nicht anders gewesen. Und man sieht es in diesen Spielen. Es ist nicht so, dass der Wille nicht da wäre oder ähnliches, dass zu wenig Einsatz da wäre. Es fehlt an sowohl qualitativen als auch taktischen Geschichten. Man hat ja sich Richtung Deadline Day noch durchaus namhaft verstärkt. Hat Cedric Itten beispielsweise geholt. Nick Viergeber, der mit 32 sicherlich noch mal ein sehr erfahrener Spieler für die Innenverteidigung ist. Jethro Willems ist 27, kennt die Bundesliga. Du hast Griesbeck ausgeliehen. Also da hast du schon noch mal Qualität und Erfahrung daran geholt, die vielleicht sich auch noch mal in manchen Spielen niederschlagen wird. Und trotzdem fehlt es an so vielen Ecken und Enden, dass sehr viel zusammenkommen muss, glaube ich, um überhaupt eine Rolle zu spielen beim Nichtabstieg. Aber ich glaube, da sprechen wir nichts Neues aus. Das haben Fürther auch schon, hören sie, seit Sommer. Es bewahrheitet sich halt nur in diesen Spielen gegen Wolfsburg, wo du einfach merkst, Wolfsburg kann, also Wechhaus kann quasi den langen Arm ausstrecken an die Stirn von Fürth. Und die kommen dann wie ein Kleinkind halt nicht mehr ran. Also das ist, genau so ist es. Und dementsprechend, glaube ich, kann man dazu auch gar nicht mehr allzu viel sagen. Außer wie es dann für diese beiden Mannschaften weitergehen wird. Also über Wolfsburg haben wir schon gesprochen. Insofern, als dass sie dann eben jetzt gegen Eintracht Frankfurt spielen werden am kommenden Sonntag. Und die Spielvereinigung Gräuter Fürth spielt am kommenden Freitag das Abendspiel gegen Hertha BSC, Platz 18 gegen Platz 16. Über Hertha werden wir noch reden. Da dürfte auch schon ein bisschen Druck auf der Partie liegen, auch wenn wir noch früh in der Saison sind. Aber das ist fast schon die beste Nachricht für Fürth. Wir sind nur früh in der Saison. Gut, wir kommen zum nächsten Spiel dieses Spieltags. Und zwar das Spiel, das Spitzenspiel RB Leipzig, Raba Leipzig gegen den FC Bayern München, welches letztendlich relativ deutlich ausgegangen ist mit einem 4-1-Auswärtssieg des FC Bayern. Man hat länger gedacht, dass es relativ offen ist. Aber beziehungsweise ist es zwar das früh das Tor gefallen, aber andersrum konnte es Leipzig dann trotzdem lange offen halten. Also in der 12. Minute trifft Robert Lewandowski per Elfmeter zum 1-0 nach einem Handspiel von Kevin Kampel. In der 47. kurz nach der Pause erhöht dann Jamal Musiala, der eingewechselt wurde für den angeschlagenen Napri, auf 2-0. Das 3-0 folgt sieben Minuten später durch Leroy Sané-Vorlage wieder Jamal Musiala. Nur vier Minuten später kann dann Konrad Leimer durch einen sehr, sehr sehenswerten Distanzschuss noch auf 1-3 verkürzen. Leipzig versucht noch mal alles, kommt aber nicht mehr wirklich ran. Und in der 91. Minute darf dann auch Einwechselspieler Erik-Maxim-Czupomotting nach Vorlage von Joshua Kimmich dann das 4-1-Endstandstor, das ist ein neuer Begriff, den ich jetzt gerade erfunden habe, machen. Wir reden über das Spiel. Das Spiel ist letztendlich sehr deutlich ausgegangen. Drei Tore, Unterschied. Justin, hat sich das in dem Spiel auch so wiedergeschlagen? Waren die Kräfteverhältnisse so klar? Nein, auf keinen Fall. Also das muss man ganz klar vorab sagen. Wenn man jetzt das Ergebnis sieht und wenn man auch die Expected Goals sieht mit 0,5 zu 4,2 mit Statsbomb-Daten, dann denkt man sich natürlich, die Bayern haben da in Leipzig ein Feuerwerk abgefackelt und Leipzig an die Wand gespielt. Wenn man sich das Spiel aber anguckt, dann ist das schon nochmal eine andere Nummer. Leipzig hatte für mich den besseren Start in die Partie. Zumindest die ersten, sagen wir bis zum Elfmeter, bis dahin, also die ersten zehn Minuten in etwa, haben sie einige gute, hohe Ballgewinne erzeugt. Aber diese zehn Minuten sind eben auch stellvertretend für das Problem der Leipziger bisher in dieser Saison. Sie gewinnen die Bälle, sie pressen gut, sie setzen den Gegner unter Druck, aber sie schaffen es dann nicht, ihre Situation auch wirklich bis zu Ende zu spielen. Da fehlen dann meistens so fünf Zentimeter teilweise oder wirklich eine Schrittlänge oder so und dann kommst du eben nicht zum Abschluss. Und wenn du nicht zum Abschluss kommst, kannst du A, keine Tore erzielen und B, hilft dir das bei Expected Goals eben auch nicht. Aber sie hatten viele Torraumszenen und sie hatten viele Möglichkeiten, in denen sie hätten zum Abschluss kommen müssen und vielleicht auch das ein oder andere Tor hätten mehr erzielen können. Und ja, die Bayern haben das ein bisschen zu hektisch gespielt, finde ich. Sie waren doch relativ nervös, ungewohnt nervös, haben viele einfache Ballverluste in ihrem Spiel gehabt, haben es nicht so richtig geschafft, Ruhe reinzubringen. Und das, obwohl sie eben zu den richtigen Zeitpunkten irgendwie die Tore gemacht haben, nämlich dann früh dieses Elfmeter-Tor von Lewandowski und dann in der zweiten Halbzeit eben auch durch Musiala dieses frühe Tor, was ja schon Nackenschläge dann auch für Leipzig waren. Trotzdem hat man danach nicht das Gefühl gehabt, dass Bayern das Spiel jetzt kontrolliert oder so richtig kontrolliert, sondern Leipzig hat immer wieder seine Momente gehabt, hat es immer wieder geschafft, dann auch diese offensiven Umschaltmomente zu erzeugen. Insofern war das Ergebnis dann am Ende deutlicher, als es der Spielverlauf hergab. Ich glaube schon, die Bayern waren die bessere Mannschaft, weil sie es effizienter gespielt haben, weil sie konsequenter vorm Tor waren, weil sie sich eben auch die Torchancen herausgespielt haben und das besser zu Ende gespielt haben. Aber ja, es war enger als dieses 4 zu 1. Vor dem 1 zu 0, um nochmal kurz dahin zurückzukommen, gab es ja dieses vermeintliche Handspiel von Thomas Müller, Patricia, in der dritten Minute. Colenas Erben hat gesagt, dass er dem Arm noch versucht hat, nach hinten zu ziehen, es auch dieser nicht unter Spannung war und dass sie auch keine Vergrößerung der Körperfläche erkannt haben, weshalb sie ebenfalls mit der Linie des Schiedsrichters mitgehen. Dennis Eitken war es meiner Meinung nach, oder meiner Erinnerung nach. Und deswegen würden sie dann nicht auf Handspiel entscheiden. Das war ja eine der Szenen, wo jetzt auch wieder viel über den Videoschiedsrichter diskutiert wurde. Würdest du denn da mitgehen? Ich sehe das ähnlich. Also das war erst mal so ein typischer Müller. Also er hat sich wieder sehr, sehr komisch bewegt. Aber man sieht schon, dass er versucht hat, den Arm einfach so hinter den Rücken noch zu ziehen, um da nicht an den Ball zu kommen. Das konnte er natürlich nicht verhindern. Er kann sich ja nicht in Luft auflösen. Von daher finde ich das schon in Ordnung, wenn man es nicht pfeift. Ich kann verstehen, wenn man sich da ein bisschen aufregt. Das ist halt bei so Handspielentscheidungen, finde ich generell immer schwierig. Vor allem auch durch die letzten Jahre, wo das immer wieder umgeworfen wurde und es immer neue, andere Regeln gab. Aber alles in allem würde ich mitgehen und sagen, das ist schon in Ordnung. Man sieht das ja auch später nochmal bei der Handspielszene von Kampel. Da würde ich das auch, da wurde es anders bewertet. Und das würde ich dann auch selbst nochmal anders bewerten. Also bei Müller hat man schon gesehen, dass er versucht, den Arm wegzuziehen. Finde ich nämlich auch. Also würde ich auch mitgehen. Sicherlich kann man da aber erstmal kurz drüber diskutieren. Und umso unstrittiger ist dann das Handspiel von Kampel. Geht da aktiv. Ist eine aktive Bewegung zum Ball. Ja, würde er sich drüber ärgern. Wie gesagt, Lewandowski macht dann das 1 zu 0. Ich finde, im Anschluss wirkte Bayern im letzten Drittel etwas zwingender als Raber. Hatte ja hin zu kurz vor der Halbzeitpause dann noch so zwei, drei Gelegenheiten, die relativ aussichtsreich waren. Ein paar Abschlüsse auch von Napri beispielsweise. Und wie es Justin schon vollkommen richtig ausgeführt hat, Raber hingegen war einfach nicht präzise genug im Ausspielen der eigenen Angriffe. Der letzte Pass saß selten. Der Abschluss war zu zentral. Beispielsweise auch Kampel auf Neuer. Um die 30. Minute herum fand ich es etwas zerfahren. Da gab es dann auch viele Fouls und Unterbrechungen. Wenig klare Struktur. Und kurz vor der Pause wird dann eben Musiala für den angeschlagenen Napri eingewechselt. Und dieser Busiala, dessen Namen kann man sich vielleicht mal merken, ist ein ganz okayer Kicker, habe ich gehört. Der sollte sich dann in der zweiten Halbzeit noch auf dem Spielbogen verewigen. Eben in der 47. Minute, das 2 zu 0. Toller Abschluss, toller Laufweg auch vorher, wie er den Ball da mitnimmt, lässt es sehr einfach aussehen. Was hat in der Szene bei Bayern sehr geschümmt und bei Leipzig so gar nicht, Justin? Ja, vielleicht mal bei Leipzig angefangen. Das war über das ganze Spiel sehr auffällig, dass sie versucht haben, so schnell wie möglich auch wirklich ins Angriffsdrittel zu kommen, um da Gegenpressing-Momente zu provozieren. Dafür haben sie dann mal mit wenig Kontakten nach vorn gespielt oder auch mal den einen oder anderen langen Ball eingestreut. Ähnlich, wie wir das vorhin bei Frankfurt analysiert haben, war so ein bisschen die Idee dahinter, glaube ich, Bayern nicht ins hohe Pressing kommen zu lassen, um selbst nicht in diese Druckphasen zu kommen, sondern wirklich zu versuchen, Bayern unter Druck zu setzen. Das hat in der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal ganz gut geklappt, in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger, aber auch da gab es ganz gute Situationen. Hat aber auch dazu geführt, dass man viele Spiele in der Offensive hatte und wirklich sehr hoch aufgerückt war beim Nachschieben. Und wenn man den Ball dann eben nicht im Gegenpressing gewonnen hat, und das war eben sehr oft der Fall, dann haben die Bayern Raum gehabt. Insbesondere auf der rechten Seite, wo Angelinho auch sehr offensiv gespielt hat, aber eben auch auf der anderen Seite. Und das war gut zu sehen in dieser Situation beim 0-2, wo die Bayern dann wirklich sehr schnell umgeschaltet haben, gut verlagert haben auf die linke Seite. Ja, und was Musiala dann am Ende macht mit der halbhohen Hereingabe, wie er den Ball ansaugt an seinen Fuß, ja, das ist beeindruckend. Also diese Technik einfach, ich glaube, vielen anderen Spielern wäre der Ball da versprungen oder irgendwie wieder bis zu Davis zurückgeprallt, war ja doch eine recht scharfe Hereingabe auch. Also das war schon stark und der Abschluss dann eben auch sehr zielsicher, so wie man es von ihm jetzt in den letzten Wochen auch gewohnt war. Das ist schon echt beeindruckend, was der in jungen Jahren da gerade auch auf diesem Niveau leistet und war nicht immer so zu erwarten bei ihm, aber umso erfreulicher, wie er sich entwickelt hat in den letzten Monaten. Ja, aber dieses hohe Anschieben von Leipzig, das finde ich war auch ein Schlüsselduell zwischen Bukele und Sané oft zu erkennen. Bukele sehr weit aufgerückt, Sané hatte dann beim Ballgewinn Bayerns unglaublich viel Platz, also wirklich unglaublich viel. Und selbst wenn er dann nochmal gestellt wurde, konnte er auf den immer wieder mitgelaufenen Davis spielen. Also mir hat diese linke Seite aus Sané und Davis auch gut gefallen. Ich fand sowieso die Raumaufteilung in Bayerns Angriff gut. Also Sané, als auch Nabri, als auch Musiala haben ja durchaus auch die Eigenschaft, nach innen ziehen zu wollen. Und manchmal wird dann nicht genug die Breite gehalten. Das kann auch ein Zielmittel sein, wenn die Außenverteidiger richtig mit hochschieben und du dann immer wieder Lücken schaffst, klar. In dem Spiel fand ich es aber einfach sehr sehenswert, wie Sané und erst Nabri, dann Musiala immer wieder die Breite gehalten haben. Und dann wiederum andere Spieler sich sehr gut in den Strafraum bewegt haben. So dann ja auch in der 54. Minute. Es gibt einen Fehler im Spielaufbau von Leipzig. Ich meine, Leimer war es. Goretzka erkennt dann die Situation sehr schnell. Spielt auf Lewandowski, der dann rechts raus zu Musiala spielt. Und der legt dann auch wieder technisch sehr sauber, obwohl er fast schon im Fallen ist, legt er dann für Sané auf, der gut bis vor das Tor gezogen war und dann eiskalt das 3 zu 0 macht. Und Bayern da einfach sehr effizient gewesen ist. Falls niemand was zu der Szene sagen will, würde ich gleich mit dem nächsten Tor weitermachen. Denn das steht ja auch ein bisschen stellvertretend dafür, dass Leipzig sich nicht aufgegeben hat. Es steht eben 0 zu 3. Und vier Minuten nach diesem Treffer erzieht dann Leimer eben durch diesen absoluten Strich das 1 zu 3. Aus Bayernsicht kann man glaube ich sagen, dass in dem Angriff kein Leipziger wirklich Gegnerdruck bekommen hat. Also die konnten da auch... Leimer hatte dann auch bei seinem Schuss sehr viel Platz. Dass er den dann so platziert, ist natürlich ärgerlich. Auf der anderen Seite hat man ihn auch ein bisschen machen lassen. Ja und um die 60. Minute rum erarbeitet sich Raber ja ohnehin wieder sehr viele, also ein paar vielversprechende Vorstöße, aus denen sie aber einmal nichts machten. Lag das nur an der Inkonsequenz Leipzig, Patricia, oder auch am Defensivverhalten der Bayern? Da hatten sich ja auch in der Innenverteidigung, beziehungsweise in der Viererkette, gab es ja dann einige Veränderungen personell. Ne, ich finde das war auch einfach auf gutem Niveau von den Bayern gemacht. Ich staune auch immer wieder, wenn ich mir Spiele von den Bayern dann mal über die volle Länge anschaue, wie gut das tatsächlich ist. Also was das für Niveauunterschiede sind. Und auch da, das ist halt einfach auch ein stabiler Abwehrverbund, wie du schon sagtest, klar mit Änderungen. Aber auch, wenn mir richtig gut gefallen hat, also zumindest teilweise war Upamecano, wie der da auch einfach konsequent dazwischen geht, vorprescht und dann den Ball weiter verteilt. Das ist halt einfach ein sehr hohes Niveau, defensiv sowie auch offensiv. Auch Goretzka mit seiner Bewegung nach hinten, das ist halt auch ein Schrank. Also der hat sich da so oft einfach in den Gegner reingestellt, der einfach komplett an ihm abprallt. Das ist schon sehr beeindruckend einfach, was da gespielt wird. Und auch wenn, wie Justin schon sagte, da bestimmt auch noch nicht alles zusammenläuft. Aber wenn man dann eher aus anderen Spielen kommt, dann kann man das, glaube ich, schon anerkennen, dass da schon einiges sehr, sehr richtig läuft. Und da, glaube ich, viel passieren muss, dass Bayern dieses Jahr auch nicht schafft, Meister zu werden. Also ich glaube, da müssen einige Mannschaften noch ihr Game upsteppen, um da auf das Niveau zu kommen. Ja, ist natürlich auch jetzt so ein Status, so State of the Bundesliga, wenn man das so formulieren will. Dann ist das natürlich schon auffällig. Die Bayern wechseln ihren Trainer, brauchen sicherlich auch noch viel Zeit, um die Ideen dann von Nagelsmann auch gut umsetzen zu können. Bieten ja tendenziell auch was an, aber sie sind individuell einfach so überlegen, selbst gegen den letztjährigen Vizemeister, dass dann die Qualität einfach noch mal höher ist. Und das ist so ein bisschen der aktuelle Stand, der aktuelle Status quo in der Bundesliga. Ganz kurz verbunden ja auch damit, dass eben Bayern den Trainer als auch den Mittelfeldchef, als auch den Abwehrchef des Vizemeisters kauft und daraufhin natürlich auch individuell überlegen ist. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also über Meccano, Sabitzer, der dann von der Bank kommt, Nagelsmann als Trainer, keine Frage. Raba muss sich da jetzt neu aufstellen. Die sind in einem Umbruch, haben einige neue Spieler dazu bekommen, vor allem einen neuen Trainer. Haben Erfahrung verloren mit Sabitzer, aber eben auch mit Konaté und Upamecano, zwei sehr starke Spieler hinten verloren. Das wird alles Zeit brauchen und das hat man in diesem Spiel eben gesehen. Auch wenn ich, das betone ich jetzt noch mal, wenn ich eher ein Spiel gesehen habe, das ein bisschen ausgeglichener war als dieses 1 zu 4. Bayern mit Vorteilen, weil sie individuell eben stärker waren, weil sie die taktischen Schwächen bei Raba hinten gut ausgenutzt haben und ausgespielt haben. Und weil sie hinten selbst gut verteidigt haben. Hernandez und Upamecano, ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht, die in den Defensivduellen zu sehen. Ich glaube und würde mal die These aufstellen, dass Bayern in der vergangenen Saison ein oder zwei gegen Toro mehr kassiert hätte in diesem Spiel. Einfach nicht, weil Alaba und Boateng schlechtere Verteidiger sind, sondern weil sie andere Verteidiger sind, andere Spielertypen. Upamecano und Hernandez lesen so eine Situation einfach anders als die beiden und verteidigen dann auch mal nach vorne, statt sich nur fallen zu lassen und abwarten zu agieren. Und ich glaube, das tut dem System, das die Bayern aktuell spielen, gut. Und deshalb würde ich die These aufstellen, dass sie in der vergangenen Saison mit allem Drum und Dran das ein oder andere Gegentor mehr kassiert hätten in diesem Spiel. Kann gut sein. Und ich finde es einfach beachtlich, dass Hernandez und Upamecano können sich zumindest noch französisch unterhalten. Und trotzdem, dass die Abstimmung schon so gut gewesen ist, auch mit einem Pavard auf rechts, der nicht so auffällig war offensiv, aber seinen Job gemacht hat. Und Davies auf der anderen Seite, der auch wieder mit seinem Tempo so viele Konter auch verhindert hat. Es ist ja auch immer wieder beeindruckend bei Davies, dass er den Ball verliert und eben jenen wieder zurückgewinnt, weil er dieses Tempo hat. Und das hat man auch in dieser Partie gesehen. Eine Zahl, die ich da noch nennen will, ist, es gibt auch eine Statistik, die zeigt, wie viele Pässe man in die Box bekommen hat. Sowohl aus diesem 10er-Raum, Zone 14, wie sie Justin schon richtig genannt hat, aber auch von dem linken und rechten Halbräumen am Strafraum. Und da ist die Statistik 2 zu 12, also aus Sicht von Leipzig. Bayern hat also das Sechsfache an Bälle in die Box bekommen, was diese Halbräume angeht. Das zeigt einfach nochmal, wie viel zwingender man gewesen ist. Und bei Leipzig ganz oft dieser letzte Pass, man hatte die Möglichkeiten, dorthin zu spielen, aber ganz oft dieser letzte Pass eben nicht gestimmt hat. Damit würde ich sagen, machen wir auch dieses Spiel zu, welches dann, wie gesagt, mit 4 zu 1 für den deutschen Rekordmeister ausgegangen ist. Für den FC Bayern geht es als nächstes zu Hause gegen den Aufsteiger aus Bochum am kommenden Samstag. Und Raber-Leipzig trifft dann am kommenden Samstag im Abendspiel auf den 1. FC Köln, die ja, wie gesagt, sehr gut in die Saison gestartet sind, Selbstbewusstsein haben. Und dadurch, dass Leipzig ja schon den einen oder anderen Punkt hat liegen lassen, kann man gespannt sein, wie sie es dann gegen die selbstbewussten Kölner machen. So, wir kommen zum nächsten und damit vorletzten Spiel. Eben jener VfL Bochum hat am vergangenen Sonntag um 17.30 Uhr Hertha BSC empfangen. Die Partie ging letztendlich 3 zu 1 aus aus Berliner Sicht. Hertha hat dieses Spiel 3 zu 1 gewonnen. Das verlief wie folgt in der 37. Minute trifft Suat Serdar zum 1 zu 0. Dieser legt dann in der 43. Minute auch direkt nach mit dem 2 zu 0. Es geht dann auch so in die Pause. In der 59. erzielt dann Simon Zoller durch die Druckphase Bochums noch den 1 zu 2 Anschlusstreffer. Doch in der 78. Minute ein weit aufgerücktes Bochum, ein konterndes Hertha. Neuzugang Müsian Maoli da trifft in seinem ersten Spiel als Einwechselspieler zum 3 zu 1. Und damit war die Partie dann rum. Es hätte beinahe noch 4 zu 1 heißen, wenn Manuel Riemann den Schuss aus 40 Metern von Tuzar, wenn der reingegangen wäre, er rutscht ihm unterm Fuß durch. Er kriegt ihn dann aber noch von der Linie gekratzt. Das hätte aber auch irgendwie den gebrauchten Tag Bochums, die ja eigentlich nicht schlecht waren, irgendwie zusammengefasst. Kommen wir mal zum Spielverlauf. Wie findest du, sind beide Mannschaften reingekommen, Patricia, in die Partie? Ich finde es erst mal beeindruckend, dass Hertha drei Tore schießen konnte, überhaupt. Dazu wären wir noch gekommen, ja. Dazu kommen wir noch, das wollte ich aber schon mal vorab sagen. Ne, ich finde, Bochum hat sich schon bemüht gezeigt. Er hat viel, viel Druck gemacht. Es war aber ein sehr, sehr körperliches Spiel mit vielen Fouls schon. Also ich finde, der Spielfluss war von Anfang an schon nicht so wirklich da. Weswegen es irgendwie auch schwer war, da so richtig reinzukommen. Gab ja dann auch recht früh, weiß nicht, schon nach einer halben Stunde die erste Verletzung, dass Hertha auch wieder wechseln musste. Klünter musste, glaube ich, mit einer Schulterverletzung raus. Dafür kam dann Sefouik, der aber, glaube ich, die Rechtsverteidiger-Schienenposition da ein bisschen offensiver, wenn ich mich nicht täusche, interpretiert als Klünter. Aber bei Hertha ging wirklich gar nichts nach vorne. Und Bochum hat sich bemüht gezeigt, hat aber irgendwie auch nicht so wirklich die Durchschlagskraft letztendlich gehabt. Also da kam dann auch nicht viel. Und ja, eher überraschend fand ich, fiel dann das erste Tor der Hertha schon durch Serdar. Also eine Solo-Aktion, wie aus dem Lehrbuch, würde ich sagen. Da war wirklich nicht viel anderer Offensivplan erkennbar. Aber das hat es dann halt am Ende ausgemacht. Also Serdar zweimal und wie du schon sagtest, Debutant Maulida auch nochmal mit einer schönen Solo-Aktion. Und dann, ja, kommt das Ergebnis dann so zustande. Das ist halt auch ein großes Problem, glaube ich, aus Hertha-Sicht. Auf der einen Seite hast du dieses Spiel gewonnen, was ein absolutes Druckspiel war aufgrund der drei Niederlagen zuvor. Und wie man sich zuletzt auch beim FC Bayern hat seelenlos abschießen lassen. Die Mannschaft und der Trainer mussten eine Antwort liefern. Dementsprechend war der Sieg jetzt gegen eine Mannschaft, die sich halt auch unten verortet, natürlich von großem Wert. Abseits der Effizienz vorm Tor kann man aus diesem Spiel aber sehr wenig mitnehmen, oder, Justin? Ja, ich denke auch, dass man da recht wenig mitnehmen kann. Man muss jetzt zusehen, dass man die positive Stimmung daraus mitnimmt, vor allem, dass man ein Spiel gewonnen hat, dass man wichtige drei Punkte geholt hat gegen, ja, ist es ein Konkurrent? Das wird die Saison zeigen. Aber, ja, man sollte nicht zu große Brötchen jetzt aktuell backen, glaube ich. Schrippen heißt das. Okay, 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 Schrippen, okay. Merke ich mir fürs nächste Mal. Nein, also, man sollte da durchaus vorsichtig sein erst mal und wirklich versuchen, da Schritt für Schritt zu gehen. Und deshalb ist es aktuell eben ein Konkurrent. Ja, man war eigentlich unterlegen, hatte ich das Gefühl. Bochum hat, ja, die haben halt ein Angriffsmuster. Das hat ja Dardai nach dem Spiel auch richtig analysiert. Ich fand die Schlussfolgerung sehr abenteuerlich, die er dann gezogen hat. Aber vielleicht erst mal zur Spielweise von Bochum, die ja wirklich fast immer über links angreifen. Also im Schnitt in dieser Saison sind es halt 48 Prozent der Angriffe, die über links laufen. Dafür überladen sie diese Seite sehr stark, versuchen natürlich auch immer wieder Holtmann ins Spiel zu bringen, der sehr dribbelstark ist, wie er ja auch gezeigt hat, beim Anschlusstreffer, ja, der auch mal Spieler aussteigen lassen kann, der so ein bisschen im Zentrum dieser Angriffe steht. Hoch aufgerückter Außenverteidiger mit Soares. Also das funktioniert schon echt gut, wie sie da die Seite überladen. Dardai meinte dann nach dem Spiel, Hertha hätte Bochum bewusst dort auf dieser linken Seite überladen lassen und wirklich auch die Überzahlsituation für Bochum gelassen, um dann eben bei den Hereingaben im Zentrum in Überzahl zu sein. Also das ist schon relativ abenteuerlich, finde ich. Das hätte in der einen oder anderen Situation dann auch durchaus schief gehen können. Das Ergebnis gibt ihm dann am Ende vielleicht recht. Aber wenn Bochum nur ein bisschen kaltschnäuziger gewesen wäre und die eine oder andere Situation vielleicht ein bisschen besser ausgespielt hätte, dann glaube ich, wäre diese Analyse, würde die jetzt in einem anderen Licht stehen. Insofern finde ich das doch sehr überraschend, dass das so die Schlussfolgerung von Dardai war. Aber ja, wie Patrice ja schon gesagt hat, Bochum immer mit gefühlt viel Torgefahr, aber de facto dann eben doch nicht, weil sie die Situation nur selten zum Abschluss bringen konnten. Und ja, das lag viel mehr, glaube ich, an der eigenen oder am eigenen Unvermögen, als daran, dass Hertha das jetzt irgendwie überragend verteidigt hätte. Und ja, deshalb bin ich gespannt, was Hertha aus diesem 3 zu 1 in Zukunft macht und ob vielleicht dieser Druckabfall, du hast es ja richtigerweise gesagt, das war ein Druckspiel und das ist für so eine Mannschaft dann eben auch gar nicht so einfach. Da stimme ich Dardai dann auch komplett zu, wenn er sagt, ja, in diesem Stadion, die jetzt endlich wieder Bundesliga spielen, die lange auf diese Spiele gewartet haben, die gut Stimmung machen in diesem Stadion und dann eben mit dieser Situation, wie Hertha sie aktuell hat, da ist es nicht so einfach dort in Bochum einfach mal befreit Fußball zu spielen. Ein bisschen mehr darf es dann aber schon doch sein und das als alleinige Ausrede zu nehmen, wäre dann eben auch der falsche Weg. Man muss das nüchtern analysieren in Berlin, glaube ich. Man muss die Leistung vom Ergebnis trennen und muss schauen, dass man jetzt dieses positive Gefühl mitnimmt, vielleicht ein bisschen den Druck von einer Mannschaft nehmen kann und gegen Fürth dann eben vor allem fußballerisch zulegt. Das ist nämlich das Ding. Das ist nämlich das Einzige, was du mitnehmen kannst. Ich will das natürlich bewusst nicht zu einem Hertha-Schwerpunkt machen. Wir haben jetzt auch schon genug Zeit auf dem Tacho, aber das war schon, da muss man mal ganz ehrlich sein, das war schon eine wirklich nicht gute Leistung. Also, das Offensivspiel war eigentlich nicht vorhanden. Man hat gegen Bochum sehr, sehr tief gestanden. Natürlich war das auch ein Stück weit bewusst, du wolltest Bochum dem Ball überlassen, das hast du ja auch schon ausgeführt, was da, da ist Überlegungen da waren. Man wollte selber dann kontern über einen schnellen Klünter. Gut, das hat sich dann nach 30 Minuten durch seine Verletzung erledigt, aber auch durch einen schnellen Jaszemski, der jetzt auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Aber da sind wir schon beim nächsten Punkt, dass ein Dennis Jaszemski startet. Und das meine ich natürlich nicht persönlich gegen ihn. Zeigt auch noch mal, was in diesem Kader im Sommer passiert ist. Das macht schon den heruntergewirtschafteten Charakter. Es ist wieder eine Mannschaft, die sich natürlich sehr neu gefunden hat. Darida ist in die Startelf gerückt, Torunarigas in die Startelf gerückt, der übrigens dann ja später auch noch verletzt raus musste, sodass der 17-jährige Linus Gechter sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Da hat, ehrlich gesagt, noch sehr wenig zusammengepasst. Das siehst du auch beim Anschlusstreffer von Bochum, dass Sefoik Boyata circa fünfmal anzeigt, dass er Holtmann alleine stellt, damit eben Boyata in der Box ist und Boyata geht trotzdem hin. Und dann ist man eben zu wenig in der Box und zack, werpt schon den ersten Schuss ab und Zoller kann den Anschlusstreffer machen. Also in der Abstimmung ist es weiterhin sehr schwierig. Es hat auch stark nach der Partie zugegeben, dass es auch in diesem neuen System, was man jetzt spielt, in 3-4-2-1, in dem Fall noch größere Probleme gibt. Sicherlich auch geprägt von Verletzungen, dass nicht alle da sind, die man gerne für das System da hätte. Und trotzdem ist es so, dass diese Mannschaft keine gute Leistung gezeigt hat, dass es eventuell ein Brustlöser gewesen sein könnte. Das ist in Ordnung. Und so musst du das Spiel dann auch betrachten, wenn dieses Spiel gegen Fürth jetzt, äh, gegen Fürth, gegen Bochum, solch ein Ausschaufgegner-Punkt war, dass du gegen Fürth beispielsweise gewinnst, dass du siehst, aha, die Jungs haben jetzt drei Tore geschossen, die ruhen ein bisschen mehr in sich selbst, dann ist das notwendig gewesen. Auf der anderen Seite war es eben sehr uninspiriert, es war ängstlich, es war wahnsinnig destruktiv und reaktionär. Und das kann nicht der Anspruch sein. Trotzdem ist es natürlich so, dass erst mal Punkte auf dem Konto sind und das war erst mal das Wichtigste. Man wird sehen, wie viel die Mannschaft daraus ziehen kann. Patricia, fällt dir noch was zu dem Spiel ein, bevor ich hier zu lange vor mich hinrede? Ja, also aus Bochumer Sicht nochmal auch sehr, sehr ärgerlich, einfach weil man sich auch selbst so ein bisschen in diese Lage gebracht hat. Also das war ja beim 1-0 und beim 2-0 waren das beides eigene Fehler. Beim 1-0 verliert ja Lucia den Ball und auch Rex Bitschei sah da nicht besonders gut aus dann im Anschluss. Und beim 2-0 war das ja dieses kuriose Ding von Bella Kutschab, der da irgendwie einfach, ich weiß gar nicht genau, was das war, hat er neben dem Ball geschossen, irgendwie fällt hin und versucht dann nur noch panisch den Ball irgendwie rauszustochern, was dann nicht funktioniert hat. Und so bringt man sich dann halt selbst irgendwie in Rückstand in einem Spiel, wo man eigentlich, wie ihr ja schon analysiert habt, die Überhand hatte. Gleichzeitig, wie du auch schon gesagt hast, mache ich mir dabei härter schon auch Gedanken, weil von außen betrachtet, der Kader schreit jetzt auch nicht unbedingt, ja, guten Fußball. Also ich finde das auch jetzt, ja, Stremski ist ein Spieler, der hat sich bei Waldhof Mannheim nicht wirklich durchsetzen können, bei Paderborn auch nicht. Und jetzt spielt er in der 1. Bundesliga bei Hertha BSC vorne, ja, links auf dem Flügel. Klar, Verletzungspech, aber auch, wenn ich dran denke, Verletzte jetzt wie Selke, Jovetic, Piontek, da würde ich noch vielleicht sagen, Jovetic und Piontek, vielleicht so eine kleine Hoffnung. Selke ist vielleicht da, da ist Lieblingsstürmer, aber bin ich kein großer Fan von, ehrlich gesagt. Da hat man ja auch bei Bremen gesehen, dass das nicht so, dass er einfach nicht qualitativ der krasseste Stürmer der Liga ist. Und da mache ich mir schon Gedanken. Also der Kader ist, nachdem man auch noch Kunja abgegeben hat, Luke Bakio auch noch auf die letzte Minute, finde ich, ja, nicht besonders gut verstärkt worden. Also man hat die Abgänge halt kaum, kaum kompensieren können. Und da mache ich mir dann schon Gedanken. Also das sieht nicht gut aus. Dazu noch der Dardai-Fußball könnte schwierig werden. Also was die Idee, glaube ich, so ein bisschen war von Bobic, war diesen Kader eben auf Werkseinstellung zurückzustellen und alle, die eher egoistisch geprägt sind, aus diesem Kader zu verbannen, zu verkaufen, zu verleihen, um dann eine Truppe auf dem Feld zu haben, wo jeder für den anderen kämpft und jeder weiß, dass Hertha eine große Chance für ihn ist. Beispiel Belfodil, der seit zwei Jahren kein Bundesliga-Tor gemacht hat und jetzt natürlich bei Hertha zeigen will, dass er es noch kann. Das ist ja auch etwas, was Bobic in Frankfurt immer gut gemacht hat, Spieler zu verpflichten, die sich nochmal beweisen wollen, die vielleicht einen Karriereknick hatten, die vielleicht als schwierige Typen gelten. Und trotzdem ist es natürlich ein Kader, der in meinen Augen dem sowohl in der Breite als auch Spitze fehlt, der unausgewogen ist, der größere Probleme aufweist und diese drei Tore sind einfach nicht repräsentativ für irgendeinen Stil oder einen taktischen Kniff. Das waren pure Einzelleistungen, gepaart mit einer Bochumer Defensive, die hat machen lassen. Also auch das Tor von Maoli da, da wird er auch überhaupt nicht angegangen im Konter. Und dementsprechend, habe ich es ja schon gesagt und damit sollten wir es vielleicht auch zumachen, kann Hertha aus diesem Spiel außer den drei Punkten nichts mitnehmen. Kann sein, dass das schon gereicht hat, um gewissen Brustlöser zu sein. Dardai spricht jetzt auch von einem Flechtsieg gegen Fürth, da würde ich ja auch mitgehen, das musst du einfach gewinnen, um dann ruhig arbeiten zu können mit sechs Punkten nach fünf Spielen. Und dafür kann es gut gewesen sein, alles andere, da muss man echt den Mantel des Schweigens rüberlegen beziehungsweise natürlich intern hart aufarbeiten, was da alles eben auch nicht gut gelaufen ist. Das darf man sich im Nachhinein nicht schönreden. Und für Fürth, bittere Geschichte, man hätte mehr verdient gehabt in dem Spiel, das sagen eigentlich auch alle Zahlen, das war auch der Gesamteindruck im Spiel. Man hat sich selber ein Stück weit kaputt gemacht und das sind glaube ich auch noch so Reifeprozesse, die es einfach braucht in dieser Mannschaft. So, genau, also der Ausblick. Hertha wird dann gegen Kreuter Fürth spielen am kommenden Freitag zu Hause im Olympiastadion und der VfL Bochum wird aus jetzt beim FC Bayern ran müssen am kommenden Samstag um 15.30 Uhr. Ja, nicht die leichteste Aufgabe, das ist klar. Aber da kann man sich ja wieder mehr aufs Defensive konzentrieren vielleicht auch und es damit gut beraten. Damit würde ich sagen, kommen wir zum allerletzten Spiel dieses Spieltags und dann auch zum Ende dieser sehr langen Moderationsdebütfolge meinerseits. Ich entschuldige mich dafür, wobei die Leute mögen das ja. Wir kommen zum 0 zu 0 zwischen dem FC Union Berlin, 1. FC Union Berlin und dem FC Augsburg. Ich habe den FC Union Berlin zuerst genannt, das wurde nämlich in der alten Försterei gespielt. Tore sind nicht zu nennen, dennoch war es ein unterhaltsames Spiel, ein 0 zu 0 der besseren Sorte. Ich habe von irgendeinem mit Unioner auf Twitter gelesen, beide Mannschaften haben es geschafft, ein 2 zu 2 zu einem 0 zu 0 zu machen, das vor allen Dingen auch an den sehr guten Leistungen der Torhüter lag, als auch am Aluminium-Justin. Genau, damit ist es eigentlich auch schon gut zusammengefasst. Wenn wir jetzt ein bisschen Gummi geben wollen, dann könnten wir das dabei belassen. Nein, wir begegnen den beiden Mannschaften natürlich auch noch mit dem vollsten Respekt. Ja, starke Torhüterleistungen, Lute noch ein bisschen stärker als Gikiewicz, der sich in der ersten Halbzeit ein, zweimal verschätzt hatte, aber beide mit tollen Paraden haben ihre Mannschaften jeweils immer im Spiel gelassen. Ich glaube, ein Tor wäre durchaus interessant gewesen, egal für welche Mannschaft, weil es dem Spiel immer nochmal eine andere Dynamik gibt, aber so war es tatsächlich ein 0 zu 0 der besseren Sorte. Beide Mannschaften haben es geschafft, den Gegner so ein bisschen zu limitieren. Die Augsburger vielleicht ein bisschen mehr bei ihrem Gegner. Augsburg hat umgestellt, hat auf eine Dreierkette gestellt und wollte mit einem kompakten Mittelfeldzentrum agieren, um Union einfach diese Wege von außen nach innen, die sie ja immer gerne bespielen, also über ihre Flügelverteidiger Trimmel und Gieselmann versuchen sie ja immer so diagonal die Wege zur Kruse vorne zwischen den Linien zu finden. Und diese Wege wollte Weinzierl schließen, indem er einerseits mit einer Fünferkette breit verteidigen kann und andererseits im Zentrum mit Dorsch, Hahn und oft auch Caligiuri drei Spieler hatte, die dafür zuständig waren, dann eben gut mit rüber zu schieben und diese Wege zu schließen. Und das ist ihnen gut gelungen in vielen Phasen. Union kam eigentlich nur über individuelle Aktionen. Nach vorn hatte weniger diese Kombinationen drin, die sie ganz gern mal bei Ballgewinnen auch zeigen. Arvoni war auch sehr, sehr stark vorne. Das war so einer derjenigen, die das Spiel vorne belebt haben. Kruse war eher raus aus dem Spiel, wurde ja dann auch ausgewechselt, hatte so ein, zwei gute Aktionen, wurde aber ansonsten gut verteidigt von den Augsburgern. Und insofern glaube ich, dass Augsburg vielleicht sogar ein bisschen mehr aus diesem Spiel mitnehmen kann als Union, weil Augsburg in den letzten Wochen nicht so überragend gespielt hat, um es vorsichtig zu formulieren und jetzt eben durchaus so einen kleinen Lichtblick hat mit dieser Leistung. Da würde Christell vom FCR-Podcast auf die Zirbelnuss auch mitgehen. Sie schrieb mir, dass das 0 zu 0 total in Ordnung geht. Beide hatten große Chancen, teuterten Glanzmomente und aus FCR-Sicht ist das ziemlich okay gewesen und macht eben Mut für die nächsten Spiele, weil man tatsächlich das erste Mal seit, ja das erste Mal seit Saisonbeginn eigentlich eine offensive Wucht entwickeln konnte und Chancen hatte und eben nur an Lute gescheitert ist. Patricia, was war denn ausschlaggebend dafür, dass Augsburg so Paroli bieten konnte und vielleicht hat sowas, was hätte mitnehmen können? Also mehr als ein Punkt. Da muss ich sogar fast schon an Justin weiter passen. Ich muss zugeben, das Spiel habe ich gar nicht gesehen, habe letztendlich das dann nacharbeiten wollen, gesehen 0 zu 0, dachte mir erst okay, was man sich so denkt. Das ist mehr als in Ordnung. Und dann fängt man an und schaut rein und dann habe ich mir gedacht, da hat man ja doch was verpasst. Also da waren ja scheinbar sehr, sehr viele Chancen. Justin hat das Spiel aber wohl gesehen. Vielleicht kann er ein bisschen genauer erörtern, wie Augsburg. Ich würde das gerne weitergeben. Weil du hast ja schon über die defensive Struktur Augsburgs gesprochen, wie sie da Union begegnet sind. Wie haben sie es denn offensiv gestaltet? Denn oft war das zuletzt ja eher so hinten stehen und auf einen genialen Moment von André Hahn und Co. warten. Ja, sie haben sich ein bisschen mehr zugetraut, hatte ich das Gefühl. Ich muss sagen, bei Augsburg sind immer noch viele Zufälle im Spiel, wenn sie nach vorn spielen. Also es ist wenig so, dass ich sage, ah, den Spielzug, der kommt mir irgendwie bekannt vor, das ist ein Muster. Das ist relativ selten der Fall. Ja, ich weiß nicht, wie weit Augsburg zum jetzigen Stand sein sollte mit Weinzierl. Aber das ist so ein bisschen ein Problem, was ich bei ihnen sehe. Nichtsdestotrotz mit Vargas, mit Niederlechner, mit André Hahn, mit Caligiuri haben sie natürlich ordentlich Offensivpower auch auf dem Platz gehabt. Und das hat sich in der einen oder anderen Szene dann ganz gut gezeigt. Konnten sich da auch gegen die durchaus sehr starke Dreierkette, Baumgartel, Knoche und Friedrich, ja, konnten sie sich das ein oder andere Mal gut durchsetzen. Ja, das war auf jeden Fall nicht. Also da erkennst du noch keine Nachhaltigkeit? Ja, so die Frage einfach, wer läuft da für wen und warum genau, so das kann ich noch nicht so richtig rauslesen. Das ist viel individuell, was da passiert. Dennoch würde ich sagen, war es ein Fortschritt im Vergleich zu den restlichen Partien, weil, ja, ich habe es ja gesagt, Augsburg nicht so gut gestartet jetzt gegen Union, die ja bekanntermaßen sehr gut verteidigen können und wirklich auch eine gute Grundstruktur haben. Sich da Torchancen zu erarbeiten, ist gar nicht so einfach und das hat Augsburg das eine oder andere Mal ganz gut gemacht, aber ich glaube, Weinzierl muss daran arbeiten, eine gewisse Balance zu finden. Wenn Augsburg ein bisschen höher gepresst hat, dann waren sie hinten zu offen. Wenn sie tiefer gestanden haben, dann gab es offensiv zu wenig kreative Momente, weil die Wege einfach zu weit wurden. und da einfach eine Balance zu finden aus, wir stehen kompakt, wir stehen sicher, aber wir schaffen es trotzdem, den Gegner im Spielaufbau unter Druck zu setzen. Das wird die große Herausforderung sein. Ja, ansonsten, offensiv, er hat die Spieler. Also, ich habe es gerade gesagt, Niederlechner spielt jetzt auch schon eine ganze Zeit in der Bundesliga, hat oft genug bewiesen, dass er ein guter Stürmer ist. Hahn und Kali Jury spielen auch solides Bundesliga-Niveau schon über mehrere Jahre. Das ist schon Qualität, die er da vorne hat und die Frage ist, wie setze ich die ein, um wirklich auch mehr Tore vorne zu erzielen und das wird eine große Herausforderung sein. Ja, defensiv haben sie mit Gikiewitz einen sehr guten Torwart und haben es auch geschafft, in diesem Spiel Union mehr zu verhindern, als es andere Mannschaften an der alten Försterei bisher geschafft haben. Dann nehmen wir das doch so mit und schauen einfach, wie nachhaltig das dann ist, ob das System hat oder ob das jetzt sehr einfach von individueller Qualität da vorne geprägt war, die Justin ja gerade ausgeführt hat. Das soll es gewesen sein, aber erstmal schließe ich natürlich diesen Part dann auch mit dem Ausblick ab. Für Union geht es am nächsten Donnerstag zum Auftakt der Gruppenphase der Europa Conference League zu Slavia Prag. In der Bundesliga wartet dann am Sonntag das Auswärtsspiel beim BVB und der FC Augsburg empfängt einen Tag vorher, am Samstag um 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach und damit haben wir es. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 330. Ich bin ordentlich durch, weiß jetzt auf jeden Fall noch mehr zu schätzen, was der geschätzte Max Jakob Oster jedes Wochenende eigentlich leistet. Wahnsinn! Und vor allen Dingen habe ich das wirklich nur schaffen können durch zwei herausragende Gäste. Wirklich vielen lieben Dank an der Stelle Justin und Patricia. Vor allen Dingen Patricia mit ihrem Debüt, aber auch Justin gewohnt stark. Vielen lieben Dank. Gerne. Gerne und danke auch. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euren und meinen Ansprüchen gerecht geworden bin. Und falls ihr diese Folge gerade hört, dann habe ich auch alles Technische dazu hinbekommen. Und darauf werde ich dann fast schon stolzer sein. Das wird jetzt gleich noch folgen. Ansonsten wünsche ich euch eine traumhafte Woche. Lasst euch impfen. Ich benutze die Reichweite hier einfach mal. Lasst euch impfen. Tut was für die Gesellschaft. Tut was vor allen Dingen für euch. Die Impfquote ist zu gering. Tut es. Geht demnächst wählen, ob per Briefwahl oder nicht. Und das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Alles weitere Feedback dann gerne bei mitmachen at rasenfunk.de oder auf Twitter. Vielen lieben Dank für eure Geduld. Und das war es von meiner Stelle. Ich bin raus. Bis dann. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.